Sobald der OBS sich dazu entscheidet, uns da reinzulassen. Ach ja, ich hab mich bei Riki oben ausgeloggt. Ich hab auch diese Mod ins Lid, mit der man weitersehen kann. Von der ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan bin. Weil es so aussieht, wenn man den Horizont schaut. Naja, wie auch immer, wie auch immer. Das ist Rikis Haus, was er gebaut hat. Er hat einen Turm gebaut aus Blackstone. Ach ja, er wollte, dass ich in meinem Spawn sterbe. Deswegen hat er hier ein Loch in den Boden gemacht. Ja, hat ja gut geklappt, Riki. Hat ja gut geklappt. Ist doch ganz hübsch hier drin, oder nicht? So einen ersten Villager hat er auch schon. Was bietet der an? Smaragd und Ziegel. Naja, naja, naja. Und sie haben eben eine zweite Steinsäge gemacht, obwohl da oben schon eine liegt. Naja. Naja. Äh, diese Brücke hier hat Zombie gebaut. Mit dem Pool. Riki hat nur das kaputt gemacht und Cobblestones reingesetzt. Fernglas-Mod. Ich weiß nicht, ob es ein Fernglas-Mod ist, aber ich kann relativ nah heranzoomen in der weiten Distanz. Was sehr, sehr angenehm ist. Sehr, 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 sehr angenehm, kann ich euch sagen. So, dann gehen wir mal direkt nach unten. Wir wollen hier nicht mehr bleiben. Ich glaube, ich habe eine Menge getan seit dem letzten, äh, seit dem letzten Video. Beziehungsweise, ich habe generell hier nicht wirklich gezeigt, was hier alles vor sich geht. Hockey und Sean haben natürlich ihre Türme schon ein bisschen weiter gemacht. Also das Wichtigste ist, ich habe auch das Sortiment. Wissen Sie das, wir können mal eben zu meinem Laden rüberschauen. Ich habe ein Sortiment, der mich direkt ein bisschen erweitert. Ich habe auch, äh, das größte Nether-Portal der Welt angeboten. Ich glaube, dafür habe ich Obsidian angeboten. Maeve hat es gekauft. Ich habe dafür coole, ich glaube, 15 Dias bekommen. Und er hat es da oben hingestellt. Und das ist relativ interessant, wenn Tag anfängt, hat man einen relativ interessanten Lichteffekt. Und, ähm, ach, diese dummen Ranken-Dash-Game machen mich sauer. Ach ja. Shit. Ich wollte pausieren, aber ich habe, äh... Okay, FN, um zu pausieren. Äh, wir haben auch eine Mod, mit der man eigene Sounds hinzufügen kann. Und Dashgert bei seinem Laden, wenn man die Druckplatte läuft. Ah, Spectator. Hat er eine kleine, äh, Redstone-Apparatur, die dann eine Platte abspielt. Hahaha. So. Ich, äh, ich habe mir auch was eigenes geholt. Ich habe, wir haben auch einen Box, wo man es reinmachen kann. Ich habe folgendes. Was für ein Weichei? Hahaha. Das heißt, ich kann einfach... Was für ein Weichei? Ich kann einfach ein bisschen was für ein Weichei tröten. Wie groß ist die Lava-Farm geworden? Ich habe die Lava-Eimer nicht mehr im Sortiment. Ach ja, was ich zeigen wollte. Da hat die Cleanzone davor drin. Ich habe, ich habe inzwischen, ich habe, äh, relativ erfolgreich gehandelt soweit. Und ich konnte meinen Wohlstand durchaus ausbauen. Von den Diamanten sind gar nicht mal so viele gefarmt, äh, unterirdisch gemeint, wie ihr vielleicht meinen würdet. Wir, wir, wir sind ja nicht in Minecraft, wir meinen hier nicht. Ich, ich bin sehr... Ich bin ein wohlhabender Mann auf dem Server, müsst ihr wissen. Aber ist okay, ist okay, wir... Aber es hört man nicht, wenn man hier drüben ist. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder die andere, äh, Musik anmachen. Und das ist Maeves Laden, der ist neu. Hat sich hier unten was getan. Oh ja, ich habe Schilder angebracht. Schreibwarenabteilung, Heimwerkerabteilung. Und hier vorne sind die Sonderangebote. Da ich zum Beispiel auch, äh, Wanselbrü... Okay. Und hierhin steht nur für kurze Zeit. Tschüssi, tschüssi. Je nachdem, ob man sich traurig fühlt oder nicht. Und dann, äh, biete ich hier in der Heimwerkerabteilung. Ich habe meine, äh, Trapdoors. Relativ akzeptabel, würde ich sagen. Ich habe, ich habe, äh, Netherziegel gemacht. Die hat Hockey, glaube ich, gekauft. Dann, ich dachte mir, hey, ein paar ein bisschen verarbeiteter Tuffsteine. Ist doch auch eine ganz nette Sache, denn... Niemand baut damit jemals was. Obwohl man wirklich coole Steine daraus machen kann. Dann haben wir Blackstone. Dafür habe ich, äh, Ricky gestern angesteuert. Als er... Er hatte 4D, als ich um den Tag gesehen habe, habe ich gesagt, Ricky... Er hat gesagt, du würdest mit schwarzen Steinen machen. Habe ich gesagt, Ricky, ich habe Blackstone. Wenn du die haben willst. Und hier noch die, äh, Netherkits, von denen nicht eins verkauft wurde. Scheiße, sollte ich da den Preis mal senken. Genau, Ricky... Nicht Ricky, sondern, äh, Maeve hat geschrieben, wann, äh, Sonderangebot. Hier bin nämlich 48 TNT und ein Feuerzeug. 20 Dia. Ist ja was. Da ist ein Amboss. Dashcat drüben Amboss. Ich hoffe, ich werde Dashcat beim Versuch, äh, den zusätzlich in die Luft sprengen. Aber könnte Schlimmeres passieren. Dann könnte auch jemanden treffen, um das Lager schade ist. Versteht ihr? Die Firma dankt für den Gratis-Amboss-Dashke. Sagen wir 5 Dia. 5 Dia sind fair für 48 TNT, oder? Ich will hauptsächlich ein paar Sachen verkaufen, die für ein bisschen, ähnlich wie das Nether-Portal da oben, für ein bisschen Würze auf dem Server sorgen. Versteht ihr? Die Musik ist, die Musik ist, ist die zu, nee, sollte pass von Lautstärke, oder? Ist nicht zu laut. So, und dann mit den 48 TNT wird schon jemand was Lustiges anfangen können. Und hier drüben, Anfänger aufgepasst, Verzauberungskit, Einbau gratis für 5 Dia. Das hat aber auch niemand geholt. Aber ich denke, das ist ein gutes Angebot. Man kriegt alles, damit man den Verzauberungstisch craften kann. Ein Schleifstein, falls man eine Verzauberung wegmachen will. Und noch 15 Bücherregale für 5 Dia. Und da sind sogar 2 Dia dabei. Und ich baue sogar noch ein. Das ist ja quasi gestohlen. Gestohlen ist das! Gestohlen! 12 Gemälde. Die hat Zombie leer gekauft, aus dem Grund, weil es eine Mod gibt dafür. Muss ich neue nachfüllen. Ich habe ein paar von diesen Leuchttintenbeutel. Leuchtrahmen, die hat auch keiner gekauft. Leder noch alles da. Normale Bilderrahmen, alles da. Die Bücher will auch niemand. Aber das ist okay. Das ist okay, das ist mein Laden soweit. Ich würde sagen, wir haben... Also ich denke, der Verzauberungstisch ist ein gutes Angebot. So gesehen sind es nur 3 Dia. Ja. Und wir haben auch eine Mod, mit der man... Ich weiß nicht, wie man das macht, aber... Oh, schau euch das mal an. Wir haben eine Mod, mit der man auch eigene Bilder hinzufügen kann. Und sowas. Hock hier zum Beispiel. Er will Banner verkaufen und so. Und er hat auch die beiden hier gezeichnet dafür. Die mit der Mod gemacht haben, damit man die hinmachen kann. Was ich ganz lustig finde. Ah ja, äh... Das war Maeve. Der Amboss, das war ich. Eigentlich war hier auch ein Lava-Eimer mal ausgekippt worden. Naja. Und hier drüben haben wir noch das... Das war ursprünglich aus Gold. Das ist ein Zombie-Gebäude. Er hat noch nicht gesehen, dass wir da einen Eisblock reingepackt haben. Natürlich würde man meinen, dass das... Dass das Mario-Blöcke sind. Aber es sind in der Tat Lucky Blocks, müsst ihr wissen. Ich weiß inzwischen, was Lucky Blocks sind. Und ich bin nicht froh, darüber es zu wissen. Ich habe Lucky Blocks auf YouTube eingegeben. Und es gibt sehr wilde Ergebnisse, kann ich euch sagen. Sehr, sehr wilde Ergebnisse. Jetzt haben wir hier noch. Noch ein fliegender Lucky Block. Dann haben wir noch das Büro des Bürgermeisters. Wo die Lampen aktuell rausgenommen wurden. Die hat nämlich der da oben als Augen. Aber hier, seht ihr das Fragezeichen? Das ist ganz lustig, wenn man gerade eine Quest hat. Moment. Hallo, Bürger. Ich hätte gerne 10 Bärenfelle. Die brauche ich, um meinen Teppich zu machen. Ich gebe dir 15 Gold dafür. Vielleicht auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Was haben wir sonst noch Schönes? Wir haben die Toilette. Kann sich auch hinsetzen. Ein bisschen reinscheißen. Natürlich auch lüften. Wenn es gerade ernsthaft gefährlich wird. Sehr stinkig. Ich komme nicht mehr runter. Achso, ich muss oben lüften, damit ich wieder aufstehen kann. Das ist okay. Und ein lustiges Detail, das habe ich hinzugefügt. Lucky Blocks sind so nostalgisch. Ne, ich weiß nicht. Und ich habe hier unten ein Fass reingemacht. Wo ich dachte, wenn wir auf der Toilette sind. Das kann man wirklich nicht so einfach anklicken. Dann geht das manchmal nicht. Ja, da habe ich ein paar Sachen reingepackt, die man eben auf der Toilette so brauchen könnte. Fackeln für umsonst. Wie viel habe ich dabei? Dann nehme ich doch mal einen halben Stecki mit. Für einen halben Stecki ist immer Platz. Uh. Klassisches Lied hier gerade. Hier ist eine gute Lucky Block Pyramide. Leider nicht fertig geworden, weil ich nicht mehr Porträts im Angebot habe. So, in welchem grün steht hier eine Pilzkuh rum? Ich habe die nicht geholt. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Wir haben das hässliche Pilzhaus ein bisschen ausgearbeitet. Das ist jetzt ein netter Pavillon geworden, der natürlich zugemacht ist, weil wir wollen nicht, dass unser Villager stirbt. Der bietet nämlich Mending an. Und das will man natürlich unbedingt haben, damit man das Zeug reparieren kann. Ich denke, das ist ganz nett hier drin geworden. Und der hat auch ein Bild, in dem er immer erkennen kann, wofür er das Ganze macht. Ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Eigentlich was Nettes im Briefkasten. Ehrlich gesagt, Nether Rack und die Black Stones, die brauche ich. Und Klopapier nehme ich ja auch mit. Nehmen wir auch mit. So, dann habe ich hier noch ein bisschen weiter ausgebaut. Hier ist noch mein Shop Sortiment soweit ein bisschen drin. Ja, ja, die ist das. Ach ja, und hier ist eine Ofenkartoffelmaschine. Das heißt, ich werde immer genug Ofenkartoffeln haben, was doch auch eine ganz nette Sache ist. Ich habe auch eine Mod, mit der ich mein Inventar-Instant sortieren kann. Was sehr, 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 sehr angenehm ist. Ah, oh, ich habe sehr viele Nether-Ziegel. Die muss ich auch noch im Shop mal anbieten irgendwann. Shrobs. Ah, die Blume muss drüben hin. Moment, Moment, Moment. Mein Inventar muss, äh... Ne, warte, hier sind gar nicht die Blumen. Sollte die aber auch... Sollte die Blume aber auch nicht hier sein. Blumen habe ich nämlich hier. So. Äh, um die Farbe habe ich mich nicht mehr allzu viel gekümmert, weil ich sie ehrlich gesagt nicht mehr brauche. Wenn ich einmal mit meiner... Fortune 3 oder... Was weiß ich, ich glaube... Glück 3, was auch immer, Spitzhacke der Ernte, dann habe ich hier erstmal vier Stacks oder so. Das heißt, dass, äh... Ja, da gibt es nicht mehr allzu viel Gründe noch was anderes zu machen. So, wir packen das noch weg. Eimer will ich mitnehmen. Das Horn für den Fall der Fälle, falls ich anderen Spieler treffe, nehmen wir auch mit. Ich habe auch eine, ähm... Ich habe auch eine Silk-Touch-Spitzhacke. Ich habe sie der Behutsame genannt. Sehr, sehr wichtig. Gerüst. Ich habe Ricky mein Gerüst gegeben, damit er seinen Turm bauen kann. Ich hatte 63 Stück. Ich habe gesagt, ich gebe es hier mit dem Wissen, dass ich es nie wieder sehen werde und... Ich wünschte übrigens, Ricky hätte andere Steinarten hier verwendet. Statt überall wirklich nur die gleichen Bricks zu verwenden, aber... Ich habe ihr auch gesagt, glaubst du, willst du nicht vielleicht ein paar andere Steinarten noch reinmachen oder anders gemeißelte Steine? Hat er gesagt, nö, das finde ich schön so. Okay. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Gerüste machen. Ist Zombie gerade da? Gerade ist niemand da außer mir. Dash gemachten Elden Ring Fit Run. Äh... Warte, was brauche ich denn? Ich brauche... Spinnweben... Und Bambus. Bambus habe ich aus irgendwelchen Gründen... Der soll nicht beim Essen rein. Was soll denn das? Du kommst hier rein, Bambus. So, sortieren wir die Scheiße noch. Da machen wir Gerüste. Wie viel kann ich machen? 59. Ich würde sagen, das ist fast ein Stack. Damit bin ich erstmal zufrieden. Glowstone kommt weg. Ja, Dirt und sowas können wir erstmal hier lassen. Jo. Jo, passt dann auch. Würde ich sagen, wir können mal anfangen. Ich kann mit euch mal über meine aktuellen Pläne für Mogia reden, okay? Prinzipiell hat sich hier nichts getan. Außer, dass Maeve hier einen Hund abgestellt hat. Wird nämlich eine Mod drin, mit der die Hunde andere Modelle haben. Die sind aber scheinbar zu aufwendig. Und wenn da mehr als ein Hund irgendwo ist, dann fängt das Spiel an zu lenken. Und Maeve hatte zehn Hunde. Und dementsprechend war das alles super lag. Ich kann euch das mal, ich kann es mal eben anmachen. Ressourcenpaket. Better Dogs. Fertig. Ich habe ein paar Mods drin. Und das ist eigentlich mein Hund. Ich habe ihn Nintendo Gamecube genannt. Na warte, zwei werden die glaube ich so genannt, weil die die lila Halsband gegeben hat oder so. Ich weiß auch nicht, was die Geschichte war. Kann ich das Porträt noch richtig sehen? Ne, das ist auch wieder kaputt. Das ist mein Hund, den habe ich ja unterwegs irgendwo gefunden. Und Maeve hat, äh, seinen grauen Pudel bei mir abgesetzt. Denn er lebt seitdem auf der Lava brücke. Ich kann nicht wirklich, ja, ich, ich kann ihn nicht wegbewegen. Das Maeves Hund. Er hatte einfach, weil er zu viele Hunde im Lager hatte, die überall, äh, bei den ganzen Leuten in den Lagern aufgeteilt. Und ich bekam den grauen Pudel. Ist das nicht, ist das nicht schön? Optionen, Ressourcenpaket, raus damit. Man könnte ihn Cerberus nennen und dann wäre er, ähm, Cerberus. Aber in die Lava, wir werden den Hund nicht in die Lava schubsen, okay. Außer von Mr. Nonconform, 1,940, super Chat. Wie viel lieben Dank. Äh... Ich verstehe, was hat er sonst noch? Eigentlich viele, auch gar nicht so viele Ressubs, was? Äh, von Juron, Trustwolf, Flughunde, Yannickner, Dark, Syrah, Ananaset, äh, Frikadellen, Friseur, Taschentuchgeist, Dosenfutter und der Lichtsang. Äh, Ressubs, wie viel lieben Dank. So, mein Plan auf jeden Fall für Mogia ist, dass ich... Ich möchte Mogia zu einem, äh, zu dem wilden Ort machen. Zwar zu einem wilden Ort, in dem alles... Ich will einfach ein ewiges Labyrinth aus verschiedenen Gängen machen, das zu verschiedenen Räumen führt. Das heißt, im Grunde will ich die gesamte Mine... Ich will hier überall Räume reinmachen und alles. Das heißt, wir werden einiges zu tun haben. Einiges, einiges, einiges zu tun. Ich hab ein bisschen auch schon mal Vorarbeit geleistet. Nämlich hab ich die Decke schon mal ein bisschen gleich gemacht, damit das nicht zu elendig wird. Ich hab die Lava-Farm ein bisschen erweitert, damit ich hier super viele Dinge brennen kann. Ich hab ein bisschen, äh, mit Trichtern experimentiert. Oben ist die Kiste, da packe ich die Steine rein. Die werden dann die Trichter weitergeleitet und die Trichter leiten sie dann an die Öfen weiter. Und hinter den Öfen sind noch weitere Trichter, in denen hab ich Lava-Eimer drin. Und so wird, wenn ich da oben was drin hab, wird das alles durchgejagt und landet dann unten in den Kisten drin. Ist das nicht schön? Kann ich mal meine Eimer wieder mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind? Allerdings hab ich alles an Steinen, was ich irgendwie da hab, gebrannt inzwischen. Es gibt nichts mehr für mich zu tun. Essen to go wär auch was für den Supermarkt. Nee, 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 nee. Ich sag's mal so, bei mir kann man einen Stack Ofen-Kartoffeln gratis mitnehmen, wenn man bei mir im Lager ist. Und in meinem Briefkasten sind zwei Stacks Hammelfleisch. Niemand zahlt für die Scheiße. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz klassisch an, okay? Steinsäge. So, so, so. Machen wir noch einen Stack. Machen wir noch einen Stack. Dann wiederum, mir fehlen auch noch Treppen. Äh, folgende Sache übrigens, die ich gelernt hab, bei, äh, dieser Mod hier. Beziehungsweise bei den Mods, die wir haben, ist. Dass man, wenn man so eine Treppe legt, dass man dann acht rausbekommt. Das heißt, die Steinsäge ist auf unserem Server weniger effizient, als es einfach in der Crafting-Box zu machen. Ist das nicht fantastisch? So, dann, äh, können wir die Scheiße hier eigentlich wieder einreißen. Wir machen, wir gehen wieder zurück zur richtigen Treppe. Müssen wir nicht mehr dieses ein-Block-hohe-Etwas nehmen. Was sehr angenehm ist. Ja. Machen wir hier zu. Hab ich ein bisschen Cleanstone dabei. Hier, äh. Können wir mal den Behutsamen zur Seite legen. Ich glaub, den brauch ich gerade nicht. Gibt nicht wirklich einen Grund, hier Cleanstone speziell zu verwenden, aber, naja. Ihr wisst ja, wie's manchmal ist. So, dann machen wir so, 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 so. Einfach alles zumachen. Das war jetzt so gut. Und dann ist es, äh, an der... Ne, warte, der Boden ist Deep Slate. Der Boden ist gar nicht diese grauen Bricks. Habe ich noch Deep Slate da? Beim Ofen kannst du auf die Trichter noch Kitz platzieren, dann kannst du mehr Brennstoff, ah, kein Lava-Eimer reingeben. Ich meine, ich hab, ich kann fünf Lava-Eimer pro Ofen machen. Ich hab hier... Wo kommt die Scheiße her? Wo kommt... Warum ist das da hinten drin? Da hat irgendjemand... Ach, weil ich ja Zeug abgebaut hab. Äh, ich kann hinten... Ich kann bis zu fünf Lava-Eimer da überall drin haben und das ist halt mehr als genug. Das ist sowas von mehr als genug. Diese fünf Lava-Eimer halten richtig lange. Jo, äh, genau, Deep Slate. Ich wollte schauen, ob ich Deep Slate hier hab. Haben wir da, haben wir da, haben wir da. Ist ja gar kein Problem. Ne, warte, Treppen brauch ich damit, aber dann können wir noch einen Stack zu den Ziegeln machen, ganz klar. So, dann würde ich sagen, wir werden mal die Treppen abreißen. Die Treppen müssen weg! Außer von Sabal Oleg, 41 Monate, Resub. Und von der Marche, 66 Monate, äh, Deku, 19 Monate. Ich glaub, das war's erstmal wieder. Äh, wie, wie, wie lieben Dank, wie, wie lieben Dank. Es ist praktisch, es ist praktisch, geht aber gegen alle Minecraft-Gesetze eine Treppe falsch rumzubauen. Inwiefern? Meinst du, ist da an der Decke da oben? Das ist eigentlich relativ üblich, es so zu machen, würde ich einfach mal behaupten. Generell kann ich mit Treppen relativ viel machen. Ich hab natürlich inzwischen, ich hab viel Zeit, ich hab nicht viel an Mogia, ich hab gar nichts an Mogia weitergebaut, effektiv bis auf den Ofen und sowas. Und generell in der Mine ein bisschen Kram, aber ich hab das Gefühl, ich wurde in der Zwischenzeit ein relativ erfahrener Spieler. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab die letzte Einzelwoche viel zu viel Zeit im Spiel verbracht. Also ich, ich weiß Bescheid, egal worum's geht, okay? Quasi. Ich konnte richtig schon den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, falls das was bedeutet. Shit. Ganz langsam aber sicher. Hör doch auf jetzt. So, so, okay. Also, die Treppen hinbauen. Ganz langsam aber sicher machen wir das. Und was ich heute im Idealfall machen will, ist, ich will den Hauptraum ein bisschen ausbauen. Also den da unten. Heraustellen, was ich damit machen will. Und ich hab noch einen Schneeraum, den ich auch gerne machen würde. So, so ein bisschen Schnee kann ja nicht schaden. Dafür war ich mit Maeve ein bisschen am Nordpol. Und wir haben ein bisschen mit der Silk Touch Spitzacke ein bisschen Eis geholt. So, soweit so gut. So weit so gut. Die Höhe passt noch nicht mehr. Das heißt, wir können hier mal eben nochmal... Ach du Scheiße. Ja, das wird ein bisschen dauern. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Schnee, Schnee habe ich auch geholt neben Eis. Wir haben alles mitgenommen. Der Behutsame hat aber eine Menge Schaden genommen dabei. Was ein bisschen unangenehm ist. So, das machen wir alles noch eins tiefer. Damit wir auch wirklich drunter durchlaufen können. Das ist ja ein Träumchen mit Effizienz 4, oder? Da schmilzt der Stein förmlich dahin. Okay. Also ich glaube, ich würde aber mich erstmal lieber um die Wände kümmern, bevor wir das da oben alles machen. Das wird noch ein bisschen langwierig. Aber soll ja schön aussehen. Soll ja schön aussehen. Deswegen können wir weder Kosten noch Mühen scheuen. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn ich das mit dem Behutsamen abbauen würde. Und nicht mit meiner Spitzsack ohne Silk Touch. Aber, äh, die andere ist nicht so effizient und hält auch nicht lange, weil sie keine Bonus-Haltbarkeit hat. Deswegen gar keine Lust. Gar keine Lust darauf. Und ein bisschen Lapis? Braucht jemand ein bisschen Lapis-Lazuli? Dann macht euch mal die Taschen voll. Ich brauche die Scheiße nicht an dem Punkt. Eine neue Rüstung muss ich auch definitiv noch machen. Eine mit Verzaubern. Maeve bietet in seinem Laden Zauberbücher an. Das heißt, wenn er heute im Laufe des Tages noch online geht, will ich da auf jeden Fall vorbeischauen. Deswegen habe ich auch in seinen Laden noch nicht reingeschaut. Das meine ich. Ich glaube, er hat mir schon gezeigt, was sein System ist. Aber wir tun überrascht. Wir tun überrascht. Ich glaube, da will ich vielleicht dann auch noch ein paar andere Steine zur Deko reinsetzen. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist natürlich, dass, äh, man will das Ganze ein bisschen durchmischen mit den Steinen. Polierter Andesit könnte sich zum Beispiel ziemlich gut machen. Den kann man mit dem, äh, mit den Bricks eigentlich ganz gut paaren, würde ich sagen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich den am besten hier dann, äh, anbringen könnte bei der Treppe. Wir machen hier mal. Einfach alles zu und dann entscheiden wir weiter. Ne, warte, hier auch. Wir machen, wir machen alles zu. Außer von irgendeinem, äh, random 2 Euro. Äh, super Chat, viel, viel lieben Dank. Wo ist eigentlich das Video von Games von einer Person? Was? Was, 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 was für Games von einer Person? Von, von welchem Video reden wir? Außer von Mars Tracker, 82 Monate, 3 Sub, Anime Jennifer, erfrischer Sub, wieviel lieben Dank. Ja, so ein Lapis ist natürlich schon, äh, Glanzmoment. Ich glaube, ich bin übrigens aktuell auch wieder bei einer, in einer akzeptablen Phase, fuck. In einer akzeptablen Phase und, äh, motiviert, um Videos zu machen. Ich fühle, da war ich die letzten Monate immer sehr, äh, wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Ich meine, ihr habt es im Stream wahrscheinlich mitbekommen, ich habe es ein, zwei Mal angemerkt. Ich glaube, ich habe diese Woche ein, zwei, äh, Dinge gemacht, die mir ganz gut gefallen. Eins war, ähm, ein Video, das kommt nächste Woche. Diese Woche kommt noch das mit dem, äh, GTA Game Boy Color spielen. Weil es ist ein Video, mit dem ich nicht zu 100% zufrieden bin, weil ich so fühle, ob es war, vom Inhalt wieder sehr viel, äh, sehr viel Stärken und Schwächen auflisten. Aber es ist ein fertiges Video, ich soll es einfach hochladen. Ich habe keinen Grund, es nicht hochzuladen. Auf jeden Fall. Äh, was ich gemacht habe, waren Videos, war, es ist tatsächlich auch vom Voice-Over, äh, das ist ein Video, das fühlt sich sehr oldschool tatsächlich an. Es ist über, äh, fünf Spiele, deren Nachfolger niemand gespielt hat. Was auf jeden Fall ziemlich gut, äh, so funktioniert hat, dass es nicht zu langweig wurde. Die ganze Zeit wieder irgendwelche Scheiße erzählen, die eigentlich niemand interessiert und nur die Video-Zeit streckt. Ah, und, äh, da bin ich sehr zufrieden damit, wie das, äh, wird, glaube ich. Da freue ich mich, äh, sehr darauf. Tja, ich habe ein bisschen mit dem Rückblick auf den Nintendo DS angefangen. Was auch ein Video ist, dass ich seit Ewigkeiten machen wollte, aber ich habe nie angefangen, weil ich dann auch wieder den Anspruch hatte, dass ich mir dachte, oh nein. Es sollte so sein, wie, äh, eher in die Richtung wie das PSP-Video, was einfach dieses Arschlange-Videos, wo ich alles anmerke und sowas, deswegen habe ich nie angefangen. Weil ich mir dachte, nee, das ist so viel Arbeit, ich will nicht. Ich habe keine Lust. Aber dann, äh, ich habe ein bisschen angefangen, ich dachte mir, ja, was, wenn ich das Ganze ein bisschen wieder in der Richtung mache, wie das, äh, Rückblick auf den Gameboy-Advance-Video. Mehr mit einer persönlichen Note und natürlich alles auch ein bisschen kurzweiliger. Und das ist auf jeden Fall, wie ich das, denke ich, machen will. Habe noch nicht zu viel daran gemacht, aber ich bin zufrieden. Habe auch schon, äh, einen kleinen Teil darüber geschrieben, dass, äh, niemand DS-Spiel gekauft hat. Und jeder entweder eine Flashcard hatte oder über den Emulator gespielt hat. Ich meine, es ist nicht so, dass niemand DS-Spiel gespielt hat, aber ihr wisst Bescheid. Ihr hattet ein DS. Ihr wisst, wie es läuft. Äh, will ich hier runter machen? Wir machen runter. So, sonst geht die ganze Wärme ja raus. Oh ja, und, äh, ein Video, woran ich die letzten Tage gearbeitet habe, was... Ah, shit. Wo ich, äh, dafür ein Spiel spiele, was dann... Ich bin bisher relativ zufrieden damit, wie das Ganze, ähm... Wie ich das Ganze von Writing her hinbekomme, weil... Ich werde wirklich weg von diesen Videos, die ein bisschen so in die Vorteile und Nachteile von irgendwas auflisten Richtung gehen. Weil ich, ich finde das ehrlich gesagt super nervig. Ich hasse es auch immer, wenn ich das mache, aber man verliert sich immer so schnell darin. Äh, ich finde es immer sehr schwer, es irgendwie anders zu machen. Aber wie auch immer. Äh, das Spiel, wo ich das, was ich dafür gewählt habe, war, äh... Ich dachte mir, was, was würde es eins geben? Und, ähm... Ich habe Borderlands 1 gewählt, weil ich mir dachte, ja, das war, das habe ich eigentlich gern gespielt. Da habe ich dann auch ein bisschen drüber geschrieben, wie ich es damals gespielt habe. Und dann auch hauptsächlich, wie ich damals Dinge wahrgenommen habe und wie es heutzutage ist. Es wird so eine 15 Jahre später Situation quasi, aber... Ich mag an sich, in welche Richtung das Skript so weit geht. Und ich bin inzwischen in New Haven angekommen. Ganz recht, ihr könnt dem Hype glauben. Ach ja, als Deck hatte ich hier das. Ich glaube, wir gehen noch ins Hör für die Decke, ehrlich gesagt. Hört mir gerade auf. Just in diesem Moment. Shit. Mach mal zu. Übrigens, wenn ihr direkt einen Block auswählen wollt, den ihr anschaut, mittlere Maustaste drücken. Und man nimmt ihn instant in die Hand, wenn er im Inventar irgendwo ist. Sehr, sehr angenehmer Lifehack. Der auch ohne Mods funktioniert. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das auszunutzen, wenn ihr was bauen wollt. Und nicht nur für Creative. Dash gemeint, er macht das nur in Creative, aber... Ich finde es in Survival auch unfassbar hilfreich. Wer hat sich als Idee, als Witz Kupfer, als Angebot im Moggi-Discounter anzubieten? Sache wie, heute, wenn du drei Lava einmal kaufst, kriegst du einen Stack Kupfer obendrauf, um das Kupfer loszuwerden. Pass mal auf, mein Kupfer... Meine Öfen da unten. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die sind sehr effizient. Das heißt, ich habe tatsächlich scheiß viel Kupfer eingeschmolzen. Ich hatte irgendwo, glaube ich, noch mehr Kupferblöcke. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Und ich habe von all dem, was ich gemacht habe, hat es dann irgendwie nur für ein bisschen über ein Stack Kupfer gereicht. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja, dass das mit Kupfer ist vorbei. Das wird nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Kupferblöcke hin habe. Warum sind die nicht bei Scherze? Das sind doch Scherze, die Kupfer... Ich meine, es sind zwei. Vielleicht habe ich sie auch nicht gemacht. Vielleicht habe ich auch... Nee, ich glaube, ich wollte schauen, wie viel ich rausbekommen würde. Das war zu wenig. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Dummes. Wollt, jetzt machte ich Teil 2 mal. Das Teil 3 wäre etwas enttäuschend. Ja, das ist... Ich meine, dass Teil 3 etwas enttäuscht ist. Ja, ja. Teil 2 ist generell bei den Leuten immer so der populäre Kandidat für den Lieblingsteil. Ich fand bei Teil 2 immer die Dialoge sehr nervig. Da sind sie sehr hart in die lustige Richtung gegangen, was ich gar nicht mochte. Aber ich habe mir auch Sorgen gemacht. Das war einer der Punkte im Video, wo ich mir dachte, habe ich es mir nur eingebildet, dass das damals in Teil 1 nicht so war. Und tatsächlich, es ist nicht so. In Teil 1 gehen sie einem nicht ständig auf die Nerven mit ihrer Scheiße. Warum habe ich Dioritblöcke... Äh, Kalz... Nee, das ist Kalzit. Warte, warum habe ich gepolierte Diorit... Achso, ich habe direkt Treppen rausgemacht. Okay, sehr schön. Ja. In Teil 1 sind sie nicht die ganze Zeit so Nerven mit ihrer Scheiße. Kegi möchte richtig viel Kupfer. Ja, aber Kegi hat kein Geld. Ah, ich könnte auch die Treppen aus Quarz machen hier oben. Das habe ich in den Kommentaren letztens gelesen. Stimmt, ich habe inzwischen auch ein bisschen Quarz da. Problem ist aber nicht übermäßig viel Quarz. Zum einen. Und zum anderen, ich habe schon angefangen mit poliertem Diorit. Und ich mag die Textur davon auch. Deswegen, wir bleiben mal dabei. Ich würde gerne sagen, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Aber das tut es wirklich nicht. Es sieht wirklich nicht ordentlich aus. Äh, okay. Hier bin ich... Die ist immer... Äh, komm mal, wir da noch ein bisschen Kalzit rein. Außer von Midnar Pants. Äh, frische Mitgliedschaft. Bibi, lieben Dank. Bibi, lieben Dank. Es geht gegen alle Gesetze, die Treppe falsch um Crafting-Menü zu bauen. Dann kommt 8 raus. Aber wenn er nicht unzufriedenheit breitet sich aus bei dem Anblick. Ja, ich weiß. Ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht der größte Fan davon, dass wir bei Trapdoors und bei Treppen mehr rausbekommen, wenn wir uns normal craften. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht wirklich die normale Menge ein Problem zwangsweise ist. Aber... Naja. Bringt mich jetzt auch nicht um. Okay, zieht habe ich direkt dabei. Sehr schön. Bringt mich auch nicht um. Außerdem von El-Banana, zwei Monate Re-Sub, äh, Vögelmann, 26 Monate und Feuerlord Panda, 25. Bibi, lieben Dank. Oh, oh. Warte, habe ich noch Bricks? Ah, fuck. Ich weiß, wir müssen mal eben, wir müssen noch... Ich sollte anfangen mit Behutsamkeit einfach die Scheiße abzubauen. Ne, ne, ich habe noch genug. Ich habe noch genug. So. Ah, habe ich noch mehr Kobbel? Habe ich noch mehr Kobbel? Kobbel hier? Kobbel hier. Ich habe auch so einen Mod, mit der ich Sachen aus dem Moment einfach, indem ich, äh, die linke Maustaste gedrückt lasse, rausziehen kann. Was super angenehm ist, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe hier noch den Rest. Vielleicht kann ich die Treppen auch brennen. Das wäre eigentlich ganz angenehm. Ja. Dann... Dann... Habe ich die Eimer dabei? Ich habe die Eimer dabei. Aber warum habe ich nur vier Eimer? Habe ich nicht mehr? Oh, da sind zwei wieder. Da sind nochmal zwei. Lava-Farm muss ich auch dringend noch schöner machen. Aber er füllt erstmal ihren Zweck soweit. So, und jetzt... Lustige Sache ist, man kann die Lava einmal auch einfach reinwerfen. Wenn man sich ganz abenteuerlich fühlt. So, jetzt sind überall, ähm... Neben dem Eimer, der unten brennt, habe ich jetzt noch zwei bis drei Eimer da drin und... Ah, ne, da sind generell noch welche im Ofen. Ich sage es euch, dieser Ofen, der wird sehr effizient jetzt brennen für die nächste Zeit. Und wenn es fertig ist, holen wir uns unten die Scheiße einfach raus. Ist das nicht angenehm? Oh, ja, ich habe... Uh, ich habe glatte Steine ja gemacht. Uh. Uh. Damit kann man bestimmt auch was anfangen. Ist da hier nur noch 20 normale Steine? Stimmt es, dass man aus Treppen auch wieder normale Steine machen kann? Tatsächlich. Geht ein bisschen was verloren, aber was soll's. Was soll's? Ich will hier schließlich die Scheiße endlich mal flicken. Und zwar, irgendwo oben war noch... Da war noch ein hässlicher Granitblock. Da ist noch was hässliches zu sehen. Da ist noch was hässliches. Eben... Äh... Ebenfalls. 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 Ja, Entschuldigung. Ich muss das kurz... Ich muss kurz die Scheiße loswerden. Habe ich das überhaupt übersehen beim Bauen? Ach ja, weil ich noch einen Block höher gegangen bin dann. Das war ja ursprünglich gar nicht so geplant. Dann machen wir das Ganze nochmal hier drüben. In welchen Farben wird Mogia strahlen, wenn's fertig ist? Grau. Hauptsächlich will ich die Räume aber alle relativ abwechslungsreich machen. Ich will ein komisches Labyrinth aus Mogia machen, das keinen Sinn ergibt so wirklich. Was aktuell... Wo ich aktuell schon auf einem guten Weg bin, denn die regulären Wege durch Mogia geben keinen Sinn. Und natürlich müssen wir dafür die Höhle noch großzügig ausbauen. Großzügig. So. 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 Shit. Alles hier rein. So weit. So. Gut. Ah ja, Sache, die ich noch anmerken kann. Das gehört noch zu der Videothematik von vorhin. Bei dem Video mit... Genau, es wird über fünf Spiele der Nachfolger niemand gespielt hat. Äh, die Sacred-Reihe kommt auch darin vor. Ich hab Sacred-3 dafür gespielt. Komplettes Müllspiel, wie ich herausgefunden hab. Weiß nicht, wie viele Leute von euch Sacred-3 gespielt haben, aber es ist ziemlich scheiße. Und was ich herausgefunden hab, ist die Leute, die Sacred-3 gemacht haben, sind die, die Entschrouded gemacht haben. Was ich sehr wild fand. Ich find's immer interessant, bei solchen Müllspielen einfach mal auf Wikipedia nachzuschlagen, was die Entwickler sonst noch gemacht haben. Und in dem Fall fucking entschrouded. Ich hab Sacred-3 gespielt und musste kotzen. Ja, Sacred-3 ist es. Es hat keine RPG-Elemente. Ich weiß nicht, was das soll. Machst du ein Video zu Akira Tokiyama? Warum soll ich ein Video zu machen? Weil er... Ich mein, ich weiß, dass er gestorben ist, aber... Für Leute sind wieder... Es ist generell immer die Sache, wenn eine berühmte Persönlichkeit stirbt, dann... Leute sind immer ein bisschen komisch irgendwie. Oder oftmals. Ist auch nicht. Warum sollte ich... Ich werd kein Video machen. Ich glaub nicht, dass das meine Rolle in dieser Welt sein sollte. Ah... Zur Deko wollte ich noch was holen. Ne, warte, warte, warte. Laternen, Laternen. Können wir ein bisschen was wegmüllen? Na, der kann weg. Ah, fuck. Nicht mehr viel Eisen übrig. War ich für die Laterne Nuggets? Keine Ahnung. Und Fackeln. Wir brauchen sogar eine Menge Nuggets. Es war noch nicht genug. Voller Stack. Acht weitere Laternen. Elf Stück. Damit kann man doch erstmal arbeiten. Weg damit. Bambus brauchen wir auch nicht mehr. Hast du irgendwann mal vor, ein Golem in Muggets, Labyrinth bauen und die Balrog zu nennen? Ne. Ne, ich glaub nicht. Wenn man bei der Person stirbt, sieht man tausende Videos über die Person... Ich mein, es ergibt schon Sinn. Ich weiß ja nicht, warum ich die Person sein sollte, die es dann macht. Kann ich hier rüber? Hier kann ich rüber. Easy. Also wir bringen natürlich ein paar Laternen an. Ich glaub, was bei der Akira-Toriyama-Sache zum einen... Als ich es ein bisschen hab einsacken lassen, war ich tatsächlich unerwartet traurig für kurze Zeit, muss ich sagen. Eher unüblich. Wenn, ähm... Ja, wenn halt Leute sterben, ich mein... Kennst du die Leute dann doch nicht persönlich. Und ich soll jetzt hier ihre Werke dann zwangsweise verschwinden. Das fand ich dann doch, äh... Bisschen traurig. Drei Blöcke. Eins, zwei, drei. Oh ja, und, äh... Was es schon ein bisschen komisch gemacht hat, war... Bei irgendeinem Video hat jemand einen Kommentar geschrieben. Es war irgendwie... Äh... Akira-Toriyama ist gestorben und dann so ein komischer Lach-Smiley mit einer Träne. Und ich dachte mir, was... Was ist... Hieß auch irgendwie so ein Goku oder so. Da dachte ich mir, das ist... Ich fahre mich, ob das der richtige... Ob das der Emojis, den du wählen wolltest. Das wäre nicht der, den ich gewählt hätte. Also das war ein bisschen, äh... Seltsam. Das ist okay. Das erfüllt seinen Zweck. Das Problem ist, ich werde hier gleich, äh... Ins Nichts, äh... Nach draußen bauen. Das heißt, wir werden die eine Wand dahinter eventuell da drüben dann nicht mehr machen können. Dieser Emoji. Nein, nein, es war der, der, äh... Lacht und dann, äh... Eine Träne an der Stirn quasi hat. Dieser etwas verlegene Lacher, der... Hehe. Hehe, er ist tot, hehe. Ups. Das war, war, war ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, ich, ich, ich... Ich bin bereit, äh, mir vorzustellen... Dass er den nicht wählen wollte. Ja, genau der. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den nicht wählen wollte. Aber Tatsache... Es war generell sehr... Es ist generell, sowas so zu schreiben bei dem Random Video. Keine Ahnung. Und dann, dann der Emoji dazu, weiß ich, war, war komisch. Gab mir komische Vibes. Es war nicht der mit dem Lächeln und der Träne. Schau dir den Maefer mit den Sollenbrillen-Emojis. Oder wie ich zu sagen pflege. Was für ein Weichei. Kommt mein TTT-Part nicht bei YouTube? Ne, von der letzten Aufnahme, ähm... Hey, hey, hey. Weiß auch immer, fast schon. Äh, von der letzten Aufnahme kommt meine Folge nicht, denn... Ich fand die Folge generell nicht sonderlich gut. Muss ich gestehen. Und ich fand sie erst recht aus meiner Perspektive wirklich nicht gut. Und dementsprechend, äh... Ja, ne. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Äh, ne, ich glaube, ich würde hier lieber den Geschlifftenstein wieder reinmachen. Ich meine, ihr könnt sie bei den anderen anschauen bis jetzt. Ist nicht so, dass die Folge verloren geht deswegen. Ich denke, aus meiner Perspektive war die Folge ziemlicher Müll. Ja. Ich denke, es ist schon okay, wenn ich dann, äh, sie nicht hochlade in dem Fall. Für mich ist zumindest okay. Gibt immer wieder Leute, die sehr, äh... Darauf pochen, dass, äh, jeder Content guter Content ist. Aber ich weiß nicht. Ich denke, es war wirklich für mich keine gute Folge. Die nächste lade ich wieder hoch. Also, keine Sorge, an der Front. Ist nur die eine, die ein bisschen... Naja. Die überwie mochte ich nicht so. Außerdem von Bommel. 53 Monde. Techno-Restup. Viel, viel, lieben Dank. Außerdem Dash-Kerate. Äh, viel, viel, lieben Dank. Willkommen. Habe ich Tipps für Jacob und Esau bei der Binding of Ice? Ich bekomme keinen Run hin. Äh, ich habe keine Ahnung. Einfach, einfach machen. Ich weiß auch nicht. Irgendwann wirst du dich schon halbwegs dran gewöhnen. Das ist soweit, äh, die Hoffnung. Vielleicht überlegst du es ja nochmal mit der TTT-Folge. Nee. Nee, ich werde die nicht, äh, später dann hochladen. Ich kann, ich kann jetzt sagen, wenn die Folge am Tag danach noch nicht gekommen ist, wird sie nicht mehr kommen. Außerdem von Fjord's Wett. 19 Monate. Resup. Viel, viel, lieben Dank. Von Luzi. Äh, 30 Monate. Auch dafür. Viel, viel, lieben Dank. Taktik bei Jacob und Esau ist nicht getroffen zu werden. Das ist die Taktik bei den Meiskaltern. Bis auf The Lost. So. Da unten können wir auch noch wegmachen. Also. Soweit, so gut, würde ich sagen. Nicht das kreativste Treppmaus hier und... Ah, nee, 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 nee. Also ich meine hier, so. Ich wollte gerade sagen, dass hier der eine Block dazwischen ist, das stört mich ein bisschen. Nicht die kreativste Treppe, aber ich würde sagen, ist ganz hübsch. Ich mag eigentlich das mit den Laternen in der Wand und dann abwechselnd diese, äh, Steine mit dem Muster. Ich denke, das ist ganz schick, oder? Was meint ihr? Erfüllt seinen Zweck, erfüllt seinen Zweck. Oh, ich würde auch gerne, dass hier um... Das machen wir jetzt vielleicht gleich, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, werden wir vielleicht den, äh, Raum um das Netherportal herum jetzt direkt schöner machen. Weil dann haben wir hier oben schon mal... Ich meine größtenteils fertig. Ich weiß aktuell noch nicht, was ich beim Thronraum machen will. Deswegen schiebe ich da noch ein bisschen von mir her. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich erst mal, ähm, wenn ich erst mal hier oben so halt fertig machen würde. Treppe kriegt eine 8 von 10 möglichen Punkten. Ich weiß nicht, sieht gut aus. Dankeschön. Äh, Isaac, Online-Release ist dann, wenn es fertig ist, weil... Keine Ahnung, irgendwas mit irgendwelchen Leaks oder was auch immer von Leuten, die da ein bisschen gedata-mint haben. Irgendwas ganz Nerviges. Äh, lass mich die Stein mal eben unten in die Kiste reinpacken. Oh, Pikmin-Musik. Wir haben übrigens so eine Singleplayer-Videoreihe zu Pikmin 1 gemacht. Beziehungsweise angefangen, ist noch nicht fertig. Wir werden, glaube ich, dann hochladen, wenn wir sie fertig aufgenommen haben. Ach komm, alle, alle weg, alle weg, alle weg. Ah, ein bisschen Koppel zum Flicken. Wir werden sie dann hochladen, wenn wir sie fertig aufgenommen haben. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Weil das Problem ist, wir haben jetzt erst drei Folgen aufgenommen. Aber ich weiß nicht, ob wir nächste Woche dazu kommen, weiter aufzunehmen, weil wir wieder eine TTT-Aufnahme haben. Ja, deswegen, äh, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wo es als Piratsprache in Minecraft gibt? Ich glaube, ich erinnere mich an sowas. Äh, nee, weil Schmutz ist es nicht. Bei Schredder, bei Schredder haben wir sie. Die Schredder-Ziegel. Kann man machen, indem man, äh, die Nether-Rack-Blöcke ein bisschen brät. Ich würde sagen, wenn wir hier in Mugia sind, machen wir nicht die Scheiße hier unten. Oh mein Gott, die Spitzhack ist viel zu effizient dafür. Ah, was ist da? Ah, was ist nur passiert? So ein bisschen den Boden schöner machen. Dann wiederum, wir gehen noch eins weiter runter. Die Schredder-Ziegel verkaufe ich natürlich auch im Shop, falls jemand Interesse hat. Wir gehen noch eins weiter runter. Ich weiß nicht, dass das Nether-Portal dann so ein bisschen im Boden versinkt, ehrlich gesagt. So, dann wollen wir hier noch ein bisschen größer machen. Ich weiß nicht ganz, wie man... Ach du meine Güte. Geht die Scheiße wieder los? Ich weiß nicht, ganz, wie man so einen Nether-Portal-Raum am schönsten macht, aber... Mir fällt was ein. Hoffe ich, denke ich. So, machen wir da oben auch weg, wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, ich würde ihn gerne noch eins weiter machen. Ehrlich gesagt... Damit wenigstens um das Portal herum noch ein Block frei ist. Ich glaube nicht, dass man außen rumlaufen will, aber... Ich hätte gerne die Option, es zu tun. Dein lautes A hat mich echt gerade erschreckt gerade. Wann war ein lautes A? Ich erinnere mich nicht mehr. Gibt es auch bayerisch Minecraft? War das eine Mod? Oh Gott. Äh... Okay. Ferti. Zurück zum Spui. Nenner Ziegel. Ja, Mann, Schaufel. Boxhorn. Korshärte. Krüst. Backte Kartoffel. Ich weiß, ich sollte mich nicht so erheitern, aber das erheitert mich sehr. Ja. Ja. Oh, es ist so dumm. Es ist einfach nur wirklich dumm. Für Schweizerdeutsch ist Feuerzeug am besten einfach, äh... Fürzüge. Ich meine, Schweizerdeutsch ist generell ein Stück weit, äh... Ein gutes Stück anders. Wie lief eigentlich noch deinen Elden Ring Run soweit, Dashke? Elden Ring Fit. Dashke spielt ein bisschen Elden Ring mit dem Elden Ring Fit Controller. Was, äh... Ja. Kann man machen. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Hab Radar noch gemacht. Ja, Radar macht es ja quasi von selbst. Gute Final Fantasy Crystal Chronicles Musik direkt an den ersten Tönen erkannt. Bei dem Video über fünf Spiele der Nachfolger, die man gespielt hat, kommt ebenfalls Final Fantasy Crystal Chronicles vor. Das heißt, wenn du Final Fantasy Crystal Chronicles Fan bist, dann... Mehr, äh... Mehr Content dazu wird es von mir niemals geben. Aktuell ist die goldene Zeit scheinbar. Ich dachte mit dem Wii Fit Balance Board... Nee, Ring Fit. So, wir müssen noch eins weiter weggehen... Äh, weiter rausgehen, wenn ich die Steine hier setze, ist mir gerade aufgefallen. Ich würde hier eigentlich ganz gern noch... Will ich hier Blackstone anbringen? Was, 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 was sind coole... Nethersteine? Boden mache ich auf jeden Fall Netherziegel. Und dann mal schauen. Nee, die Ecke hätte ich ja nicht lassen können. Naja. Äh... Das ist noch eins weiter hoch. Zwei. Ah, hier muss ich noch weiter rüber. Easy. Im Gegensatz zu Fuller, geh ich da mal easy on the Pepsi, versteht ihr? Für mich Final Fantasy ist Crystal Chronicles eigentlich, oder ist das ein eigenes Spin-Off? Ah, das Crystal Chronicles Universum ist ein komplett eigenes. Es gibt einige Teile. Es war hauptsächlich immer auf... Äh, Final Fantasy auf Nintendo-Konsolen. Ich glaube, es gibt auch nur einen halbwegs richtigen Teil davon. Und das ist, ähm... Hey, das ist ja mein Schlafzimmer. Und das ist, äh... Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Bearers auf der Wii. Was ich vor nicht allzu langer Zeit durchgespielt habe, weil ich eigentlich ein Video über Final Fantasy auf der Wii machen wollte. Aber, ich meine... Ihr könnt euch denken, wie viel daraus wurde. Vor allem Teil davon werde ich dann für das, ähm... Wo ich aktuell dran arbeite. Oder was ich, äh... Wahrscheinlich nächste Woche dann kommt für das Video verwenden. Mit den Spielen, deren Nachfolger niemand gespielt hat. Da passt, äh... Crystal Chronicles auf jeden Fall ganz gut rein. Wird das Schlafzimmer eigentlich auch noch verlegt? Warum sollte das Schlafzimmer verlegt werden? Was hast du gegen das Schlafzimmer? Was braucht man eigentlich, um Seelenfackeln zu machen? Wir brauchen nämlich später noch welche für, ähm... Ah, fuck, der Boden hier muss auch noch raus. Ah, wir brauchen später noch welche für... Ich weiß nicht, was soll ich sagen. Oh ja, ich will so einen Schneeraum machen. Das Lied ist ziemlich laut, oder? Das für Wii, äh... War echt kein guter Nachfolger. Wie, was meinst du? Meinst du Crystal Bearers? Ich mochte Crystal Bearers an sich. Aber der Nachfolger von Crystal Chronicles... Ich weiß nicht, wie weit du mit vertraut bist, aber... Der richtige Nachfolger ist selbstverständlich... Oh, was ist das? Ah, ich kann gar nicht so breit machen. Ich kann hier nach... Die Richtung gar nicht weiter rüber. Der richtige Nachfolger ist, äh... Selbstverständlich, ähm... Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King auf WiiWare. Kennst du Dragon Quest auf der WiiWare, wo du gehe ich damit Motion Controls besiegen musst? Ja, kenne ich. Das Spiel ist von Genius Sonority, äh... Was das Studio ist, die Pokémon Colosseum und XD gemacht haben. Das ist so, wofür ich das Spiel hauptsächlich kenne. Aber darüber sollte ich auch irgendwann mal reden in dem Video oder so. An sich ist es auch... Ich finde es relativ interessant. Erzählig, dass es existiert. Weil sie haben es zwangsweise ein zu interessantes Spiel. Was will ich hier für Wände machen? Einfach Nether Rack? Weil warum habe ich rechts weiter als links? Mir fällt das eigentlich auf der linken Seite besser, ehrlich gesagt. So. Nether Holz? Ha, ich weiß nicht. Ne. Pilzlichter? Ich kann nicht Wände nur aus Pilzlichtern machen. Dragon Quest Sword zwar so weird im Vergleich zum Rest der Reihe. Gut, aber weird. Äh, ich stimme dir nicht zu, dass es gut war. Ich fand es ehrlich gesagt sehr, äh... Unfassbar eintönig. Und ich würde nicht mal sagen, dass für die Dragon Quest Reihe zu ungewöhnlich ist. Weil Dragon Quest hat immer sehr wilde Spin-Offs. Diamantblöcke. Könnte ich machen. Will ich aber nicht. Versucht Basalt im Nether zu holen. Ne, ne, ne. Wir machen jetzt kein großes Nether-Abenteuer. Ich glaube, ich habe aktuell kein Biom in der Nähe, wo es Basalt gibt im Nether. Was sieht die an? Schauen wir, wie viel Blackstone. Schauen wir, was wir in der Nether-Kiste haben. Glowshrooms, Quartz, angezündeter Soulsoil, Magma-Blöcke sind ganz cool für Deko. Wandoptionen, weil Ziegel sind noch. Der Universal ist die Mitte. Salz ist auch noch eine gute Option. Ja. Ja, nicht Shrobs, sondern Schredder. Ah, easy. Easy. Für die Decke könnten wir Quarz... Ne, Quarz passt nicht wirklich. Wir nehmen noch einen Stack. Magma-Blöcke mit. Pilzlichter. Ah ja, Nether-Ziege haben auch noch dieses Muster. Ah, fuck, ich habe die Säge hier nicht mehr. Die habe ich Riki geschenkt. Warum habe ich Riki meine Steinsäge geschenkt? Die hat er gar nicht verdient. Auch wenn wir gerade von Pokémon, Kostium und XD reden. Ähm... Was... Was wäre... Was würde... Was würde sich gut für die Wand machen? Will ich einfach die Ziegel nehmen? Magma-Blöcke gebündelt von der Seite sehen schon cool aus. Ja, Magma-Blöcke will ich auf jeden Fall ein paar reinmachen, aber nicht zu viele. Sonst leuchtet das alles zu sehr. Der Song geht hart. Ja, Soundtrack von Pokémon, Kostium und XD war generell stark. Ich will jetzt... Ich will nicht Basalt holen jetzt. Ist das sächsisch? Ah ja, ich habe auf Bayrisch gestellt. Der Schwarzstor. Polierte Schwarzstor-Stirren. Die Schwarzstor-Stirren. Ach ja. Inventar. Tut das die Stor-Sorg. Komm, wir nehmen die mal mit. Die gute alte Stor-Sorg. Ach komm, das ist der Klassiker. Das ist nicht umsonst der Klassiker, oder? Ne, wir machen das. Das passt halt einfach gut rein in Mogia. Ich werde natürlich die Wänner noch ein bisschen aufpolieren. Wir machen erst mal... Ich mache einfach nur die Basics jetzt, okay? Und danach werden wir ein paar wegnehmen. Ein bisschen mehr Deko anbringen und so weiter und so fort. Und ich werde, weil Blackstone relativ nervig zu bekommen ist, werde ich die untere Reihe mir sparen. Ich war übrigens in Zombies... Ähm, Mine unterwegs. Entschuldigung, mache ich das so? Machen wir so. Weil ich nach Blackstone gesucht habe. Und er hat so eine... Er hat so eine Mine, wo er, ähm... Nach Netherite gesucht hat. Da habe ich dann auch einfach ein bisschen abgebaut. Ne, ich habe nicht Blackstone gesucht. Ich wollte einfach nur... Ach, warte mal. Hier will ich... Shit. Ah, ich wollte einfach nur ein Netherrack an sich abbauen. Dann war ich dabei. Und wisst ihr, was ich dann auf einmal in der Decke gefunden habe? Zweimal. Ein gewisses Erz aus dem Nether. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mitnehmen. Ich will das mal in einem Video suchen. Ich werde einfach so tun, als hätte ich es noch nie gesehen. Da habe ich einfach fucking zwei Netherrite gefunden. Was soll denn das? Das war überhaupt nicht der Plan. Das war überhaupt nicht der Plan, Netherrite einfach so mitzunehmen. Ne, diesmal war es nicht Kegg's Kiste. Okay, Sebastian. Ich habe doch Cleanstone... Ne, habe ich nicht dabei. Ach, wahrscheinlich kann ich mal eine Steinsäge gerade machen. Muss die Buben eigentlich jetzt immer nach Items auf Bayerisch fragen. Ich werde versuchen, mich daran zu halten. Auch eine Sache. Ich versuche auch immer, die Steine auf Englisch auszusprechen, weil... Tropfstornblock. Weil Leute immer das Spiel auf Englisch gespielt haben. Und ich scheinbar der eine Arsch bin, der es auf Deutsch gestellt hat. Ich könnte es an sich einfach umstellen. Aber, 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 Freunde. Das Problem... Das Problem dabei ist das Craftingbuch. Da habe ich mich schon so eingeprägt, nach den deutschen Begriffen zu suchen. Ich glaube nicht, dass ich mich umgewöhnen werde an dem Punkt. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt. Deswegen bleibe ich der Arsch, der das Spiel auf Deutsch spielt. In dem Fall auf Bayerisch. Vermutlich werde ich das Spiel halt nicht auf Bayerisch lassen, muss ich gestehen. Es tut mir leid, euch so enttäuschen zu müssen. Also am Anfang auf Deutsch, habe nichts gefunden im Buch. Ja, das glaube ich, Maeve. Das glaube ich. Ach, ich habe gar nicht genug Schwarzstein hierfür. Schwarzstein ist halt auch so richtig elendig nervig zu holen. Das ist ja was, wir machen auch nicht ganz so viel, habe ich gerade beschlossen. Wir machen das anders. Hier, wo wir nämlich beim tatsächlichen Nether-Portal drüben sind. Da werden wir hier andere Steine machen. Wisst ihr, woran mich das Lied gerade erinnert? Diese Playlist mit den Gamecube-Liedern. Irgendwie Relaxing Gamecube-Music oder was auch immer. Geht knapp sechs Stunden. Die habe ich immer gehört, als ich für die Fahrschule, für die Theorieprüfung gelernt habe. Das heißt, wenn ich das hier gerade höre, dann denke ich mir, yeah. Ist hier jetzt rechts vor links oder nicht? Was gibt es in dieser Situation zu beachten? Weiß ich doch nicht. Acht Stück. Na komm, haben wir noch ein bisschen mehr. Äh, äh, hi Zombie. Willkommen. Zumindest so früh los, ich verpasse alles. Ja, ich dachte mir, guter alter Samstagvormittag streamen wie damals in 2023. Da gehen wir doch easy on the Pepsi hier. Was will ich denn als Decke machen? Welchen Türen hast du bei der praktischen Prüfung aufgelegt? Was im Radio lief? Wahrscheinlich Bayern 3 oder so. Nee, 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 nee. Nee. Ah, fuck, die gehen viel zu schnell weg. Ich mache hier noch alles andere kaputt. Ach. Gehen wir doch nicht auf die Nerven damit. So, wir machen die Decke hier aus, äh, Magma-Blöcken. Dann würde ich ja fast noch eins weiter hochgehen, ehrlich gesagt. Kann ich hier noch eins weiter rüber? Easy. Und dann die Decke aus Magma-Blöcken. Dann kann... Die Magma-Blöcke sind nämlich ganz cool, wenn sie irgendwo reflektieren können. Deswegen will ich da nicht die ganzen Wände voll machen. Ich glaube, wenn es von der Decke dann so runterstrahlt, ich glaube, das fände ich cool. Was ironisch ist, weil sie sehr heiß sind. Fertig sind sie auch. Shit. Quarz und Glowstone slash Shroomlight abwechselnd zum Ausleuchten und Kontrast. Ich habe leider aktuell nicht viele Shroomlights an. Wahrscheinlich sollte ich nicht nur Magma-Blöcke oben machen. Jetzt wo ich so sehe, ist jetzt doch ein bisschen... Es tut ein bisschen den Augen weh. So, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, wir werden kurz in den Nether gehen. Wir werden nach Shroomlights suchen. Schlechte, schlechte, schlechte Neuigkeiten. Ach, bei denen kommt es auch darauf an, wie rum man die einbaut. Ne, schauen wir immer in die gleiche Richtung. Okay. Ja. Ah, wir machen hier noch ein paar für ein bisschen... Für ein bisschen Kontrast. Dann vielleicht hier noch in den Ecken. Ich will ja nicht, dass alles gleich aussieht. Versteht ihr? Das Gefühl sind solche Details, die immer... Ah, da drüben kann ich nicht machen, sonst bricht das alles... Stürzt das alles ein. Das Gefühl sind solche Details, die immer wichtig sind, damit das Ganze ein bisschen nicht zu trist aussieht. Damit es nicht zu sehr, wie Rikis Turm aussieht. Der nur aus dem gleichen Block besteht. Aber warte, hier kommen Treppen hin. Ach, egal. Oh, Rayman 3. So, wenn wir... Also, wir haben noch ein bisschen... Glück. Ne, ich glaube, das sollte bei... Schneller 2. Wir nehmen die Diamanthau... Ach, die Eicyhau auf Bayerisch. Die Diamanthau. Naja. Ey, wir nehmen die mal mit. Wir wollen natürlich mit der... Mit der Hau ein bisschen was abbauen. Wenn ich schon mal dabei bin. Ach, scheiße. Ne. Ach. Jetzt finde ich das Zeug hier nicht mehr. Wie craftet man ein Schild? Wo ist denn der... Da. Ach, ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Äh, Heuzbretter. Heuzbretter und keine, äh, Stöcke. Ach, wie war das jetzt nochmal? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. So. Ich habe es hinbekommen. Genau. Maeve, bist du gerade da, Maeve? Würde ich nämlich eventuell mal zu dir in den Laden reinschauen und der ein, zwei Verzauberungen holen, denn... Ich müsste noch eine neue Rüstung machen, bevor ich hier in den Nether gehe. Was für Drago und der Zipfelklatscher. Maeve ist da. Okay, Maeve, wir sehen uns im Shop. Wie heißt der Schild? Schuidl. Der Schuidl? Guter alter Schuidl. Spawn Home, wo der Ask löst. Ah, der Maeve direkt Home Ask löst. Naja, ich gehe zum Shop, Maeve. Was für ein Sprachpaket nutze ich? Ich habe auf Bayerisch gestellt. Willkommen. Maeves Magie laden. Maeves Magie laden. Schön regnerisch hier. Oh, Maeve, leg dich, leg dich mit schlafen, bitte. Ich will den Leuten das lila Licht zeigen. Das lila Launelicht. Von dem größten Nether... Nachdurchschlafen. Pass mal auf. Diesen Nether-Portal, das da hinten gesetzt wurde, ist das größte, was man machen kann im Spiel. Oh, das ist die Musik. Das sieht nicht nur ziemlich lustig aus, sondern wenn die Sonne aufgeht, dann haltet euch mal fest, was dann passiert, okay? Ich liebe es, dass dieser Schabernack von mir, das habe ich verkauft, Angebot, falls jemand kauft will. Maeve hat es gekauft. Dass es tatsächlich ein bisschen die Landschaft verändert hat. Sieht man die Sonne nicht, weil sie hinter den Wolken ist? Wo bleibt die Sonne? Da kommt sie. Die Sonne. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Das ist das Lied. Sehr passend. Gleich geht es bestimmt los. Oh ja, da ist es. Und dann haben wir eine Glaswand links daneben hingesetzt, die Maeve zum Teil abgerissen hat. Und man sieht jetzt auch in der Reflexion die Löcher, die Maeve reingeschlagen hat. Schau euch das an. Ich liebe das. Mach mal den Shader aus. Naja. Mit Shader ist dann doch ein bisschen beeindruckend, da muss man sagen. Und ja, immer wenn die Sonne aufgeht, dann... Er dreht erst mal das lila Licht seine Runde. Maeve? Oh, er ist noch nicht da. Wo ist denn Maeve? Ich glaube, der kommt zu seinem Laden. Ohne Shader echt lame. Ja, ja. Slash Spawn... Trigger Spawn wurde ausgelöst. Okay, hallo Maeve. Du musst den Stream vielleicht muten, sonst wird alles sehr verwirrend für dich. Ah, der weiß schon Bescheid. Der weiß schon Bescheid. Moment, lass... Ich sag nur, ich sag nur. Ja, Maeve, willst du dich noch eine Spur lauter stellen vielleicht? Was? Ich halb dich schon auf 300%. Warum bin ich denn schon wieder leise? Keine Ahnung, aber es ist immer ein bisschen... Naja, du weißt ja, wie es ist mit der Mod. Hallo? Hallo? Immer noch leise? Ne, jetzt passt's. Ich meine, du hast dich lauter gestellt. Wie kannst du immer noch leise sein? Ich hab mich nur 8% lauter gestellt, deswegen... Achso. Was für ein Weichei! Hast du ein Horn auch dabei? Also ich kann's auch in-game machen, ne? Mikrofon... Ach, hast du nicht in-game gemacht? Ja, in-game kannst du's bisschen boosten. Okay, ich hab jetzt 30% gemacht. Ja, ich hab bei mir 161%, weil ich auch immer leise war für alle. Okay. Hinweis, Bücher können aus dem Regal genommen werden. Anleitung, Zauber suchen, Buch nehmen, Buch bezahlen. Jedes Buch... Drei Diamanten! Ja. Haltbarkeit drei, Glück drei. Ich hab den Hinweis hingeschrieben mit dem Buch aus dem Regal nehmen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob jeder weiß, dass das so Regale sind, wo man die Bücher rausnehmen kann. Also, Maeve, was würdest du denn... Würdest du mir für meine Rüstung Schutz empfehlen? Also Rüstungssachen sind sowieso hier an der Wand, hauptsächlich. Das ist gut zu erkennen an den Typen da oben. Mhm. Der trägt mich eine Rüstung. Und was du bräuchtest... Das ist ein E-Ledger. Also für Nether-Aufenthalte ist natürlich Feuerschutz super gut, der kann zu lange durch Lava laufen und so. Wie viele Erfahrungspunkte kostet es eigentlich für mich, die Scheiße auf eine Rüstung zu hämmern? Ein paar Level. Aber das Ultimative ist natürlich Schutz 4, ne? Dann bist du auch gegen Gegner gewappnet. Ja, dann könnte ich auch ein Raid mal überleben. Sind das alles Schutz 4? War ich ja jetzt rausgenommen? Außer du hast einen von Creepern. Dann brauchst du Explosionsschuss. Das Zauberbuch. Dann brauchst du Schusssicherheit. Ich hab ja hier ein Zauberbuch. Du hast schon was auf Bayerisch gestellt, ja. Schusssicher weiß ich nicht. Feuerschutz. Ist Feuerschutz wirklich so hilfreich? Also ich meine, dass ich damals, wo ich... Das wird so teuer. Hab ich immer Feuerschutz gehabt. Weil ich Angst habe vor der Lava im Nether. Aber ich würde... An deiner Stelle würde ich erstmal eine Schutzrüstung machen. Ja, ich mach erstmal... Ja, ich mach erstmal Schutz. Meine Hanisch hat eh noch Haltbarkeit. Oder du machst so einen Mischmasch, ne? Was? Zweimal Schutz, zweimal Feuerschutz oder so. Aber mach erstmal Schutz komplett. Dann hast du erstmal deine Ultimative... Ja, ich hab schon die drei Bücher geholt. Meine Hose hat noch. Ich geb dir dann mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Hier sind Studiums überall. Aber so... Und die Erfahrungspunkte-Fläschchen, die... Die kosten extra bei dir, oder? Die hab ich noch nicht im Angebot. Oh, ich dachte, da kriegt man vielleicht eins gratis oder so. Nee, aktuell nicht. Mit Full Netherite ist Vollschutz fast useless. Oh, warte mal, ich muss es leiser machen. Es ist so laut. Warum ist das Lied so laut? Äh. Jetzt sag ich es entweder zu laut oder zu leise. Naja. Okay. Ich glaub, ich schau noch zu... Na? Du möchtest... Guck mal, ich möchte hier noch ein Land. Zeig ein bisschen, bevor du hier abhaust. Ach so, ja, ja, ja. Das ist ein hübscher... Uh, sehr viel, sehr viel von diesem... Dingerns. Ja, das soll so ein bisschen verwittert aussehen. Guck mal, hier hast du übrigens die Figuren gesehen, die hier überall hingestellt haben. Ich hab gesehen, dass hier Villager gestorben sind für das Ganze. Nee, nee, hierfür sind keine Villager gestorben. Hm. Also der vielleicht. Und das war einer in grün... Und das ist einer in grünem Anzug, ne, Witt? Ja, den Nidwitt, den vermisst niemand. Äh, hier... Weitere Bücher hier. Gibt's weitere Bücher? Nicht erschrecken für den Schweinemann. Stärke... Oh, Plünderung 3. Und Schärfe 5. Uh. Also hier kannst du deinen Bogen auf Stufe 5 machen, dein Schwert auf Stufe 5 und Plünderung. Also Looting auf Stufe 5. Uh, Stufe 5? Das ist der geile Scheiß hier, ne? Aber auch jeweils drei Diamanten jeweils, ne? Ne. Was ist denn hier oben? Da ist doch gar nichts. Da steht nur ne Figur, die aus dem Fenster guckt. Oh, hier ist doch... Oh, hier ist ein Ausgang. Das ist doch nett. Dass der, äh, Lieferanten zu sein kann. Hallo? Ich bin von Lieferando. Hallo? 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 Ich ruf gerade an, weil ich hier die Klingel nicht gefunden hab. Ich hab aber auch nicht wirklich nachgeschaut. Können Sie bitte rauskommen? Hier oben ist der Creeperman und der bietet hier andere Sachen an, die keine Bücher sind. Du hast einen Creeperkopf? Ja, war nicht so einfach. Was, du, ich wohl... Achso, hast du erzählt, dass du ihn schon gefarmt hast? Nametag für acht Diamanten? Die sind teuer bei mir, ja. Waste down für zehn und Nametag für acht, also. Ja. Naja, um die Nametags werde ich mich nicht reißen. Glowstone, 16 Stücken, die ja... Das ist angemessen, denke ich. Das Problem ist halt, die Nametags sind für mich super teuer zu produzieren. Das ist richtig nervig. Ja, ich mein, ja. Ich brauch nicht wirklich Nametags. Ich hab noch ein paar, deswegen... Weil hier die Diamanten... So, hier oben ist auch so weitere Verzauberungen, die jetzt nicht irgendwie... Oh, das Unterwasserzeug. Ach, fuck. Weil das ist Unendlichkeit. Das ist für den Bogen, dass du nur einen Pfeil brauchst und du den endlich aufschießen kannst. Oh, dann... Ich mein, wenn man ganz oft schießt, dann gehen da bestimmt die Pfeile aus irgendwann. Ich hab gestern ganz oft auf Riki geschossen. Ja, das hab ich... Ich war dabei, ich stand neben dir. Ist hier oben noch was? Na, hier sind ein paar Kisten. Das war eher das Lager. Gewahrtbereich, Zutritt verboten. Das hast du grad schon gesagt. Ich hab's irgendwie so ergebotet, dass man's nicht richtig erkennt. Ja, also, ich hab das Gefühl, sollst du auch, äh, draußen hinschreiben und nicht, wenn man, äh, drinnen auf dem Weg nach draußen wieder ist. Dann sieht's ja erst auf dem Rückweg. Also, was du, wenn du noch möchtest, wenn du noch ein Bier im Bogen zulegst, möchtest du vielleicht Unendlichkeit haben noch? Du möchtest vielleicht Wasserläufer 3 haben, damit du schnell durch Wasser dich bewegen kannst? Ja, ja, Maeve, 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 Maeve. Ich brauch erstmal nur meine Rüstung. Und dann geh ich ein paar Pilzlichter holen. Und das ist alles, was ich erstmal brauch. Vor allem überleg ich auch, ob ich nicht vielleicht vorher noch kurz in die Zombie-Farm runter will und noch ein paar Level-Ups holen. Weil an sich... An sich wär's ja ein bisschen eine Vergeudung, wenn ich eine neue Rüstung mache oder eine von Dashkin nehme und dann dein Zeug drauf packe. Ich könnte ja erstmal, ähm... ...generell eine verzaubern lassen und schauen, was ich noch an Bonus bekomme. Und dann das Buch drauf packen. Könnte man machen, ja. Nimm aber die Verzauberung von Dashkin runter vorher, sonst wird's teurer. Ja. Aber musst du ja eh machen, wenn du am Zaubertisch das machst. No. Das Problem ist, ich muss dafür auf Level 30 gehen, was halt auch richtig nervig ist. Ja. Wahrscheinlich werde ich's also nicht machen. Soll ich dir ein paar V-Strausschen holen, damit du's machen kannst, oder... Ach, wenn du welche hast, wenn du, äh, wenn du deinem ersten Kunden welche gratis zukommen lassen willst, Maeve. Nimm dich ja da. Ey, nichts dagegen. Warum hört... Warum ist die Musik eigentlich... Ist das... Ach, das nächste Lied ist so leise... Dass man's gar nicht mehr gehört hat. Naja. Äh, ihr müsst wissen, Maeve war letztwoche in seinem Stream. Ich glaube, er streamt morgen auch wieder Minecraft, wenn ihr bei, äh, Maeve Explorers auf Twitch reinschauen wollt. Ich mein, ich, äh, ich, äh, ich hab nicht gefragt oder so, ich geh einfach davon aus, dass er's macht wieder. Ähm, streamst du morgen Minecraft? Was? Streamst du morgen Minecraft? Äh, weiß ich nicht. Wer tot ist wahrscheinlich, ist Minecraft streamt später. Er streamt heute später Minecraft, nicht morgen. Okay. Weiß ich nicht, was ich sagen wollte, Maeve war da letzte Woche weit unterwegs und er hat sehr viel Erfahrungsflashchen gefunden. Äh, äh, es geht. Äh, ich möchte aber doch schon wieder weit losreisen. Ich find's irgendwie cool, das Boot schnappen und los. Naja. Das mag ich. Ähm. So, ich, weißt du was für die Erfahrungsflashchen? Bisschen bezahlen tue ich ja doch dafür. Was hast du für, für Rüstung? Also sind die schon verzaubert teilweise? Also relativ gut, oder? Äh, nee, also gar nicht. Ich hab eigentlich, ich mein, ich hab einen Diamant-Harnisch mit Haltbarkeit 2. Weiß ich nicht. Können wir es dir sonst empfehlen? Auch wenn's ein paar Dias kostet, kauft ihr bei Dashkill kurz ne komplett neue Rüstung. Jaja, das ist auch... Den kann ich halt nicht am Zaubertisch machen, aber ich glaub, das werd ich mit dem Zaubertisch eh nicht machen, weil... Dafür muss ich dann erst ewig bei den Zombies auf Level 30 farben. Und eigentlich hab ich da auch im Stream gerade gar keine Lust. Also ich an deiner Stelle würd bei Dashkill die Rüstung kaufen, die Verzauberung runternehmen und dann meine Verzauberung raufklatschen. Ah, ich hab davon noch eine bei mir da, weil die... Der Harnisch für zwei Diamanten ist halt... Drei Dias ist halt ein guter Deal. Ja. Ach. Okay, Dashkill. Bis die Musik wieder pausieren. Oh, der Helm. Haltbarkeit und Schusssicherheit. Also das sind auch beides Dinge, die ich haben will, ehrlich gesagt. Wenn du Haltbarkeit 2 statt Haltbarkeit 3 nutzen möchtest, kannst du das machen? Ich denke, wenn du Mending drauf hast, macht das keinen großen Unterschied. Mending hab ich bei mir einen, der es anbietet. Ich hab noch ein, zwei Mal Mending selber. Das heißt, das werd ich dann irgendwann mal noch draufpacken. Schuhe für zwei Dias, die haben Haltbarkeit 2. Kannst du auch erstmal drauflassen? Ja, doch, doch. Sind günstiger, als wenn ich sie normal einfach machen würde. Okay. Wobei es natürlich weniger XP kosten würde, wenn du direkt Haltbarkeit 3 drauf machst, als statt das zu verbessern. Das brauch ich nicht, weil ich werd Mending drauf machen. Okay, gut. Weil der Typ, der bei mir in der Hütte wohnt, der bietet Mending an. Wieso verkauft dieser Dashkill kein Grindr hier? Ah, doch, hat er hier unten. Wollte schon sagen. Der würde ja hier Sinn machen. Ich werd eigentlich nichts weggrinden. Ich bin zufrieden mit Haltbarkeit erstmal. Die Haltbarkeit 2 wird erstmal halten, solange bis ich genug bin. Hast du nicht die Protection auf einer Sache gehabt? Ja, auf dem Helm. Und die willst du da behalten? Schließt sie den Schutz 4 aus, oder was? Ja, genau. Du kannst nur eine Art Schutz haben. Ach, so eine Scheiße. Ah, auf dem Schädel. Na gut, dann hat sich das mit dem Helm erledigt. Ja, dann kannst du ja auch von Haltbarkeit 3 einfach kaufen. Ich glaub, ich mach das direkt hier bei Dashkill's Amboss. Da muss ich... Wir wissen alle, dass du der Reichste bist. Also von daher, mach dir mal hier keine Sorgen. Ne, die Zeit sind vorbei. Äh... Wie heißt die Diamanten? Einfach nur Diamant. So, das ist der Diamantschädel. Fünf Level-Ups. Habe ich ja jetzt schon pleite. Uh. Nein, das reicht auf jeden Fall für ein weiteres Teil. Ja, ja, wir müssen... Die unteren Level kosten weniger, deswegen hau ich die nicht alle rein. Ah, okay. So, das sind die... Diamantschua. Diamantfiers. Diamantfiersen. Oh, Haltbarkeit 2, Schutz 4. Das ist es doch. Den Hanisch muss ich erst von zu Hause holen, Maeve. Gehen wir nach Mogia, da hab ich auch einen Amboss. Und danke für die Fläschchen übrigens. Ja, ja. Ich hasse es, dass ich jedes Mal in eine andere Richtung schaue, wenn ich hier zurückkomme. Das geht mir so auf die Nerven. Dann musst du anders wegreisen. Von... Von Sworn. Müsst du von der Portalseite auch drauf gucken. Oh. Davon hängt das ab. Das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Ich bin da, ich muss erst mal mich umschauen, mich irgendwie orientieren. So, genau. Hier hab ich irgendwo... Diamanthanisch. Ist das... Ne, warte. Den ich bei Dash gekauft habe, den hab ich gerade an. Ah, der ist aber scheiße im Arsch, ne? Ja, den wilden mach ich auch nicht. Ich hab deswegen noch einen, der gar keine Verzauberung hat. Aber das ist okay. Den packen wir das Buch drauf. Auf Zauberbuch. Diamanthanisch am Kerper. Das ist der Diamantkerper. Kerper. Okay. Ich weiß nicht, woher die Stiefel überhaupt sind, warum ich die hier wieder reinpacke. Aber das wird schon stimmen. Ja, dann würde ich sagen... Äh, es war mir eine Freude, mit dir geschäftet zu machen, Maeve. Gerne, gerne. Hol dir noch ein Ding irgendwann. Ich hab noch ein paar mal Mending da. Und, äh, wie gesagt, der Typ da draußen. Der Typ im Pavillon. Ich glaube, ich bin weggerannt vor den Tränken gerade. Danke. Ey, der Typ hier drin verkauft Mending. Für 28 Smaragde und ein Buch. Was nicht zu günstig ist, aber hey. Mein eigener Villager, der Mendinganbieter. Kann man sich ja auch nicht beschweren. Hast du das Heimelskirchen schon wieder verkackt? Hast du dich verkackt? Seinen Smee? Nö, ich hab dieses Mal gar nicht versucht, das ist ein anderer. Oh doch, ja, doch, ich hab seinen Smee wieder verkackt. Okay, ich muss sicher gehen. Du achte, ihr kriegst ein neues Name-Tag. Ich hör Maeve einfach fast gar nicht. Maeve hat sich schon laut dargestellt. Immer noch so leise. Das sind links wahrscheinlich am Stream, keine Ahnung. Ich hab nicht für... Ich hab mich nicht vorbereitet für Multiplayer-Aufnahmen. Okay, bin ich jetzt lauter? Ja, sehr laut. Sehr schön. Ich hab mich leiser gemacht wieder. Okay, danke. Aber gut, Maeve. Äh, ja. Ich geh da mal ein paar Pilzlichter holen. Mit meiner Diamant-Hau. Ich sag mal so, ich wünsch dir viel Glück, aber es wäre auch gut für mein Geschäft, wenn du stürfst. Äh... Das wäre schlecht für mich, aber ich stimme dir zu. Oh, ich geh durch mein eigenes Nether-Portal. Mach das. Das sind die Fragezeichenblöcke. Das sind Goldblöcke mit einem Fragezeichen drauf. Hahahaha. Äh... Was, was... Ach so, ich dachte gerade, hier hat jemand sabotiert, aber... Das hab ich selber gemacht. Das sind natürlich Lucky Blocks. Niemand weiß, was da drin sein wird. Äh... Da hinten ist eine Festung. Da will ich nicht hin. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden Maeve... Ah, fuck, ich muss noch was holen. Wir werden Maeve den Gefallen tun. Maeve meint, es ist gut für sein Geschäft, wenn ich sterbe. Dementsprechend können wir ein bisschen... Wir können ja unser Glück ein bisschen herausfordern, oder? Wir fühlen uns ja heute ein bisschen mutig. Wir gehen mal zum Werkzeug. Habe ich die Pilzangeln nicht mehr? Ach, so eine Scheiße. Ne, vielleicht machen wir das doch nicht. Habe ich die verloren? Craftet man die einfach aus einer Angel und einem Pilz? Kann ich die, wenn ich drüben bin, einfach selber craften, schnell? Wir können nämlich mit dem Strider ein bisschen losreiten. Das Problem ist nämlich das Gebiet, wo ich bei einem Nether da rauskomme, da ist alles schon ein bisschen hinüber. Hm. Ne, wir versuchen es einfach so. Vielleicht ist es eigentlich auch besser, nicht in die Lava zu gehen, bei genauer Überlegung. Pilzangel ist Angel plus Wirrpilz. Okay, wir nehmen die Angel mit. Habe ich einen Wirrpilz? Ne. Brauchen Strider noch Sattel? Ja, aber das haben wir ja vorbereitet. Das ist ja schon alles erledigt. Ja, die Pilze sind direkt da. Da ist ein Biom dafür. Ah, ich glaube, es war hier unten. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Oh, Quarz. jetzt. Also, wenn wir schon mal hier sind. Ui, 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 ui. Das hätte ich mir fast gewünscht, dass ich mich für den Brandschutz entschieden hätte. Ich glaube, ich werde den Weg hier generell zumachen. Da wollte ich nämlich ein bisschen was finden und ich habe nichts gefunden. Dementsprechend da spawnt auch nichts drin. Wir machen zu. Wir machen zu. Easy. Es gibt keinen Grund, da jemals wieder hinzugehen. Das ist einfach nur arschgefährlich. Hier sind wir ja schon. Warum habe ich keine Axt mitgenommen? Naja. Da ist meine Diamanthau. Ist das ein Wirrpilz? Kamesin... Kamesin-Schwammerl. Was ist denn das hier vorne? Ich weiß gar nicht... Ah, fucking Skelett. Das hier unten ist Soul Sand, richtig? Tragen wir doch direkt mal eine kleine Schicht ab hier. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. Nö, 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 nö. Geh mal weg jetzt. Okay. Warum sind die Schwammerlichte alle so weit weg? Nicht vom Abgrund runterschauen. Die Lektion habe ich schon mal gelernt. Seelensond. Au! Was willst du denn, du? Geh mal weg. Die Sau. Okay, hier kann ich nicht in die Lava runterfallen. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Habe ich Gerüste? Ich habe Gerüste dabei. Oh. Hier wäre scheinbar auch direkt eine Tür gewesen, hierhin. Naja. Stört bestimmt niemanden, wenn ich das hier abbaue. Damit hier die Gegend so richtig schön scheiße aussieht. Ich weiß übrigens nicht, was Leute mit ihren Glowstones wollen. Ich finde die Pilzlechter so viel schöner. Aber er hat ja auch bei Maeve direkt gesehen. In seinem Laden hat er auch Glowstone angeboten. Aber keine Pilzlichter. Keine Pilzlichter für mich. Da sind wir, Pilz. Aha. Ich glaube, die Pilzlichter sehen ohne Shader ein bisschen scheiße aus. Aber ich spiele am PC heutzutage Minecraft ohne Shader. Au! Oh, geht doch weg. Geht beide doch mal weg. Weg. Dankeschön. Dafür ist Riki nicht gestorben. Äh, elf Pilzlichter? Jo. Wie würde es hier aussehen ohne Shader? Ja, es ist schon irgendwie trist ohne Shader, oder? Weiß nicht. Da fühle ich mich direkt ein bisschen... Fühle ich mich nicht willkommen. Jetzt ist wieder alles schön. Warum ist da oben ein Nether-Portal? Beziehungsweise, warum sieht man das von hier unten aus? Aus Glowstone kann man, glaube ich, noch andere Leuchtblöcke machen. Oh, das kann gut sein. So, aber kann ich hier nicht diesen anderen Stein abbauen, von dem Leute geredet haben? Was ist das? Seelenerden? Nee. So, weg mit dir. Könnt ihr noch eine Spur weiterschauen? Ist das der andere Stein? Easy! Wir haben Basalt gefunden. Na, das war gar nicht so schwer. Da muss ich gar nicht so weit unterwegs sein, wie ich zunächst dachte. Da werden wir direkt die Ader noch großzügig ausheben hier. Nehmen wir die Scheiße mal vernünftig mit. Jetzt ein beherzter Sprung nach unten. Ach, komm. Nee, ich habe gerade nicht vor, in die Lava zu springen, muss ich gestehen. Oh, wenn es den einen oder anderen schockieren könnte. Easy. Keine Bälle, wie keine Bälle? Wo soll ich denn hinspringen? Ich will nicht in die Lava jetzt springen. Ist einfach nur dämlich. Ja, komm, wir kommen wieder zurück. Joseph Fass und den Kamenzenwald und Zoll sind direkt am Portal. Richtig guter Spot. Yeah, die Festung hat Dashkey aber direkt an Tag 2 geplündert oder so. Oh, hier gibt es so viel Basalt noch. Das heißt, mit der Festung kann man an sich nichts mehr anfangen. Was ein bisschen nervig ist. Also wir könnten aber unten wirklich mit dem Strider dann mal, das ist eine Sache, die ich ganz gerne mal machen will. Einfach mit dem Strider mal ein bisschen weiter reiten und dann irgendwo ein Nether-Portal machen und schauen, wo man rauskommt. Ich glaube, das wäre nicht ganz lustig, aber ich brauche auf jeden Fall ein Boot. Au. So. Geht es da unten dann hin zu den Stridern? Ja, ich glaube, die waren hier unten. Ne, hier ist Zombies Mine. Ne, da will ich nicht hin. Wie kommt Mogia voran? Ganz okay. Ich bin aber gerade dabei, mich wieder sehr hart abzulenken mit nichts. Moment, wir machen Mogia jetzt weiter. Bietet irgendwie auch von euch Tränke an? Ne, bisher noch nicht. Ich glaube, es hat bisher auch noch nie... Nein, dann wiederum, ich glaube, Dashgebiet hat Strider-Rods an, aber... Beziehungsweise Blaze-Rods. Nicht Strider. Ah, ja, aber ansonsten, wir haben da noch nicht die Ressourcen für so wirklich. Was ist das falsche Portal? Ich da durchgehe, wird alles nervig. Hier ist meins. Also. Wie viel Basalt habe ich? Genau ein Stack mitgenommen. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, du! So, gehen wir hier mal eben nach oben. Oh, oh, ist das etwa ein M-Moment? Und damit meine ich Metroid Prime. Da machen wir noch einen rein und... Das reicht, ehrlich gesagt. Drei Stück sind ausreichend. Und dann fällt mir auf, dass ich die ganzen Magma-Blöcke da oben eigentlich ziemlich hässlich finde. Deswegen entfernen wir wieder sehr viele davon. Ach, komm. Dummes Gerüst. Metroid Prime 1 Remastered für die Switch. Da ist eigentlich nicht so viel gespielt. Kann ich aus Basalt an der Steinsäge was machen? Oh, der Weg hier nach unten. Das ist doch schon schön geworden. Poliert aber Basalt. Ach, das war der mit den Dingens hier. Da oben passt der aber auch nicht wirklich hin. Ich glaube, ich mache einfach Nether Rack, ehrlich gesagt. Wir füllen einfach den Rest der Decke mit Nether Rack. Der macht sich dafür ja auch immer ganz okay. Wirklich überzeugt bin ich davon jetzt nicht, aber... Wir lassen das einfach mal. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ich habe nämlich auch nicht Lust, allzu viel Zeit jetzt hier zu verschwenden. Der leuchtet richtig hell. Ich will den nicht so rum. Ich muss den hier ransetzen, damit er so rüberschaut. Ja. Warte, warum habe ich hier hinten noch... Warum habe ich hier zwei Blöcke frei? Sie gibt überhaupt keinen Sinn, fällt mir gerade auf. Ich mache hier auf jeden Fall ein bisschen Basalt hin. Und dann brauche ich ein bisschen Koppel, damit ich die fucking Wände wieder ausfüllen kann, bei denen ich eins zu weit gegangen bin. Weil auch oben hin noch Platz ist, kannst du noch ein bisschen Vertiefungen hinzufügen. Sieht gut aus, ist auch mehr Arbeit. Ja, stimmt. Wie bei der Brücke, wie bei der Brücke. Das Bambuskurs ist so ein Game Changer unfassbar. Aber ja, ohne das Bambusgerüst wäre... Alles wäre ein fucking Elend. Alles wäre ein Elend ohne das Gerüst. Apropos Elend. Wie sieht es mal der Steinbrennerei aus? Ja, die sind alle durch. Sehr schön. Außer von der Tronex, 79 Monate. Resub, viel, viel lieben Dank. Und von der Creban HD, frischer Sub. Auch dafür, viel, viel lieben Dank. So, dann füllen wir mal die ganze Scheiße hier aus. Ne, hier passt es. Äh, so. Ja, es ist nur die zwei Blöcke hier sind ein Problem. Die sollten eigentlich gar nicht sein. Für die sind wir nicht hier. Aber wenn es nur ein Block ist, dann ist das ja vollkommen okay. So. Hier drüben passt es auch an sich. Hier noch ein bisschen hoch. So. So, so. So. So, ich will ja auch nur eine Reihe Basalt machen. Und ansonsten... Aha. Was ansonsten? Täuscht mich meine müde Augen? Das ist ein Mogia-Stream. Das ist ein Mogia-Stream. Deine müden Augen täuschen dich nicht. Ich habe Mogia-SMP bisher, äh, gar nicht verfolgt. Ich habe so viel, äh, so viel zum Nachholen. Ich glaube nicht so viel. Quarz als Kontrast. Ich habe das Gefühl, Quarz würde hier gar nicht reinpassen. Der einzige Grund, warum Quarz, warum man Quarz hier in Betracht ziehen würde, wäre, weil, ähm, weil Quarz auch aus dem Nether kommt. Aber ich denke, es wäre sehr unpassend. Ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden... Ach, nee, nee, wisst ihr was? Nee, pass auf, ich habe eine Idee. Wir machen das Ganze einfach wie bei der Brücke drüben. Wir machen das ein bisschen wie bei der Brücke. Und machen hier einfach, äh, großzügig... Ah, warte, das war zu tief. Das war zu tief. Ah, mach hier großzügig dann Blackstone. Auch ein paar Vertiefungen. Hier fühle ich mich ganz abenteuerlich. Hier machen wir sogar zwei tiefer. Was natürlich bedeutet, dass ich hier auch noch mehr wegmachen muss. So, so. Dann wiederum können wir eigentlich auch noch zusätzlich einmachen. So, so. Sehr schön. Au. Ja, dann. Das ist das falsche Werkzeug. Wie mache ich denn das am besten? So, so. So. Warte, bin ich hier? Nee, ist schon richtig. Nee, ist nicht. Ich wollte hier irgendwas, äh, cool machen und ich hab zwischendurch, äh, vergessen, was ich machen wollte. Beziehungsweise wie und warum ich es machen wollte, habe ich vergessen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich hab nicht genug Blackstone für das. Oh, Twilight Princess. Das würde ich auch super gern noch irgendwann mal als so eine, äh, eine Buben-Video-Reihe machen. Stehe da auf der Liste. Ah, da vorne fehlt einer. Nee, ich denke, ich mag den Look von dem, äh, Blackstone hier. Ich denke, das machen wir. Das Problem ist nur, wir müssen gleich nochmal losziehen und Blackstone holen. Denn, wie sich herausstellt, habe ich nicht genug. Aber ich mag Blackstone sehr. Nee, das, das sieht okay aus. Wir werden dann oben noch ein bisschen dem ganz ein bisschen mehr Tiefe geben und ich würde sagen, dann sind wir im Spiel, oder? Oder nicht? Ich denke, das ist ein ordentlicher Raum. Für die Deck muss ich mir auch noch was überlegen. Aber mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Mogi braucht nur ein schwarz und ganz, ganz dunklem Grau. Äh, Verzeihung, der Boden ist rot. Hallo? Und da oben auch rot? Bin gerade zugestoßen. Äh, was habe ich verpasst? Ich habe, äh, Zeug gebaut. Da habe ich ein bisschen Zeug gebaut. Wäre auf Bayerisch Trago nicht der Kaputtmacher. Wahrscheinlich. So, ich entsorge meinen Müll mal wieder hier im Wasser. Ganz wichtig, das zu erledigen. Und dann würde ich sagen, wir müssen im Nether irgendwo Blackstone finden. Es wird ein bisschen nervig, weil alles um das Portal herum von Zombie komplett ausgehöhlt wurde. Wird so Paper Mario 2 Remake eigentlich ein Buben-LP geben? Nee, nee. Ich, ich will ehrlich gesagt nicht für 20 Stunden mit Fully und, äh, Johnny über Paper Mario 2 reden. Ah, nee, 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 nee. Ich, ich, ich glaube, das ist, ich glaube, das wäre zu viel des Guten für mich. So, hier geht es irgendwo noch weiter. Ich nehme mal die Fak in die Offhand wieder, damit ich was erkennen kann und damit ihr auch was erkennen könnt. So, ich hoffe übrigens, der Stream sieht auf YouTube ausnahmsweise nicht wie Arsch aus. YouTube Streams in einer halbwegs okayen Qualität hinzubekommen ist immer eine Qual. Ich bin inzwischen auf eine Bitrate von 12.000 gegangen. Die Hoffnung, dass es klappt, aber mal schauen. buddeln wir hier einfach mal ein bisschen durch. Au, au, au. Quarz. Zu Quarz sei ich auch nicht. Nein. Quarz will ich nämlich auch noch im Laden anbieten. So, wir buddeln hier einfach mal durch und hoffen, dass wir irgendwo, irgendwann, unter Umständen, mal ein bisschen, mal ein bisschen Blackstone finden. Spawn, glaube ich, an sich unter Lava sehen, aber das gezielt zu machen, ist immer eine Qual für sich. Hallo. Fühle ich mich mutig? Ich meine, die Strider greifen mich ja nicht an. Richtig? Die sind ja ganz nett. Mit genauer Überlegung hätte ich auch einfach die Wand hier wegmachen können, um mich hier durchzubuddeln. So nämlich. Können wir hier mal ein bisschen rüber schauen. Hier gibt es auch nicht viel außer Lava. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Aber gut, wenn hier noch nicht viel reingebuddelt wurde, bedeutet das, dass ich eventuell noch ein bisschen Blackstone finden kann. und immer schön Abstand halten von der Wand da vorn und wisst ihr was? Direkt in den Block neben der Spitzhacke am besten auch Netherrack. Denn es ist nicht die Frage, ob irgendwann Lava reinkommen wird, es ist die Frage, wann Lava reinkommen wird. Ich werde den Stream denke ich auf YouTube und einfach so veröffentlichen. So, und hier ist nichts. Naja. Wir werden hier einfach mal ein bisschen das Ganze ausbeuten. Wir machen mal alles leer. Schauen, was wir rausbekommen. Oh, sehr viel Quarz. Ich bekomme natürlich auch mit meiner Spitzhacke super viel Quarz raus. Was mein Leben ungemein erleichtert. Quarz. So, wir machen das so. Ja, schau ich das an. Oh, da können wir kräftig mit Quarzblöcken langsam arbeiten. Her damit, her damit, her damit. So, das geht einfach nur hier vor. Was war mein Plan eigentlich, um genau zu sein? Ich glaube, ich muss hier dann nochmal ein bisschen zur Seite rüber und dann können wir das Ganze ja, shit. Wir kann ich ja nicht machen. Egal. Eins, zwei. Zwei Blöcke lassen wir in der Mitte frei und dann gehen wir hier durch. Seht ihr? Davon rede ich. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Waren Ulti und Chimtex mal auf dem Server? Äh, Timo nicht wirklich, aber Ulti war öfter da. Er braucht mit Hockey immer wieder was. Er macht das auch im Stream. Oh, er ist mal Quarzen. Shit. Äh. Ach, komm. Ich habe eine Schaufel in Sicht dabei. Ich will die Ausrüstung jetzt nicht extra umändern. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich verstehe schon. So, wir haben null Blackstone gefunden und mein Inventar ist bereits voll. Es läuft ja hervorragend. Das könnte ja kaum besser laufen. Was höre ich da ganz? Ist das Zombie? Hat sich jemand einen Huhn auf die Tröte gemacht oder so und ist bei mir in der Nähe oder ist das einfach ein Gegner? Wer macht Möp? Was ist das? Quarz? Das von Eintitled Goose Game? Oh, dann ist es Maeve. Maeve meinte zu mir gestern noch, dass er sich das Geräusch von der, äh, ganz aufs Horn gepackt hat. Maeve, bist du da? Quark zweimal, wenn du's bist, Maeve. Zweimal, nicht einmal. Ach ja, jetzt hat ein Cooldown. Es geht gar nicht so schnell nacheinander. Quarz. Ich mein, der Blackstone, den ich haben will, den finden wir nicht. Au, 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 au. Aber wir nehmen wenigstens ein bisschen Quarz mit. Bin ich zu weit oben für Blackstone? Kann das sein? Müsse ich für Blackstone weiter runter? Ne, ich glaub nicht. Da hab ich aber einfach nur Pech gerade, dass keiner auftaucht. Außer von Panda Thunder. 66 Monate Happy Sub. Wie, wie lieben Dank. Das ist ein Lama von dem Wondering Trader. Ne, die taucht noch nicht im Nether auf. Ist Blackstone nicht einfach biomeabhängig? Wo Lava ist, okay, das ist Maeve. Wo Lava ist, da ist auch Blackstone. Bei Höhe 10 immer sehr viel Blackstorm auf der Nennerite-Suche. Ja, ich denke, ich muss ein bisschen weiter runter. Ich weiß gar nicht, wo Maeve ist. Ich glaube, er weiß auch gar nicht, wo ich bin. Genau, er hat einfach nur eine scheiß hohe Reichweite bei Samhorn gemacht. Kann ich hier ein bisschen weiter runter? Bisher ja. Kein Gold angehabt, kritisch. Ich habe auch kein Gold an, Maeve. Aber mich greift niemand an. Mich mögen die Leute. Im Gegensatz zu Maeve. Okay. Wir kommen noch weiter runter. Keine Lava in Sicht bisher. Es ist ein bisschen nervig, mit der Spitzhacke sich da durchzuarbeiten. Ich muss immer nur ganz kurz drücken. Sonst ist nämlich direkt alles weg. Ach, shit. Dann bin ich jetzt wieder in der Mine von Zombie, oder was? Bin ich jetzt wieder in einer von seinen Netherite-Minern? Ja. Das Problem daran ist, dass es zum einen schwer ist, einen Ausgang zu finden. Äh, wieder, wenn man erstmal hier drin ist. Zum anderen, der hat die Scheiße nicht ausgeleuchtet. Das heißt, hier spawnen überall Schweine. Hier ist ja schon alles ausgehöhlt. Na egal, wir können ein bisschen hier durchlaufen. Hier möchte ich mal eben äh, mein Schild wieder ausrüsten. Aber er hat Blackstone nicht mitgenommen. Das heißt, hier sollte noch was zu finden sein. Gefunden! Das ist ja das Gute, wenn ich hier reingehe. Hier kann ich dann die ganze Scheiße mitnehmen, die, nach der er nicht gesucht hat. Nämlich das, was nicht Netherite ist. Komm, ich höre auch gerade kein Gegner, wir nehmen die Facke wieder. Shit. Ach ja. Immer wieder schön hier. Immer wieder schön hier. Ist denen das Licht nicht egal? Äh, ne, ich glaube, die Schweine spawnen mehr, wenn nichts ausgeleuchtet ist. Kann mich aber auch täuschen. Tja, ich habe bisher nicht allzu viel Netherkram gemacht. Ob ihr es ihm glaubt oder nicht. Ich will ja wirklich demnächst irgendwann mal in dem Stream einfach, wie gesagt, mit dem Boot, äh, nicht mit dem Boot, sondern mit dem Strider durch die Lava fahren und irgendwo ganz weit weg ein Netherportal machen und schauen, wo wir rauskommen. Ich glaube, das könnte lustig sein. Vor allem die gute Sache ist, wenn ich dann irgendwo in der richtigen Meltendorf finde, können wir uns mit dem Waystone direkt zurückworpen. Dann wiederum, vielleicht kaufe ich einfach bei Maeve einen Waystone für 10 Dias. Ich glaube, ich kaufe dann einfach einen Waystone, wenn ich durch den Nether mich weiter wegbegebe. Ach, shit. Shit. Was willst du von mir? Geh doch weg! Oh ja, die Tröten. Als wir die Tröten zum ersten Mal drin hatten, haben wir die, äh, Fully vorgespielt. Wo ist Baby Maut? Äh, was wir gemacht haben, war, ähm, ich glaube, wir hatten Gailo drin. Gailo! Und der, was ich drin hatte, war so ein Geräusch von, äh, wenn was ins Klo fällt. So ein gewisses Plätschern. Und Fully fand das gar nicht lustig. Er hat sich dann gemutet. Fully ist auch der Ansicht, dass wir ihn nie in Ruhe lassen. Was ein Stück weit stimmt, aber, er, er, er hat ein bisschen, er denkt ein bisschen, dass er, ähm, ein bisschen mehr bekommt als die anderen Spieler. Das stimmt nicht. Maeve und ich haben gestern, als wir Eis holen waren, haben wir Dashkes gesamten Laden mit Eis und Schnee zugemüllt. Und vor seinem Laden haben wir noch Kerzen und Algenpakete aufgestellt. Da haben wir geschrieben, frohe Weihnachten. Und am Tag davor habe ich Dashkes Scheiben eingeschlagen. Das heißt, Fully denkt, wenn wir bei ihm ein paar Eier werfen, dass er schlimm dran ist. Aber der, der, der hat ja keine Ahnung. Aber das kannst du ja mit Fully nicht machen. Den sehen wir dann nie wieder auf dem Server. Wenn wir zu Fully gehen und ihm seine Scheiben einschlagen, dann sehen wir den nicht mehr wieder. Hat er den, da ist nichts in Dashkes Laden, was er nicht gefunden hat. Hä? Da ist gar nichts. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts, was er nicht gefunden hat. Außer im Inferno Chaos. Acht Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Blackstone die gute Sache ist, wenn man ihn erstmal gefunden hat, dann hat man auch direkt eine dicke Ader. Habt ihr dicke Adern? an so eine Arterie? Boah, habt ihr Venen? Au! Ah, fuck. Seht ihr, genau deswegen will ich hier nicht sein. Schau euch das an, wie sie herumlungern. Meif, hilf mir lieber mal. Einfach nur am herumlungern hier. Ich handel mit denen. Ich sehe schon, wo es noch ein bisschen Diamant zu holen geht. Da lässt sich der Meif, da lässt er sich nicht lang bitten. Ich glaube, wir haben auch erstmal genug. Au. Oh, aber die neue Rüstung, die ich habe. Und seit der Serve endlich wieder auf normal steht. Angenehm. Was wollten die alle von mir? Vor allem du, kleiner Scheißer. Da war es so ein Problem. Es ist noch eins. Geh weiter. So sieht es doch aus. Ah, ich hau da mal wieder ab. Du musst Gold tragen, um dein Reichtum zu zeigen. Ich habe bei Dashke mal ein paar Stacks Gold gekauft, weil ich dachte, ich will Mogia ein bisschen noch was mit Gold ausschmücken und das habe ich nie gemacht. Wo ging es denn zurück? Ah ja, hier drüben. So. So. Oh, ich hasse diese Nether-Gänge. Ich weiß nie, wo es rausgeht. Das ist das Schlimmste. Ich kann es wahrscheinlich auch mal kennzeichnen, aber um irgendwas zu kennzeichnen, müsste ich wissen, wo es rausgeht. Au. Hier nicht. Aber hier. So, ich habe zwei Fackeln platziert. Die sollten mir schon ein bisschen helfen. Hier ist übrigens der Strider, von dem ich schon so viel erzählt habe. Der auch mit einem Sattel ausgestattet ist. Uuh. Aber ich will erst mal von hier weg, ehrlich gesagt. Der Sound war die Netherite-Backrooms. Außer von der Fully420, 38 Monate. Resub. Wie, wie, lieben Dank. Das ist nicht mein Portal. Meins ist da oben. Aber ja, beim Nether bin ich... Wisst ihr, warum ich auch... Äh... Also zum einen würde ich gerne dann vom Nether, wenn ich weiter weg bin, mal in die richtige Welt zurückgehen. Denn ihr wisst ja, ein Block im Nether entspricht acht Blöcken in der richtigen Welt. Das heißt, da kann man super weit reisen. Und ich glaube, wenn ich weiter weg bin, würde ich auch gerne meinen Waystone hinsetzen und... Ja, und da einfach dann mein Zeug abbauen. Ich bin nicht der größte Fan davon, dass... Oh Gott, was ruckelt. Also, ich weiß, wegen dem... Was ist denn da los? Ja, genau, das... Oh, das Spiel gerade. Vielleicht liegt es am Server. Auf jeden Fall. Ah, dass schon alles am Nether abgebaut ist in der Gegend, wo ich da bin, das bin ich auch nicht der größte Fan von, ehrlich gesagt. Das heißt, daran würde ich auch gerne ein bisschen was ändern. Okay. Da kommen die 4090 ins Schwitzen. Oh ja, ich schwitze richtig. Wisst ihr, was die Sache war? Letztens war eine Sache, die hat mein PC mehr aufgeheizt als alles andere. Und das war der Lobby-Screen aus Descenders. Ich kann nicht sagen, wenn ihr in Descenders in der Lobby seid, mein Gott. Also, ich war da für fünf Minuten und... Es ist... Es war wirklich... Mein... Es ist wirklich... Es ist wirklich... Wirklich warm geworden. Als ich da für zehn Minuten drin war, dachte ich, huuuh... Ziemlich hitzig hier am Schreibtisch. Keine Ahnung, was denn in Descenders Lobby, was da los ist, dass er... Da mein PC lauter wird als bei allem anderen. Descenders found Bitcoins in der Lobby. Will mich nicht wundern. Ich meine, es würde... Also... Es würde mich doch wundern, aber... Es war auf jeden Fall... Laut, wollen wir sagen. Da komme ich auch ganz oben ran. Ne, warte, genau das will ich nicht machen, was ich hier gerade mache. Ich will nicht so nah ans Portal ran. Da können wir noch... Ach. Ich will das Gerüst jetzt auch nicht aufstellen, versteht ihr? Na, was auch immer. Ecke zu. Passt schon. Ne, wir stellen das Gerüst auf. Es reicht. Es reicht jetzt. Jetzt ist genug. So. Okay. Machen wir hier noch ein bisschen weiter nach oben. Äh... Bisschen komisch vom, äh... Blickwinkel hier gerade alles aus, aber... Kriegen wir doch hin. Kriegen wir doch hin. Meine leichteste Übung quasi. weiter mit das hier überhaupt was bringt, muss ich noch eins weiter reingehen. So, so. Mh... Den machen wir hier rein und das so. Die Pilzlichter will ich, glaube ich, auch weiter drin haben. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ja. Die hier ebenfalls. Ah, da komme ich nicht ran. Wir machen so. Dann noch ein bisschen Blackstone verteilen. Damit die Ecken ein bisschen... Ich komme nicht mehr raus. Damit die Ecken ein bisschen weniger, äh... Shit aussehen. Mission, Ecken weniger Shit aussehen zu lassen. Nicht erfolgreich. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Das ist okay an sich. Können wir hier noch ein bisschen... Uuh... Ich könnte hier noch Soul Sand. Habe ich Soul Sand noch dabei? Ich habe... Warum habe ich Soul Sand weggelegt? Das habe ich heute verpasst bisher. Ich habe Zeug gebaut. Nicht all zu viel. Was ist das für ein Spiel? Ah, Terraria. Der Seelen-Sond. Habe ich noch ein Feuerzeug? Ihr habt doch... Ihr habt natürlich kein Feuerzeug. Was für eine Frage. Was für eine Frage überhaupt. Habe ich da unten Seelen-Sand rein? Dann zünde ich den mal an. Hier ist auch noch Platz für ein bisschen Seelen-Sand. Anzünden. Dann hier, glaube ich, das Ganze nochmal. So, und... Anzünden. Ein bisschen Feuer ist ja... Ist ja wichtig hier für erstmal. Will ich Treppen zum Nether-Portal hoch? Oder will ich reinhüpfen? Was meint ihr? Weil ich glaube, ich will es so lassen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, wenn ich Treppen hier hinbaue, wäre es minimal angenehmer. Jedoch gefällt es mir optisch so eigentlich ganz gut. Was will ich denn hier für eine Decke machen? Hüpfe ist dynamischer. Ja, ein bisschen Gameplay, ein bisschen Gameplay. Ah, was mache ich hier als Decke hin? Oder Slaps nicht so groß wie eine Treppe? Oh, ja, 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 ja. Das ist ein hervorragender Einwand. Kann ich welche hier raus machen? Easy. Hier geht es rein. Ja, doch, doch. Gefällt mir. Da möchte ich gerne noch ein paar von den Steinen mit den Gesichtern anbringen. Ich vergesse immer, dass Slaps als Treppen verwendet werden können. Ah, das Material, das Blau brennt, wenn man es anzündet, ist Seelensand oder Soul Sand. In die Biomen, wo man den findet, ist auch immer relativ viel schon direkt angezündet. Also das kann man da kaum verfehlen. Ah ja, Decke. Was wollen wir als Decke machen? Ich habe, glaube ich, immer noch keine Idee so recht. Wir haben ja weiße Decke. Glas mit Lava drüber vielleicht? Nee, nee, nee. Das ist zu übertrieben. Nein, das ist erst mal viel zu niedrig noch. Eine Quarze ist auch... Nee, 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 nee. Das ist auch noch nicht. Warum ist denn der Raum überhaupt so niedrig? Hm. Netherrack, der sich auf der Hälfte zur normalen Decke ändert. Das würde der Nether die normale Decke infizieren. Ja, doch, doch, doch. Das heißt, wir nehmen da ein bisschen Calcid erst mal. Am Boden könnte man eventuell in einem oder anderen Lava-Eimer setzen fürs Ambiente. Nee, 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 nee. Gebrannte Quarzziegel. Meinst du die Säulen? Die Quarzsäule. Warte, ich suche Calcid. Ich meine natürlich Keuchstor. So, 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 so. Wie hier Blackstone? Ich glaube, ich mache hier direkt, äh, dann noch Blackstone. Wobei. Lass mich hier noch kurz hochgehen. Gefällt mir natürlich auch nicht, wenn der Blackstone auch hier wieder so komplett gleich überall ist. Hm. Nee, 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 warte. Dann mache ich lieber Slaps aus Blackstone hin. Ich glaube, die, ich glaube, die machen sich da besser. Moment. Brauche ich nur so viele? Äh, habe ich hier noch? Ich habe hier noch, äh, Diorit-Treppen. Ist natürlich auch wichtig. Ich meine natürlich Polierte Diorit-Stirn. Ach, die Steige, die Stirn. Okay. Wollte gerade sagen, was ist dieses Vault überhaupt? Also, gute Stirn. Oh. Oh. Fuck. Ich habe hier nichts passenderes. Wir machen, machen die hin. Er füllt seinen Zweck. Er füllt seinen Zweck. Die Beleuchtung sind hier natürlich Pilzlichter. Die ich ein bisschen, äh, wikürlich platzieren will. Na, fuck. Da unten wollte ich eigentlich hin. So. Er füllt seinen Zweck. Er füllt seinen Zweck. Ey, ich denke, ich habe genug Zeit mit... Ah, fuck. Ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was, das überhaupt nicht seinen Zweck erfüllt. Nee, 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 du. Die gute Pommes Schranke-Kombi. Yeah. Ich habe irgendwo drei Krüste verloren. Nee, ich würde sagen, der Nether-Portal-Raum erfüllt seinen Zweck. Das Problem ist nur, er braucht noch Türen. Oben ist auch noch Cleanstone übrig. Meinst du, in einem Block, den ich gerade weggemacht habe, oder was? Oder ist da noch mehr? Können wir auch mal die ganze Nether-Scheiße wieder wegpacken? So. Haben wir doch auch schon wieder Platz zum Atmen. Na, warte. Die Schaufel will ich noch behalten. Behutsamer brauchen wir auch nicht. Laterne kommt zu Steko. Oh ja, ich habe... Ich habe... Ich habe so viele Seenlaternen. Das wusste ich nicht. Warte mal. Nee, nee, nee. Ich bin mit den blauen Flammen zufrieden. Seenlaternen brauchen wir für woanders. Ach ja, da ist Cleanstone am allen... Ach ja, da oben. Ah ja. Stimmt, der sollte da nicht sein. Ich liebe übrigens diese eine Mod, mit der ich das Inventar einfach sortieren kann, wenn ich einen Knopf drücke. Das ist ein Game Changer. Ich bemitleide alle, die ohne diese Mod spielen. Bedauernswert ist sowas. Ich habe noch unverarbeiteten Blackstone hier, oder? Ein bisschen. Stein... Ne, aber weiter. Da muss ich nicht mehr an die Steinsäge ran. Das können wir so machen. Ne. Ich glaube, ich will die untere Reihe dadurch ersetzen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Machen sie einfach mal so. Vielleicht habe ich doch nicht genug dabei. Fällt mir just in diesem Moment auf. Sieht damit ja direkt schon ein bisschen ansprechender aus, würde ich sagen. Wenn nicht alles die ganze Zeit der gleiche Stein ist. Das Problem ist nur, ich habe trotzdem zu wenig gemacht. so, wir machen noch... Na, ich weiß nicht, ob die zwölf reichen. Nametext, 50% günstiger. Höret, höret. Ist mir trotzdem zu teuer, gemessen an, dass ich noch... Drei... Ja, ich habe noch selber drei, mit denen ich... Keine Ahnung, was ich mit denen... Äh, nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Kommt irgendwann nochmal ein Streamplan auf YouTube? Ah, ja, wahrscheinlich, weiß nicht. Ich bin, ich war in letzter Zeit sehr... nicht zu motiviert, was Streams angeht, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Keine Ahnung. Das Gefühl, ich bin auch immer ein bisschen... unsicher, was ich überhaupt im Stream machen will, so wirklich. Also, auf jeden Fall wieder der Fall. Äh... Ich könnte hier Treppen hinsetzen, aber ich will nicht. Wir wollen hier noch welche hinsetzen. Ja. Füllst den Zweck und dann machen wir noch Eisentüren ran und dann ist der Nedderraum so weit fertig, oder? Ja, ich würde ja sagen. Ich überlege gerade, wäre hier noch irgendwo Platz für... vielleicht... Ach nee, hier ist die Säule auf der anderen Seite. Nee, ist kein Platz dafür. alles gut. Tür... Tür... Ach... Hm. Optioner... Sprach. Deutsch, Österreich... Nee, Ferdi. Es war so lang lustig, bis ich nichts mehr im Crafting-Menü gefunden habe. An dem Punkt hatte ich das Gefühl, wir müssen, wir müssen aufhören damit. Ah, Druckplatte. Dann nochmal. sowas für Bayer sein, kurze fix. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach ja, die gehen ja nicht einfach so auf. Nee, 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 nee. Türen platzieren ist auch immer so eine Sache. Türen platzieren ist auch immer so eine Sache. Das ist ja, ich nicht ganz schlau werde, aber... Ach, fuck. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Das kann ich... Kann ich nicht den Knopf hier einfach machen? Dankeschön. Okay. Ähm... Kann ich da aus Druckplatten machen? Nee, natürlich nicht. Hups. Ah, dieses Netherholz war... rot, richtig? Das ist rotes Holz. Die gute Mangrove. Ja, das war mehr lila. Nee, machen wir mal einen groben Druckplatten. Hä? Äh... Was glaubt ihr? Haben wir Druckplatten, die farblich dazu passen? Oder eher nicht? Hmm Dark Oak sollte gehen, Schwarz-Eiche. Oh ja. Im Idealfall. Das andere Seite ist zu hell. Dann möchte ich noch... Genau, davon welche mitnehmen. Oh ja, die Türen gehen dann weg. Ha. Ne, irgendwie... Irgendwie war es das auch nicht so recht. Was ist damit einfach? Ich glaube, das... Na, das ist halt auch... Vielleicht. 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 Ich glaube, das passt doch am besten, ehrlich gesagt. Und natürlich passt die Druckplatten hier draußen auch so überhaupt nicht, aber... Darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Ja, ich denke... Ich denke, das erfüllt seinen Zweck. Der Raum ist generell ein bisschen höher, als er sein sollte. Dann wiederum... Er muss auch für das Nether-Portal noch hoch sein. Ne, ich bin zufrieden. Kann auch hier über die Slabs einfach rein. Dann packen wir hier noch schnell die mit den... Äh... Die zwei Steine mit dem Gesicht rein. So. Dann haben wir es ja schon. Welch Platz für den Laternen ist hier leider nicht, aber... Das ist schon okay. Mach den Türrahmen aus dem grauen Stein, dann kannst du auch graue Platten verwenden. Ne, ich denke, ich bin so zufrieden, wie es ist, ehrlich gesagt. Ich denke auch, das Holz ist... Es ist nicht zu anders. Ich denke, das passt hier schon. Sehr strammer Raum. Richtig, richtig, richtig. Fuck, was mache ich denn eigentlich aus dieser Scheiße hier unten? Das ist auch so das Hauptproblem. Machen wir erst mal den Boden eben. Ich sollte wirklich überlegen, was ich grundlegend hier machen will. Also, das Laberzeug, das hätte ich gerne als einen Raum. Oh nein, Midna stirbt. Schon wieder. Ich hoffe, ihr könnt eure Tränen noch zurückhalten. Ich habe inzwischen zu viele, zu lange komische Zelda-Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, wie traurig das Sound war. Ist mit da für ein toller Charakter. Da finde ich immer komisch, wenn Leute das so ernst nehmen. Naja. Naja. Ich weiß nicht. Ich hatte bei Trial Princess nicht zu viele Tränen in dem Auge, ehrlich gesagt. Muss ich mal so gestehen. Was machen wir als Wände für die Tropfsteinhöhle? Ich glaube, ehrlich gesagt, Nether-Ziegel wieder. Die passen eigentlich ganz gut. Kann ich die... Wie, wie machen ich die? Kann ich die hier direkt machen? Ja. Easy. Habe ich noch mehr Nether-Wreck? Dann würde ich das, ehrlich gesagt, auch gerne mal zum Brennen abgeben. Ich freue mich, ob Mitte irgendwann nochmal einen Auftritt bekommen wird. Nicht in den Main spielen. Du hast halt die ein oder andere Anspielung oder... Ich glaube, es ist quasi auch Charakter in Hyrule Warriors. So ist es in der Richtung halt, aber... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sie wirklich in dem Main-Teil... Ich wüsste auch nicht, warum. Ein bisschen komisch, wenn noch ein Teil irgendwann random dann wieder im... Äh... Twilight Princess-Universum spielt. So. Ja, wie macht man hier raus so einen Raum? Ich glaube, ich weiß, wie. Das gefällt mir nicht. Nur vier Eimer? Ich muss Eimer machen. Dann wiederum. Nee, 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 ich muss Eimer machen. Es macht die Vorrichtung. Äh... Die spawnt Lava. Da kommt dann halt mehr Lava raus. Unendlich lange. Kommt ein paar Eimer. Eisen kommt wieder weg. Ich will da unten nämlich jetzt mal meine Lava rausbekommen. Wrath of the Wild 3 öffnet das Multiverse. Jetzt hängt so oder so alles so ein Stück weit immer zusammen, aber... Wusstet ihr, dass ich... Ich hab ja vor ein paar Wochen... Weiß nicht, ob ihr... Die Ersatzbank gesehen habt, wo ihr es angemerkt... Weil ich ein bisschen eine Singleplayer-Welt von Minecraft gestartet hab. Was im Großen und Ganzen zu dem Server geführt hat im Endeffekt. Äh... Hör bitte auf. Die Eimer da rein zu werfen. Dankeschön. Äh, genau. Da wollte ich nur... Ich wollte irgendwas entspanntes spielen. Ich hab ein bisschen Minecraft gespielt und... Was ich mir ansonsten dachte, war... Äh... Dass ich auch noch ein bisschen vielleicht Tears of the Kingdom weiterspielen könnte. Da hab ich mich doch für Minecraft entschieden. Das ist die Geschichte. Ach, die fucking Lava-Eimer. Mehr Platz. So. So. Die Eimer gehen hier mal eben rein. Können wir die Scheiße auch wieder mitnehmen. Ich denke, wenn ich das Ganze zu dem Raum machen will, gibt's nicht wirklich einen Grund, dass das hier alles so weit unten ist. Das macht nur alles unnötig kompliziert. Und deswegen bauen wir die Scheiße ab. Ich will aber bei den, äh, zehn Lava-Sachen hier so weit bleiben. Ich würde sagen, der Raum hier unten ist nicht weiter von Bedeutung. Eins, zwei. So. Ah, ja, da unten geht's dann... Nee, wir machen hier erstmal dicht. Wir machen hier dicht. Und dann überlegen wir weiter. Und dann überlegen wir weiter. So. Ja, das hier drüben kann er auch alles zu. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Weg damit. So, weit, so gut. Ich denke, ehrlich gesagt, wir machen hier noch mehr zu. Ich glaube, ich hätte das ganze Lava-Zeug gerne auf der gleichen Höhe. Damit ich nicht extra irgendwo runtergehen muss jedes Mal. Ich gebe nicht wirklich einen Grund dafür. Irgendwann habe ich das alles hier ausgehoben und jetzt wird alles wieder zugemacht. So, hier kann ich dann eigentlich direkt mal meine Nether-Ziegel wieder einbauen für den Boden. Ich schätze, das wird soweit meine... Na, Moment, das müssen wir hier nicht machen. Wir müssen ja nicht komplett alles verschwenden. Ich habe natürlich keinen Grund, in den Ecken den tatsächlichen Steinen zu platzieren. Braucht ja niemand. An dem Punkt kannst du auch näher zur Treppe. Die Treppen, wie sie aktuell da sind, werden in der Form ja sowieso alle verschwinden. Ich habe hier vor, in diesem Höhlenraum sehr viel noch umzubauen. In meiner Brennerei hier. Streams auf mehreren Plattformen hast du ein Tool, um die Chats zu binden, oder wechselst du immer hin und her? Es gibt Tools dafür. Ich habe immer zwei... Ich mache immer ein Pop-Out-Fenster mit dem Chat. Und dementsprechend habe ich einfach auf dem zweiten Monitor die beiden Chats nebeneinander direkt. Funktioniert für mich ganz angenehm. Ich weiß, dass vielen Leuten die Tools lieber sind. Für mich, äh... Ja, für mich sind sie nicht nötig. Wir machen mal mehr Boden weg. Ich wollte gerade fragen, was glaubt ihr, wäre für die Brennerei eine gute Wand? Welchen Stein wollen wir für die Wand haben? Vorschläge? Inspirationen? Empfehlungen? Wir werden streamen direkt auf YouTube als Upload. Ich denke, ich werde den so dann einfach veröffentlichen. Wir machen nicht Blackstone Ofenwand. Ne, vier Öfen sind wirklich ausreichend. Vor allem, weil die auch alle dann noch mit den Trichtern ausgestattet sind. Nee. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, wir nehmen die, ehrlich gesagt. Ich bin nicht eigentlich immer ganz schick. Oder? Ne, ich denke, die gefallen mir. Ich denke, die passen ganz gut zu, äh, so einer Brennerei. Kohleblöcke. Ich wollte Kohleblöcke mal im Laden verkaufen. Ich habe insgesamt, äh... Ich habe insgesamt 45 Stück gemacht, da habe ich gemerkt, dass das echt lange dauert. Die zu machen. Ne, das gefällt mir wirklich. Das machen wir. Das ist ein schöner Kontrast. Das Problem ist natürlich, dass das hier noch alles, äh, ein bisschen zur Seite verfrachtet werden muss. Wir nehmen erstmal die Steine mit und legen die weg. Ah, ich glaube, dahin ist auch noch alles voll mit Lava-Eimern. Gar keine Lust darauf. Glas hatten wir aktuell hier drin. Die Kiste kommt natürlich auch weg, deswegen eigentlich dumm ist, da nochmal reinzufüllen. Ach, ist mir die Lava ausgegangen hier. Das ist ja ein Ding. Ne, warum hat der... Warum hat der... Warum hat der denn aufgehört, weiterzubrennen? Bisschen komisch. Naja. Ich habe keine Angst dabei. Kannst du die Wand nicht einfarbig machen, äh, sondern mit deinem, äh, Muster, also alle drei Blöcke, eine Säule aus einem anderen Material. Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Muster reinbringen, aber... Man muss ja natürlich erstmal mit irgendwas anfangen. Zum Beispiel werde ich auf jeden Fall die untere Reihe noch was anderes machen. Wir werden das nicht einfach so komplett einfarbig lassen. So, weg mit den Lava-Eimern. Wir können hier auch mal den Dirt entfernen. Ich kann euch versprechen, in der... Wenn der Raum irgendwann mal fertig sein sollte, Dirt wird hier nicht drin bleiben. So, ich mag den Weg hier nach oben. Den will ich beibehalten. Führt der Weg hier sonst irgendwo hin? Nicht wirklich. Okay. Ich habe Montag, München, gar keine Lust auf Lernen-Optionen-Chat. Ich meine, du kannst doch einfach nicht lernen. Vielleicht wird es klappen, vielleicht nicht. Außer im Planschner-Karpfen, äh, frischer Sub. Von Iron, 10 Monate, Resub-Gabenstar, 25 Monate. Black Sister, äh, 280. Treue Gebrennnessel, 36. Und, äh... Ledrion, 8 Monate, Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt wollen wir eigentlich den Raum hier machen. Ich denke, hier. Ich denke, das wird meine Grenze. Hier will ich auch noch was anderes ranmachen. Und zwar, obwohl es wahrscheinlich dumm ist, will ich da ein bisschen Holz hinmachen. Später noch Teppiche. Ah, nicht in der Brennerei. Nicht in der Brennerei, glaube ich. Komm, wir sehen. Schwarzeiche. Ist natürlich auch nicht zu sinnvoll für die Brennerei, aber hey. Ich glaube, die will ich auch noch eins zur Seite verfrachten. Dann wiederum, ich muss eigentlich nur die Kisten dann verschieben. Ja. Oh, haben wir hier ein paar Pikmin 1 Fans? Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Hm. Was mache ich denn da unten rein? Ich glaube, der Netherwreck gefällt mir in sich vom Kontrast her so weit. Ehrlich gesagt. Hm. Brennt der eigentlich? Die brennen noch. Die sind gleich fertig. Naja, fast. Ich will die noch fertig machen, bevor ich das dann abbau, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sollten auch direkt mal noch ein bisschen Deep Slate abbauen. Die Frage ist so, wo mache ich das am besten? Ah, wie viel Deep Slate habe ich noch? Hm, naja. Ein bisschen. Da können wir noch ein bisschen was draus machen. Und hier ebenfalls. So, hier machen wir direkt zu. Wie will ich überhaupt denn den Eingang von diesem Raum machen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt sehr viel weniger Ahnung davon, wie ich, äh, das hier alles zu räumen machen will, als man meinen würde. Sehr viel weniger Ideen, als ich haben sollte. Das kann ich euch versprechen. So, dann würde ich sagen, ich werde direkt mal meine, äh, die Lava selber platzieren. Ist das Öfen mit dem Lava-Eimer-Heiz im OG-Game drin oder eine Mod? Das ist, äh, ein richtiger Spiel. Außer von der Rohan Lyle, äh, 100 Bits. Wie viel lieben Dank, wie viel lieben Dank. Zurück vom Gym nicht, weil die Busse bei uns der größte Scheiß sind und am Wochenende erst recht. Da würde ich sagen, hast du noch einen entspannten Aufenthalt am, äh, am Bahnhof oder wo? Auch immer. Oh, dir. Ein, äh, hier kann ich... Ne, wir müssen ein bisschen höher gehen. Tropfstein und da unten dann der Kessel. Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Hm. Ich glaube, wir machen das ein bisschen anders. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, wir machen das so rum. So ist sehr viel besser Platz dafür. Ist mir gerade aufgefallen. Dann wissen wir jetzt auch etwa, wie hoch der Raum werden soll. Ich hoffe, ich habe genug Platz für das hier alles ist. Ich hoffe, ich habe genug Dripstones da. Nein, hier sind überall noch genug zum Abbauen. Ich habe keine Lust, noch zusätzlich welche abzubauen. Okay. Okay. So weit, so gut. Ähm... Die Teile suche ich. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, zehn. So weit, so gut. Bevor wir die Kessel platzieren, will ich noch kurz Blackstone holen gehen. Ist mir gerade aufgefallen, ich hätte eigentlich ganz gerne einen anderen Boden da, wo dann die Kessel stehen. Ich glaube, sie müssen sich ganz schick machen. Ah, sechs. Wir brauchen mehr als sechs Stück. Ja, die Stalaktiten, äh, durch die wird das Ganze, kommt die Lava dann durch. Ohne die, äh, sollte die Apparatur nicht funktionieren. Oh, eine Steinsäge. So Steinsäge will ich. Willst du den Höhlenflair dich ein bisschen beibehalten? Es, es wird stellenweise noch ein bisschen Höhle. Ich will einfach mal schauen, wie viel ich tatsächlich umbauen kann. Wie wir es dann im Endeffekt machen werden, dass es wird sich noch zeigen. Einfach nur mal versuchen. Ich wünschte, ich könnte da unten rein. Oh, kann ich. Ich wünschte, ich könnte hier raus. Hey, 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 ist das etwa Metroid Prime, äh, äh, eins? Hier will ich, glaube ich, noch ein bisschen Blackstone drumherum machen. Ich kann leider noch nicht die andere in rot eingefärbt von diesen Steinen machen. Was mich ein bisschen nervt. Ja, komm, machen wir Blackstone-Fliesen noch da raus. So, so. Das sind genug, oder? Nein, warte, ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe noch eine viel bessere Idee. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Jetzt legen wir es richtig los. Erstmal machen wir hier unten dicht. Das ist erstmal das Wichtigste. Warum kann man eigentlich keine solche... Trittschalter aus Deep Slate machen? Was soll das eigentlich? Dann machen wir das Ganze so. Da ist das Ganze ein bisschen tiefer. Ich glaube, das würde ich hier gerne noch ein bisschen anders... Ich glaube, da hätte ich von denen gerne noch ein paar Slabs. So, rein. Aber hier habe ich Slabs. Ich habe Treppen. Was werden mit denen? Nee, die Treppen finde ich komisch. Ich will hier Slabs. Führt keinen Weg dran vorbei. Geht gar nicht anders. Wie viel brauche ich? Eins, zwei, drei, vier... Acht. Zehn. Sagen wir zehn. Sagen wir, ich brauche zehn. Ne, ich glaube, das mache ich auch nicht. Ich glaube, wir bleiben bei den Treppen. Dann wiederum... Ich glaube, ich hätte gerne Treppen aus dem anderen Material hier. Was wäre denn damit? Ne, die sehen zu sehr wie die Wand hier aus. Hm. Was wäre Blackstone-Treppen? Quarz-Treppen? Ne, 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 ne. Ich glaube, es ist okay. Wir packen mal die Kessel hin und schauen, wie das Ganze dann wirkt. Okay? Ach, fuck. Das ist generell einfach dumm, was ich hier gerade gemacht habe. Ach. So eine Scheiße. Also es ist generell einfach, äh... Müll. So. Da komme ich wieder hoch. Blackstone Slabs habe ich auch noch welche, die ich... ...hier reinpacken kann. Hm. Ich habe das Gefühl, wenn man, äh, auf, ähm... ...auf die halben Blöcke geht, dann wird immer alles kompliziert. Ab dann wird alles kompliziert. Natürlich könnte man sich hier die Frage stellen, worum es überhaupt runter geht, aber... ...darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. So einfach nur optisch ein bisschen abwechslungsreich sein, okay? Ja, das ist ein Trepp-Moment gerade. Nimm doch dubious debris Treppen. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Hab gerade deinen zu 100% legitimen YouTube-Wiki-Eintrag gelesen und musste sehr lachen. Das ist ein Trivia-Fakt, dass sein Sohn sitzt im Gefängnis. Das ist jetzt nicht lustig. Aber macht man keine Witze. Äh, drei. Ich brauche mehr Platz. Fuck. Äh, ne, wir gehen noch mal hoch, wir gehen noch mal hoch. Wir legen die Scheiße, ähm... ...in der Schredder-Kiste ab. Okay, kann ich jetzt auch meine 10 Lava einmal mitnehmen. Willst du dann die dunklen Treppen auch noch auf die anderen Seite der Kessel packen? Ach, nö. Da habe ich nicht vor, hinzugehen. Aber eigentlich ist das so... Ach, warte mal. Ach. Ich wünschte, ich hätte... Ich hätte das alles nicht so gemacht, ehrlich gesagt. Also, ich mache hier einfach Wasser rein und dann können wir so tun, als ob das irgendeine Form von Sinn ergibt. Dann packen wir hier noch, äh, normale Blöcke rein. Aber nicht die. Ähm... Habe ich eigentlich noch Blackstone? Ich habe die Slabs, aber... Es sind nur neun Stück. Ich glaube, ich brauche mehr. Oh ja, ich habe noch Blackstone. Alles gut, alles gut, alles gut. Warst du als Sicherheitsmaßnahme, falls es mal einen Arbeitsunfall gibt? Ja, ja. Der Witz war aus, äh, Dubious Debris macht mal Netherite. Ich erkenne, dass er nicht gut war. Okay. Ja, Netherite habe ich bisher nicht gefunden. Das sieht halt auch scheiße aus. Ah, wir brauchen mehr Blackstone-Treppen. Sagen wir 20. Dann machen wir hier rundherum noch überall Treppen hin. So, so. So. Ergibt nicht wirklich Sinn, das zu machen, aber... Ich weiß mir doch auch gerade nicht zu helfen. Ja, ist okay. Bis in die nervigste Stufe aller Zeiten runtergehen, gehört ja manchmal zum guten Ton. Wir gehen hier noch eins rüber. Habe ich gerade beschlossen. Und dann kommen hier die Slaps hin. Ja. Ja, das hier unten ergibt überhaupt keinen Sinn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber egal, wir haben unsere 10 Lava-Ladungen. Könntest du auch drum Lava in die Stufen noch einkippen? Nee, 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 nee. Man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Und da haben wir unser schönes Lava-Becken. Damit ist der Raum soweit funktional. Ich muss die ganze Scheiße hier noch irgendwie rausbekommen, die Kiste muss da weg. Oh, nur wohin? Wohin damit? Die Eimer kann ich vorübergehend hier hinpacken. Ach, das Lagerung ist... Ach, fuck. Dieser Raum hier macht mich auch verrückt. Der ist auch kolossale Scheiße aktuell, aber... Ach, komm. Aber was soll man machen? Dann machen wir hier Glas hin. So, wenn ich die Kiste da hinmache, dann kann das irgendwie irgendwann mal wieder alles zusammenführen oder so. Ich weiß auch nicht. Warte, ich kann die, äh, ne, da Blöcke noch weglegen. Also, ich würde gerne im Keller noch irgendwo den Lagerraum für einige Dinge machen, aber... Ja, das ist auch alles noch Zukunftsmusik aktuell. Ne, das Dirt. Dirt kommt zu Schmutz. Und für Zukunftsmusik, da haben wir aktuell noch keine Zeit für, versteht ihr? Aber hier habe ich meine ganzen Kupferblöcke hin bei Steinbauteilen aus irgendwelchen Gründen. Also... Ach. Okay. Das war nicht so schlimm wie erwartet. Ich glaube, ich werde jetzt eine Axt holen. Wir holen jetzt eine Axt. Glas, 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 Glas. Ich wollte eigentlich am Spawn noch riesigen, äh, Fragezeichenblock irgendwo bauen. Weil Dashki und Maeve das riesige blaue Glas kaputt machen wollten, aber... Das habe ich nie gemacht und deswegen habe ich jetzt jede Menge gefärbtes Glas, mit dem ich nichts anfangen kann. Ich meine, irgendwann... Irgendwann wird das bestimmt für irgendwas gut sein. Actual ist nicht der Zeitpunkt. Actual ist nicht der Zeitpunkt, wo es für was gut ist. Außer von Dragonfire, 19 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Truhe. So. Ich habe die Axt nicht mitgenommen. Ne, wir gehen jetzt die Axt holen. Ich werde das nicht mit der Faust jetzt alles abbauen. Das ist mir dann doch zu blöd. Habe ich eine Axt? Sicher doch. Sicher habe ich eine Axt. Auch noch eine Effizienz 3 Axt. Also ich sage es euch, die wird die Kisten ungemein schnell abbauen. Okay. Einfach alles weg hier. Natürlich fallen mir direkt Lava-Eimer entgegen. Ach, shit. Als ob hier noch so viele Lava-Eimer überall sind. Okay. So. Äh, ja, ich denke... Ich sollte mal den Eingang planen. Der wird nämlich hier sein. Ich habe schon wieder viel zu viel Scheiße dabei. Ich denke mal die Lava-Eimer weg jetzt. Also hier geht es dann hoch. Und dann kann man die ganze Scheiße umfüllen. Das heißt, wenn man das hier umfüllt... Wie macht man einen Fass? Zwei Slaps brauche ich dafür noch. Also ich habe nämlich gerade beschlossen, dass ich an sich da oben ganz gerne einen Fass reinpacken würde. Da kommen die ganzen Lava-Eimer rein. Damit ich hier welche rausnehme und dann hier umfüllen kann. Ich denke, das wäre ganz angenehm. Äh, ansonsten... Hm. Ich meine, das hier unten muss auf jeden Fall weg. Es soll nicht so bleiben. Habe ich nicht mehr dabei. Fuck. Warum habe ich meine Netherziegel nicht mehr dabei? Das ist eigentlich so viel Müll dabei, den ich für gar nichts brauche. Und die Scheiße hier rein. Da nehmen wir die Lava-Eimer mit. Warum habe ich überhaupt die Seelenlaterne dabei? Dafür gibt es auch absolut keinen Grund. Ja, aktuell, ich weiß, ich weiß, mein Inventar-Management ist... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist fürchterlich, wir kommen zu nichts so wirklich. Ist mir durchaus aufgefallen. So, Glas kommt direkt hier drüben noch mit rein. Weg damit. Die Laterne kommt zur Scheko. Okay. Wie lange habe ich noch vor, zu streamen, bis zum ersten Licht des fünften Tages? Äh, ich weiß gar nicht. Mal schauen. Die Sache ist nämlich, heute Abend... Das habe ich gar nicht angemeldet bisher. Äh, heute Abend machen wir noch so einen, äh... Gartik-Phone-Stream. Einen von diesen Streams. Wo ich gefragt habe, ob ich mitmachen will, vor Wochen schon. Ich habe gesagt, ja, und dann war es heute. Und ich dachte mir, ja, ja, das ist ja heute. Ja, ja, das machen wir dann. Ich glaube, 18 Uhr um den Dreh fangen wir an. Knoblauch-Telefon. Ja. Dann brauchen wir noch Trichter und den Ofen. Ich wollte gerade sagen, die sehen hinten und vorne gleich aus, oder? Tun sie nicht. Au. Ich wollte gerade sagen, gehen Öfen kaputt, wenn man die abbaut. Aber nein, die Trichter. Die Trichter sind direkt am Werk. Die lassen sich dann nicht lange bitten. Heute nicht, danke. Dann halt morgen, Maeve. Dann halt morgen. Wenn du heute nicht willst. Das ist gerade ein Elend hier. Schön die Lava fallen, bitte. Kann ich hier nicht irgendwelche Müllblöcke schnell hinstellen? Ja, so einfach, komm. Dann setzen wir die Öfen hier drauf. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Und dann bringen wir hier hinten die Trichter an. Ach ja, und zwei Kisten noch oben. Eins, zwei. Warum? Ich glaube, mit der zweiten muss ich die erste dann anklicken. Okay. Ne, warte, das stimmt gar nicht. Da kommt noch eine Schicht Trichter drauf. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich krieg das hin, die simpelste Holz... Äh, die simpelste Ofen- und Kisten-Kombo zu machen, okay? Ich schaff das. Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Lass mich hier mal schnell rüber bauen. Ach, und eine Kiste ist da unten drin. Da, sie hängt im Ofen fest. Das ist kein Heizmittel, das ist eine Kiste. So. 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 Dankeschön. War doch gar nicht so schwer. Dachte ich zumindest. Aber dann war es doch sehr viel nerviger, als ich mir wünschen würde. Aber. Warte, klappt das überhaupt? Ja, klappt. Okay, ich war mir uns nicht, ob die Trichter gerade mit den Kisten, äh, Verbindung haben. Aber scheint hinzuhauen. Können wir hier noch eine Treppe anbringen? So. Hm. Nee. Habe ich noch einen Slap? Habe ich nicht. Natürlich nicht. Lass mir mal so gelten. Lass mir mal so gelten, würde ich sagen. Dann wiederum. Nee, nee, das passt so. Das passt so. Äh, Moment. Ich versuche hier gerade, einen Weg nach oben zu bauen. Verbräuchte ich aber mehr Abstand. Machen wir da eine... Nee, das geht auch nicht. Äh, da müsste ich viel weiter gehen oben. Machen wir einfach zu. Wir machen hier einfach zu und dann können wir hier rüber laufen. Ist das, ist das nicht angenehm? Ich denke, dass das sinnvoll ist, was ich an der Stelle machen kann. Ich muss sagen, äh, bisher grauenhaftes, äh, Gebäude, was ich hier mache. Das läuft überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir werden mal eben runtergehen und ein bisschen Deep Slate holen, ehrlich gesagt. Es gibt übrigens noch einen Raum, den ich heute ganz gerne machen würde. Ich habe vergessen, wie man zu ihm rüber... Okay, der ist da vorne. Und zwar habe ich den einfach mal so ein bisschen, äh, random entdeckt und dachte mir, oh, der ist relativ cool. Habe ich ein paar Umzugstipps, dass Umzüge nicht so schlimm sind? Nee, keine Ahnung. Umzüge sind immer nervig. Was für einen Serveranbieter nutzt ihr? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas von Dashke. Und hier oben ist so eine Eisbahn von, äh, Zombie, wo man da super schnell durch kann. Ich habe diesen Raum hier gefunden und ich dachte mir, oh, der ist ganz cool. Und deswegen habe ich hier eigentlich schon ein bisschen was vorbereitet, damit wir hier ein bisschen, äh, kleinen Schneeraum machen können. Und den würde ich heute an sich auch noch gerne machen. So, hier kommen noch die, äh, anderen Steine hin. Ah ja, Deep Slate abbauen. Na, ich habe gar nichts mehr. Gott, wir werden schnell eher zum Deep Slate rüber gehen. Was war denn der Weg dafür? Irgendwo habe ich auch noch ein, eine Abkürzung gemacht. Ich glaube, die war hier, eher genau hier durch. Au. Dann gehen wir mal ein bisschen durch die Minen von Mogia. Hier an sich natürlich schon ein bisschen, äh, aufgearbeitet wurden. Bisschen platt gewalzt alles. Damit man auch angenehm hier durchlaufen kann. Wir sind hier, wir sind hier nicht bei, keine Ahnung, bei Ricky zu Hause. Ricky wohnte auch in der Höhle übrigens. Was halte ich eigentlich davon? Dass er einfach mein, äh, Ding geklaut hat. Wie quasi Konkurrenz für, äh, für Mogia sein, aber... Na, sicher doch. Na, hier unten will ich auch nicht weitermachen. Hier unten habe ich nämlich noch meine, meine gute alte Zombie Farmer, der ich noch ein bisschen die Wände ersetzen will. Wo kann ich am besten Deep Slate abbauen? Da hinten baue ich immer Deep Slate ab. Ich hasse es eigentlich, dass hier inzwischen schon dieser riesige, leere Raum ist, aber... Ich mache einfach mal weiter. Notfalls mache ich hier die... Ich glaube, ich werde hier dann einfach die Wand zumachen und so tun, als würde dieser Raum nicht existieren. Ne, ich habe keine Ahnung, was ich hier jemals hinbauen sollte, dementsprechend. Ich glaube, ich mache hier dann einfach zu. Hier kann ich auf jeden Fall noch eine Menge Deep Slate abbauen. Und das ist ja auch manchmal ganz wichtig. Manchmal frage ich mich, wie viel schneller es mit einer Effizienz-5-Spitzhacke gehen würde, aber... Ach ja. Das werde ich auch nicht herausfinden. Fucking Granit. Niemand will jemals was aus Granit bauen. Warum bist du überhaupt hier? Habt ihr mal freiwillig mit Granit gebaut? Das ist auch so... Das ist auch so ein Stein, den man nicht wirklich verwenden will, oder? Eine Tiefgarage. Holt Maeve gerade... Macht Maeve gerade das Witter-Zeug? Sehe ich das richtig? Mit seinem nicht den Kopf verlieren Achievement? Immer noch eine Runde. Warte mal, bis du eine Netherite-Spitzhack mit Effizienz 5 hast. Na, aktuell will ich das noch nicht machen. Aktuell will ich das noch nicht machen. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht wirklich einen Grund für mich jetzt aktuell auf die Netherite-Suche zu gehen. Es gibt in Mogia noch so viel zu erledigen. Ich liebe Granit, besonders den Polierten. Der Polierte sieht noch ekliger aus. Kannst du eine Säulenhalle wie ein Mogia draus machen? Ne, dafür ist es ja immer noch ein zu kleiner Raum. Aber egal, bis ich hier mal angekommen bin, vergeht eh noch viel Zeit. Also immer mit der Ruhe. Müssen wir uns noch gar keine Gedanken drum machen. Komm, wir nehmen noch eine Runde Deep Slate mit. Ist das Lied zu Ende, oder? Ich glaube, das nächste Lied ist einfach nur wieder so leise, dass man es nicht hören kann. Ne, da ist was. Und es ist sehr leise. Einen Kerker hier unten machen. Ne, wie gesagt, das ist... Wenn ich meinen Plan durchziehen kann, mich so weit durchzubauen, dann... Ich weiß nicht, ob ich jemals das Ganze so weit machen werde, dass ich hier unten ankomme, ehrlich gesagt. Denn ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist ein scheißweiter Weg, bis man hier ist. Rare Morgi streamen. Ist gerade mal zwei Wochen her. Hä, was? Gerade mal zwei Wochen her, seit ich zuletzt gestreamt habe. Hier kommt manchmal von irgendwo ein Zombie runter und er geht mir richtig auf die Nerven. Weil ich nicht ganz weiß, wo er herkommt. Aber diesmal war er nicht da, also alles gut. Zwei Wochen fühlt sich aber an wie drei. Ja. War aber eine lange Zeit, die ich nicht gestreamt habe. Ah, hier nach oben. Den Weg muss ich auch irgendwann mal... Nicht scheiße machen. Ach, da vorn. Ugh. Ugh. Das ist ja gar nicht schön. Warte, ich will noch welche von den anderen Steinen machen. Nämlich die hier. Damit wir sie alle da haben. Egal, ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn. Versteht ihr? Gefällt mir das, da so runterzubauen. Naja, ändert nicht wirklich viel. Die da unten abzubauen, ist auch richtig nervig. Wisst ihr das? Das Gefühl, ich hätte das alles besser planen können. Das ist okay. Manchmal muss man auch einfach ganz spontan entscheiden, was man am besten machen will. Ganz spontan, versteht ihr? Ach, fuck. Weiß gar nicht, ob Maeve noch zuschaut. Aber Maeve haben sich schon ein paar mehr Leute für Proximity-Chat-Testen gemeldet. Oder sind es immer noch nur du, ich und Deschke. Leute, es ist immer ganz heiß darauf, Proximity-Chat zu testen. Niemand? Ja, ja, okay. Ihr hattet euch schon so eine Vermutung, ehrlich gesagt. So, folgende Idee. Wir machen bis hierhin jetzt mal das Mauerwerk nach oben, okay? Damit das so weiter geschlossen ist. Die Frage ist nur, will ich das ab da oben dann anders aussehen lassen? Wir machen so hoch. Noch eins höher hier. Will ich hier dann vielleicht noch ein bisschen Clean Stone außen und überall ran machen? Damit es wieder ein bisschen nach Höhle aussieht. Einfach Passwort legen und Zuschauer testen lassen. Das ist Zombie-Strategie. Ich stimme nicht mit Proximity-Chat, den ihr hier habt. Ähm, wir... Da hat jemand auch für uns was noch gemacht. Extra für uns, wo man dann sich auch... Wie bei Little Company unterhalten kann, wenn man tot ist. Aber dann wollen wir auch schon, dass, wenn wir tot sind, dass wir uns dann auch muten können, wie die Lautstärke ist und alles. Es ist, äh... Es ist nicht ganz so einfach. Da gehören noch ein paar extra Schritte dazu. Ja, wisst ihr, weiß ich, ich glaube, ich will das wieder wie, äh... Aussehen lassen, als ob das eine Höhle wäre da links. Von außen. Bisschen wie den, äh... Laden von Mogia, versteht ihr? Kartoffel war mal das Passwort ganz kurz, bis es jemand geleakt hat. Naja. Naja. Dann meine ich, will ich nur für eine Aufnahmesession. Oh, das Lied ist ein Hit. Ne, ich glaube, wir wollen das wie eine Höhle von außen aussehen lassen. Ich glaube, ich will schon Räume machen, aber ich glaube, von außen will ich, dass es noch wie eine Höhle aussieht. Was, was meint ihr? Oh, hier ist eine schöne Treppe. Ja, hier ist eine schöne Treppe geworden. Ich habe keine Ahnung, ob Leute nicht hören können von Lautstärke her, aber das ist okay. Natürlich. Hallo, Leute. Na gut, ich glaube, du solltest ausreichend laut sein. Ja, klar. Immer. Heißt ja nicht Maeve. Na. Das stimmt. Du heißt nicht Maeve. Was hast du heute schön alles Schönes gemacht? Ich habe es nebenbei immer ein bisschen offen gehabt. Hast du mein Nether-Portal gesehen? Ich hatte gesehen, dass du daran gebaut hast, aber ich habe es gerade nicht gesehen. Ja, das war ich auf jeden Fall fertig. Ich bin gerade dabei, mich hier ein bisschen meine Pläne für Mogia durchzuarbeiten. Natürlich habe ich die Treppe schöner gemacht und... Was ist das hier an der Decke? Wie? Ach so, es soll ein leichter Übergang sein quasi. Aha. Okay, ja, ja, ja. Und ja. Hier oben ist schön mit dem Übergang. Aber an sich führt das Nether-Portal nur zu dem üblichen Gebiet und da gibt es nicht allzu viel, also... Ja, darum können wir uns noch kümmern. Das machen wir noch schön. Ja, ich will einfach ein bisschen weitergehen und dann einfach... Oh Gott, was habe ich gerade gedrückt? Shader neu geladen, okay. Ich will einfach ein bisschen weitergehen und dann da vielleicht ein Warp-Zone setzen. Ich habe das Gefühl, der Bereich hier in der Nähe von dem... Beim Nether, der ist schon relativ... Relativ aufgebraucht. Weiß ich gar nicht. Also ich habe da ein bisschen gebuddelt, aber sonst ist da nichts... Doch, überall, wo ich entlang buddelt, stoße ich früher oder später auf deine Tunnel. Ja, ich habe da... Weißt du, wie selten dieses Zeug ist? Hast du welches abgebaut? Hast du? Hast du, hast du, hast du? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe nur nach Blackstone gesucht. Ah, okay. Und ich bin nicht der Einzige, der TTT hier geleakt hat. Ja, mir wurde direkt gesagt, jeder hat das schon mal gemacht. Also musst du es auch schon mal gemacht haben. Nee. Was? Nee. Ja, doch, doch, doch. Mir wurde gesagt, jeder hat das... Nee, nee, nicht das Passwort. Man hat die Server-IP manchmal gesehen, aber die ist ja egal, wenn man... Äh... Weil die Leute das Passwort nicht haben. Nee, jeder hat das geleakt. Ich bin nicht schuld. Ich kann gar nichts falsch machen. Wir hatten den Schwachsinn erzählt eigentlich. Gute Frage. Melk oder so? Also ich meine, die Server-IP, die hat man öfter gesehen, aber... Warum ist mein Skin falsch? Inwiefern? Ich sehe es gerade bei dem Studio. Guck mal meine Hände von unten an, da sind schwarze Streifen drauf. Oh, oh. Keine Ahnung, vielleicht hast du Ringe an oder so. Nee, das ist, wenn man den... Man kann ja auswählen, ob das Model dünn oder breit ist. Ja. Breit ist ja Standard. Und mein Skin ist auch für breit ausgelegt, aber es verhält sich so, als hätte ich dünner. Ich sehe auch dünne Arme bei mir selber. Hä? Moment, ich mach mein Skin neu rein. Wird man sich gar nicht erst vorstellen, sowas. Wird man sich gar nicht erst vorstellen. Ich zittere noch immer. So, ich wünschte übrigens, ich hätte die Decke nicht mit Cobblestone zugekleistert. Was zitterst du denn so? Ich glaube, ich habe meinen Skin für einen breiten Charakter, aber ich glaube, er wird gerade für einen dünnen angezeigt. Äh, ja, ich wünschte, ich hätte die Decke nicht scheiße gemacht. Eine Folterkammer mit Zombie als Henker, das wär's doch. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Willkommen, Sefri. Erstmal wollen wir das jetzt zumachen. Das ist erstmal... Das hat erstmal die höchste Priorität. So, hast du auf bayerisch gestellt, das Spiel? Ja, freilie. Das war für mich so lange gut, bis ich im Buch nichts mehr gefunden habe. Sind meine Arme jetzt... Habe ich ein bisschen gepumpt? Habe ich jetzt breite Arme? Ja, also es sind zumindest keine schwarzen Striche mehr unten. Ja, nice. Hast du einen femininen Körper aufgegeben? Ja. Au. Komm ich hier hoch? So halbwegs. Du hattest deine Decke hässlich? Ja, ich dachte ja eigentlich, dass ich hier nur abgegrenzte Räume machen will. Deswegen habe ich die Decke schon mal... Das wäre im Stream eh langweilig. Deswegen habe ich das alles platt gemacht. Aber es ist mir auffallen... Ja, ich will, glaube ich, vielleicht doch eher bei den Höhlen bleiben. Und... Ja, ich muss das da oben dann auch... Muss dann noch eine Schicht irgendwie mit Cleanstone drüber. Das heißt, das ist ein bisschen nervig. Ja, da helfe ich gerne. Bleißarbeit immer dabei. Was glaubst du, könnte ich hier als Decke machen? In meinem, äh... In meiner Brennkammer. Hm. Gute Frage. So viele verschiedene Steine. Vielleicht ein bisschen Blackstone? Nein, wir machen keinen Blackstone mehr. Der ist eh schon hier unten. Ich müsste ja nämlich nochmal losziehen. Ich habe gar keine Lust darauf. Ich habe gestern richtig alle meinen Blackstone gegeben. Das habe ich gemerkt. Er hatte auch dann vorgeschlagen, wie groß er den Turm noch machen will. Und dann wollte er links von dem Turm nochmal einen genauso großen machen. Und ich habe zu ihm direkt schon gesagt, ja, das ist... Das würdest du nicht machen wollen, wenn du Blackstone mal tatsächlich selber abgebaut hättest. Er denkt sich, oh ja, den kriegt man ja leicht. Da kann ich ja direkt fünf Türme damit machen. Aber das ist schon scheißnervig, Blackstone immer zu holen. Ich glaube, ich nehme einfach Netherziegel. Ja, ja. Chat, bin ich wieder zu leise, weil einer gerade geversagt hat, dass du mich lauter stellen sollst. Nee, ich habe keine Ahnung. Chat, chat, hallo, chat. Die sagen schon was. Warum antwortet ihr nicht instant? Chat, hallo, Hilfe. Sie sind ein bisschen langsam. Okay. Ist in Ordnung. Wir haben Wochenende. Ist das tolle? Nee. Passt. Selber langsam. Okay. Selber langsam. Nein, die Fackel. Ja, ich denke, ich mache das immer als Decke. Okay. Ich finde, das flüstert in euren Ohren. Maeve war nur relativ leise, würde ich sagen. Ja, das habe ich selber gehört. Oder nicht. Ich habe Caps Lock noch an. Er wird geraged. Erst mal ein bisschen Netherziegel eingeben. Soll ich gucken, was Richie gebaut hat? Oder will ich mich dann direkt wieder ausloggen? Ah! Also, in seiner Höhle ist es wohnlicher, als ich dachte. Sein Turm, wir können eigentlich gleich rüberschauen. Okay. Also, lass mich hier noch schnell zwei reinmachen. Habe ich gerade eine Ente gehört? Nö, nö. Willst du dir einen? Okay. Das ist eine Gans. Das stimmt. Ja. Okay. Schauen wir zu Ricky rüber. Mit diesem Mod von wegen anderen Geräuschen auf Steine, es klingt so, als würden wir mit Stöckelschuhen gerade über diese Steine sprinten. Oh mein Gott. Hä? Ich seh doch die Wand da hinten schon. Ja, es ist, ich hab ihm gesagt, dass er eigentlich auch dass er den Blackstone auch vielleicht anders verwenden kann, als immer nur als die Ziege. Aber er hat gesagt, nee, das find ich schön so. Ästhetisch. Dementsprechend hat er nur sehr viel von dem gleichen Stein verwendet. Ich versteche halt auch überhaupt nicht raus in dieser... Er wollte halt links noch einen bauen, aber dann ist ihm aufgefallen, dass der linke, er wollte zwei Türme bauen direkt, weil wie gesagt, er weiß nicht, wie nervig es tatsächlich... Ich weiß nicht, so schlimm, aber du willst auch keine zwei Türme mit Blackstone bauen. Er weiß nicht, wie nervig die abzubauen sind. Da hatte sich ja eigentlich gleich mal zwei Türme. Da war jetzt da ein riesen Villager. Der ist halt gestern da. Hab ich gestern in der Früh irgendwann da hingebaut. Genau, und dann, der zweite Turm ist richtig dann aufgefallen, dass er hinter dem Glasteil ist. Ah. Der im Fahrstuhl hat er gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, der sieht man ja gar nicht. hier hat er das eigentlich weggebaut, weil da wollte er sich, wenn ich mich wieder einlogge, runterfallen, also das hat nicht geklappt. Ah, schön, stark, ja. Das ist der Innenraum soweit. Sieht in Ordnung aus. Hier ist sogar ein eigener Villager hier. Direkt, okay, weißt du was, ich hab das Gefühl, diesen Platz hier. Ich hab ne Vermutung, wer das hier gebaut hat, wenn ich mir das gerade so anschaue mit den ganzen Plätzen für die Villager. Das sieht doch ein bisschen anders aus als bei Dash, äh, maybe, bin ich sicher. Ich mein auch Maeve. Achso, ja, kann auch sein. Aber er hat einen Villager aus meinem Dorf geklaut einfach, hallo? Ne, das war ein Zombie-Villager tatsächlich. Oh, okay, dann ist in Ordnung. Maeve war da natürlich. Ich bin nur nicht von dem Turm überzeugt. Da hat er nämlich, ähm, zum einen hier ist einfach ein Loch nach unten. Ich, ich weiß nicht warum. Zum anderen die, die Treppe hier ist, die ist nicht so schön. Die ist nicht schön hoch zu gehen. Wenn der Turm runter geht? Äh, wenn du den Turm runter gehst, dann kriegst du Fallschaden. Komme ich nicht zu den Four Kings, schade. Ne, aber Maeve hat das gleiche gesagt gestern. Ja, es sieht so aus, wie die Wendeltreppe und so. Ja. Ich, ich kann irgendwie Hockey's Turm angucken und dann muss ich an dieses, äh, Copy my homework, aber not too obvious, Meme denken, wenn ich den Turm hier sehe. Oh nein. Ist ja Zombie-Villager nicht etwa von, äh, Zombie? Nein, die spawnen manchmal einfach so, wie normale Gegner. Die kommen tatsächlich nicht alle von mir. Das ist wie mit dem Weihnachtsmanager, der kann auch nicht alle Geschenke alleine verteilen. Naja. Früher konnte er erstmal, aber der wurde auch faul. Oh, ist hier oben den Schleim. Achso, ja, stimmt. Damit man nicht stirbt. Oh ja, das ist so, was, äh, was geschehen ist in letzter Zeit. seit gestern. Ja, ich habe hauptsächlich heute natürlich das Zeug gemacht. Na, die müssen jetzt alle oxidiert sein, aber, ne? Ja. Das braucht so lange mit diesen dummen Teilen. Nee, nee, das... Kupfer ist so nerviges Material. Ja, ich kann jetzt ein paar Kette anbieten. Ah, und sollen wir da drüben alles voll mit, äh, Sniffern? Das sind nicht mehr so viele, glaube ich. Äh, so. Vier Stück. Ja, nur noch vier Stück. Sind sehr laut. Die Schildkröten fühlen sich auch ein bisschen, äh, belästigt. Die Blumen habe ich einfach alle ans Born geschleppt. Ach ja, Zombie Pass. Oh mein Gott, was Ricky gemacht hat, als er angefangen hat, äh, in seinem Stream. Er ist nämlich wieder zu seinen Feldern zurück. Da habe ich dann auch geschrieben, Ricky, willst du nicht dein fucking Haus mal machen? Warum bist du wieder bei den Feldern? Das war da, wo er auch den, äh, ein Sniffer, der bei den Schafen war, totgeschlagen hat mit dem Zaun. Mhm, mhm, ja. Und er hat, er hat auch, es wird dir gefallen, er hat auch bei seiner Fabies aufweilen, dass ein paar Tiere, äh, in andere Gehege gesprungen sind. Und deswegen hat er die Zäune ein zu höher gemacht. Er hat aber nicht ein einziges Tier geschlagen, und er hat sie einfach nur vermehrt. Er hat auch, glaube ich, kein Schaf geschert. Ich, ich weiß nicht warum. Ja, er hat irgendwie die Farben, aber er vermehrt nur. Und er hat auch dieses Labyrinth aus Zäunen hier, äh, gemacht. Das ist echt ein bisschen komparend. Ja, Ricky hat die schöne Oase bekommen, und das, was er draus gemacht hat. Das ist keine schöne Oase, die alte Schildkröte kaschiert, das ist echt gut. Ja. Gibt es dir wenigstens ein paar Gratiskarotten, nicht mal das. Ich wünschte, ich hätte eine Hau. Nein, ich habe sie nicht dabei. Ah, nie hast du die dabei, jedes Mal, wenn ich eine Situation anspreche. Ich hatte sie vorhin tatsächlich dabei, als ich, ähm, na da war, aber jetzt nicht mehr. Ist das diese Massentierhaltung? Ja, das auf jeden Fall. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass wir Ricky diesen schönen Platz in der Oase gegeben haben. Was heißt gegeben? Er hat einfach sofort gesagt, nipps, meiner. Ich habe gesagt, also ich habe gesagt, ja, kannst du gerne haben. Also bist du schuld. Ja, ich wollte, ich wollte nur eine Höhle haben. Das war von Anfang an der Plan. Ironisch, dass Ricky jetzt auch in der Höhle wohnt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, die Oase ist so schön von da oben aus. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Ricky, kannst du haben, da kann man was richtig Schönes draus machen. Ricky, hat dann angefangen und das Erste, was er macht, ist einfach seine dumme, viel zu große Farm und eine Massentierhaltung. Ich würde sagen, irgendwann, so bevor wir aufhören auf dem Server hier zu spielen, ist das letzte Projekt hier nochmal die Schildkröte abzureißen, die Farm hier abzureißen und eine schöne Oase zu bauen. Und dann können wir uns alle ausloggen. Für immer. Es ist auch nicht mehr die Oase der Freunde. Doch, doch, der Name hat noch nicht hingepasst. Ach, da kann man einfach so durchgehen. Ja, irgendwie manchmal, manchmal nicht, keine Ahnung. Machen wir jetzt goldene Gerotten. Willst du auch ein paar? Nicht wirklich. Natürlich. Das ist, dass ich zu fein führe. Kannst du aber mal die Lampen hier anbringen. Oder generell, oder generell die Wand zu machen. Das kann ich auch für dich machen, wenn du willst. So, so. Ich habe hier irgendwo Lampen. Äh, eins, zwei und zweimal Redstone. Wackeln. Weiter, ich kann es auch schöner zu machen. Ich habe doch schon die Fackel, äh, Laternen geholt. So. Warum? Wo, wo muss der Redstone Fackel? Ah, da. Perfekt. Und der Granitblock daneben, der ist auch schön. Den hast du jetzt hingesetzt. Der muss aber bleiben, oder? Ja, der muss bleiben. Ja, dann bin ich mal wieder drüben. Ne, ich helfe vielleicht bei dir auch noch ein bisschen. Äh, ich kann nur kurz meine Karotten machen. Okay. Ich esse nur Kartoffeln. Ich esse im Spiel halt wirklich nur Kartoffeln. Apollonius, 67 Monate, Resetabon von Kranich, 64 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Also, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich glaube, bei der ollen Wand hier kann ich noch ein bisschen Granit mit reinschmettern. Wie ich die Scheiße auch mal los bin. Dann sieht man das und denkt sich, oh ja, Granit, natürlich. Hier gibt es überall Granit. Irgendwelche Leute, äh, haben versucht, mich zu gaslighten, dass sie mit Granit mal was gebaut haben. Aber nicht mit mir. Mich kriegt ja nicht so leicht. Ich glaube euch kein Wort. Niemand baut jemals mit Granit. Sollen wir schon mal hier sein? Dann können wir auch die Decke direkt wieder abreißen. Nachdem ich die... Oh! Harvest Mooner Wonderful Life. Das Spiel ist so fucking langweilig. Ich habe das in der Zwischen... Ich habe das damals super gern gespielt. Ich habe es in den Jahren dazwischen... Ich habe es immer wieder mal versucht zu spielen. Und es ist jedes Mal so arschlangweilig. Ich mag die Atmosphäre und alles, aber es ist so ein langweiliges Spiel. Das heißt, wenn ihr irgendwann euch mal denkt, ihr würdet gerne mal wieder Harvest Mooner Wonderful Life spielen, vielleicht werdet ihr enttäuscht. Vielleicht werdet ihr enttäuscht. Bisschen nervig, was ich die ganze Decke soeben gemacht habe. Muss ich sagen, aber... Naja, jetzt auch schon zu spät. Dann wiederum, wir können hier noch ein bisschen... Wir bringen hier ein bisschen mehr Tiefe rein. Ja, der Cobblestone muss weg. Den wollen wir hier nicht mehr. Schon ganz natürlich eine Höhle, wenn man den Cobbl abbaut. Ich meine, natürlicher als davor. Muss man fairerweise sagen. Immerhin fällt einem der Kies nicht mehr ins Gesicht. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Ich habe, glaube ich, noch nie goldene Karotten als Essen gemacht. Aber auf dem Server ist irgendwie unendlich Gold auf einmal. Ja. Wegen Deschkes Goldfarm. Nein, nein, Joel. Vielleicht habe ich gesagt, ich bin laut genug. Äh. Wir würden schon stimmen. Ah. Nee, da oben mache ich ja auch noch zu. Shit. Das war halt echt dumm, dass ich das alles platt gemacht habe. Weil jetzt will ich es wieder ein bisschen... So viel Gratis Cobblestow hier. Nicht mehr ganz scheiße aussehen lassen und das ist natürlich extra Arbeit wieder. Aber das ist okay. Das kann ich dann alles ein bisschen, das kann ich dann alles in meiner, in meinem Ofen zurecht brennen. Hast du keine Silk Fatsch? Doch, aber... Die hat weder Effizienz noch Haltbarkeit oder so. Das heißt, ja, die werde ich nicht einfach so verwenden. Achso, ja. Aber ich brenne das eben mit Lava. Das geht halt sowieso super schnell. Soll ich das um die Lava-Farm auch noch so ein bisschen normaler aussehen lassen? Oder reicht das... Äh, nee, nee. Unten nicht, unten nicht, unten nicht. Da weiß ich noch nicht, was ich genau überhaupt machen will. Okay, okay. Oh, ich kann die Steine ja einfach hier reinwerfen. Wäre doch da auch gebraten. Ja. Sollten sie. Aber es ist keine Lava drin. Äh... Ja, ich weiß auch nicht, wo die Eimer gerade sind. Bei Riki wahrscheinlich alle. Ich habe ihr ein paar gegeben. Oh, hier sind die Eimer. Kannst du ja ein bisschen Lava holen und dann mal reinwerfen. Die sind schon gefüllt. Oh. Umso besser. Habe ich sie in die falschen Sachen reingebrochen? Ja. Sehr gut. So, wir machen hier erstmal zu. Hm. Wie mache ich das, damit es nicht wie Arsch aussieht? Das ist natürlich die Herausforderung jetzt. Du kannst das auch von hier bis zur Decke hoch verbinden. Also warte. Ich setze mal ein paar Steine. Wir können sie gleich nochmal abreißen. Ja, wahrscheinlich ist das die Lösung. Ja, die Wand hochziehen ist wahrscheinlich am besten. So, weißt du. Wenn man das alles hochzieht, dann ist es einfach sehr versteckt direkt. Ja, ja. Muss nicht so extrem. Das ist zu gerade. Meinst du einfach nur da oben dann noch zu? Du willst ja nicht die Lücken da lassen, oder? Ja, warte. Lass mich mal kurz kochen. Okay. Ich lehne mich zurück und dann trinke einen Schluck. Du hast da einen Stein übersehen. Ich habe da einige Steine übersehen. Ich muss da auch noch Terra fahren. Kein Stress. Boah, Zombie-Minecraft-Spiel zu sehen macht mich so aggressiv. Wie er einfach den Kupferblock nicht abgebaut hat. Was ist der Kupfer? Ich bin nur ein YouTube-Kommentierer gerade. Ich weiß. Okay. Und ich bin ein Zombie, der sich wieder rechtfertigt. Ich habe keinen Clean Zone mehr. Ich muss sagen, dass... Oh mein Gott, das ist... Ich liebe es. Das ist so viel besser geworden, als ich gedacht hätte. Sieht halt wirklich natürlich aus und da ist dann schön der Weg links, der natürlich irgendwie noch zugemacht werden muss. Dann kann man direkt da nach vorn gehen. Ja, du musst nicht die gesamte Höhle hier wieder oben irgendwie schöner bauen. Ja, ja. Oh, das ist super. Das sind die guten YouTube-Kommentare. Auf die habe ich gewartet. Die mich nur loben. Ja, die kommen in der Regel nicht. Ja, doch. Bei dir vielleicht nicht. Nicht jeder hat bei jeder TTT-Folge sich. Schreiben Leute immer noch so viele Kommentare. Äh, ne, ne, es wird gerade weniger wieder. Aber es sind immer noch viele auf jeden Fall trotzdem. Nur noch 4.000. Oh, in der letzten Folge habe ich aber auch wieder ein paar Leute abgeschossen. Alter, habe ich live im Video deine Reaction schon gehabt. Das reicht. Achso, ich dachte kurz, du hast irgendwie Leute gebannt oder so, so das mit abgeschossen meins. Deswegen habe ich gerade über... ich banne doch keine Leute bei mir. Deswegen dachte ich mir gerade, warte, was? Ne. Äh, hast du eine Idee für die Tür hier drüben? Beziehungsweise für den Eingang? Ja, also alles, was du dir vorstellen kannst. Ich finde so ein Torbogen oder sowas cool. Mit so Steinen und dann Treppen in den Ecken. Na. Das aussieht wie so ein Torbogen oder so. Ja, das wäre wahrscheinlich am besten. Hm. Ich muss dann nur hier drin auch noch ein bisschen... Ich würde es auf jeden Fall die Reihe hier sogar weglassen, dass es dann so hier Felder ist. Und dann halt hier so, keine Ahnung, mit einem anderen Stein. So, ich versuche noch, ähm, so zu machen, dass es von innen nicht wie eine Höhle aussieht. Das ist natürlich noch die Kunst an dem Ganzen. Solange man genug Cleansdown hat. Der ist ja für außen. Nether-Ziegel. Ja. Ich denke, da gehe ich noch eine Stufe höher. Das erfüllt seinen Zweck. Oh, du hast sogar die mit Moos bewachsenen rausgeholt. Ja, ich wollte die bei einem Steinschneider benutzen. Ich war jetzt nicht direkt für hier gedacht, aber die sind auch ganz cool. Die machen sich gut. Weißt ja, wie man sich erzählt, ohne Moos nichts los. Mir fehlt ein Stein, wollte mich verarschen. Guck mal hier die Trippe. Ich muss hoch zur Nether-Kiste, mir fehlt genau ein Stein. Okay. Leider möchte Minecraft keine seitlichen Slabs machen, bei sowas wäre es echt gut. Ja, generell mit den Slabs. Es ist generell komisch, dass Slabs irgendwie so seltsam in dem Spiel funktionieren. Ich meine, wir reden in dem Fall noch nicht mal davon, wie keine Monster auf Slabs spawnen können. Slabs sind einfach super seltsam in dem Spiel irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist so fanidisch, über Slabs Rant zu hören, wie deine Stimme immer leiser wird, wenn man zu den Rohr gegangen ist. Aber die sind komisch. Was soll ich machen? Ach, hier ist ein Steinschneider. Den habe ich gesucht. Wie macht man Mossi-Ziegel? Ich glaube, ich habe kein Moos mehr. Das habe ich alles bei Dashgehen gepflanzt, als wir... Okay, okay, okay. Als wir... Wenn man es da verbraucht, ich meine, wenn wir mit Moos sind. Das haben wir alles verbraucht, als wir bei... Als wir Dashges Laden weihnachtlich dekoriert haben. Dann meine ich, wir haben ihn komplett mit, ähm... mit Eis und Schnee gefüllt. Nee, das war nur das eine Mal. Schabine. Also, wir haben ein bisschen klein doch schon mal zugebaut mit Sachen. Ich mag den Eingang, aber ich hasse den Ausgang. Ja, ja, ja. Ja, weil die Wand hier eins breiter dann sein müsste. So, dann sammelt ihr hier alles auf. Ich weiß, es waren ursprünglich mal meine Blöcke, aber... Also, die Mossy Cobble habe ich von daheim mitgebracht. Oh. Was für ein Weichei! Warum will ich ein Weichei, hallo? Keine Ahnung, wenn du Mossy Cobble von zu Hause mitbringst... Ja, okay. Entschuldigung. So, jetzt kannst du von... Immer einen schönen... Oh mein Gott. Ich kann doch hier mehr anbringen. Ja, ja, aber es ändert nichts. Warum? Ja, weil der Ausgang genauso... Ja, es ist... Ich finde es eigentlich besser. Also, ich mache hier noch, dann... Ja, ja, ja. So. Dann noch da oben die zwei Stöckchen oder so. Oder auch nicht. Je nachdem. Irgendwas, dass es halt zu ist. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, ich würde von innen sogar... Ich habe keine Deep Slate Treppen. Würde ich von innen noch da anbringen, damit... Ähm... Damit man von innen nicht das Moos direkt so sehr sieht. Frage ist nur, wie bringt man die... So bringt man die dafür an. Ah, ich weiß ja, wie man Treppen setzt. Doppelte Torbogen. Ja. Man soll ja von innen und von außen grundlegend anders aussehen. Fließen und Ziegel. Warum haben die so gleiche Namen? Das nervt mich immer so ein bisschen. Ah, fuck, dass der Weg jetzt ein bisschen... Shit. Das müssen wir in Notgedrung ein bisschen anders machen. Eugh. Läuft gut soweit. Ich kann gerade wie so ein Teenie-Girl... Eugh. Wenn man so einen Wurm gesehen hat, ja. Eugh. Ach, ja. Ja, der Weg nach rechts ist ein bisschen eng geworden, aber... Das ist okay. Weg nach rechts ist eng? Ich glaube, ich mache die Treppen einfach eins weiter nach vorn noch, ehrlich gesagt. Ja. Ungefähr so. Hier habe ich das richtige Werkzeug gesucht. Ich will es ja richtig ausgestattet sein. Eis, maybe? Ne, 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 ne. Ne, warte, ich habe eine noch bessere Idee. Ich will nicht so weit weg gehen, weil ich will, dass die Trichter nicht in der Luft schweben. Aber pass mal auf. Ich mache hier einfach Slaps hin. Mach, äh... Warte, 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 warte. Noch besser. Mach hier auch noch mal Slaps hin. Äh... Moment, hier muss ich erst... Ach, mit der Maustaste. Okay, ja, dann schweben die trotzdem. Ja, das ist das Problem. Wohl, kann ich hier die Treppen hin? Ich meine, sie sind da am Ofen festgemacht, so halbwegs. Ja, muss man trotzdem hüpfen. Ich mag es halt, wenn es so hier zwei breit ist, dass man da runtergehen kann, dass ich hier zwei breit zum Hof bin. Oh ja, ja, ja. Ja. Das geht nicht ganz so auf. Oder man lässt hier zu und macht hier dann einfach, dass da die Treppe dann hochwirkt. Ich meine, ich kann dir auch... Ich kann auch einfach, äh... die ganzen Öfen eins weiter nach rechts verschieben. Wenn du noch eine Treppe hast? Aber was für eine Treppe? Hier. Hier. Komm doch bitte einfach her. Ja. Da? Ja. Du musst halt nur die Wand dann wieder innen jetzt... Ausgleichen aber... Naja, so könnte man es auch machen. Na, ich glaube, das gefällt mir, ehrlich gesagt. Ich will auch noch... Warte, ich werde noch schnell eine Kleinigkeit holen, die ich ja unbedingt schon die ganze Zeit über anbringen wollte, seit ich überlegt habe, das zu machen. Jetzt ist es soweit. Endlich, der Moment ist gekommen. Seid ihr bereit dafür? Weiß es nicht. Es hat mit Trapdoors zu tun. Uh, Trapdoors gehen immer. Ja. So, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das wird mein Geniestreich. Darauf habe ich all die Jahre hingearbeitet. Wie heißen Trapdoors auf Bayrisch? Äh. Äh, wann war denn das? Optionen, Sprache. Schließtürli. Hast du schon nachgeschaut? Nein, ich habe aber irgendwas gesagt. Oh ja, das war mehr Schweiz, glaube ich. Fünf. Eisenklapper-Deal. Ne, Klapp-Deal. Klapp-Deal. Ich bin sehr froh, dass sie sich aus irgendwelchen Gründen die Mühe gemacht haben, das alles zu machen. Ja, ne? Also. Müssen sie ja auch immer abbrechen bei jedem neuen Sachen. Willst du ja nicht, dass einfach so Zeug random in den Trichter reinfällt. Deswegen. Irgendwie ein bisschen nervig, aber irgendwie auch. Ja, es ist sehr viel lauter, als ich dachte, aber. Ich dachte mir, das wäre doch sinnvoll, oder? Willst du ja nicht, dass einfach so Sachen reinfallen? Wenn du darauf wartest, dass was schmilzt, kannst du auch einfach rauf und runter laufen. Ach, Torbogen um eins breiter und dementsprechend auch die Innenwand eins, äh, um die Innenwand eins nach links zu versetzen. Das würde halt alle Probleme lösen, aber es wäre anstrengend. Ich weiß nicht, ich mag es eigentlich so, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Torbogen müsste nicht mal, äh, drei breit sein, oder? Oder wolltest du was Spezielles machen mit dem drei breiten Torbogen? Nö. Okay. Hast du noch Holz? Kannst du mir noch ein bisschen Holz dazu geben? Zustecken? Alles, was ich habe. Oh, okay. Ach so. Ach, ja, unten war noch mehr. Okay. Oh, oh. Ja, ich sehe es gerade. Saved. Ist ja oben auch einmal zu viel. Ja, ähm, das alles eins anders bauen. Äh. Kannst du da noch drauflaufen, danke. Man ist zwar ein bisschen eng am Eingang, aber dann sind die Gerichte eingebaut. Hm. Hingen die da nicht so offen. So nackt. Sehr eng am Eingang. Ich denke, wenn man ein paar dekorative Trapdoors anbringt, dann könnte das Ganze funktionieren. Hm, ich glaube, es ist aber ein bisschen zu viel. Ja, wahrscheinlich immer noch die beste Idee... Oh, warte, das habe ich. Ja. Ich habe gesucht und nichts. Wenn man einfach die ganzen Trichter eins weiter nach links verschoben hätte. Aber jetzt habe ich an dem Punkt auch keine Lust mehr. Jetzt, wo die Trapdoors schon angebracht sind. Ja, eben. Unmöglich, jetzt noch was zu verschieben. Na, es ist wirklich nervig, weil in den Kisten auch schon Zeug drin ist und die Öfen brennen. Die müssen ja auch erst abkühlen. Willst du ja nicht... Nein, es hätte vollkommen gereicht, einen abzureißen. Oh, nein. Das stimmt. Einer wäre vollkommen ausreichend gewesen. Ich habe gerade leeres Inventar. Das ist... Eine Sekunde und alles wieder neu. Die Kisten da oben ist auf jeden Fall weg. Warum müssen die Kisten da oben jetzt weg? Ja, weil die sonst nicht mehr richtig passen. Sonst ist eine nur eins breit. Was habe ich? Ein Neter Stein fehlt hier. So. Die Kisten sind in die Öfen reingefallen. Die werden gerade gebrannt. Ich will es noch. Ich meine, ist auch irgendwie ein Skowl-Ding drin. Deswegen die Trapdoor. Dann passiert sowas nicht mehr. Warte, jetzt mit denen ist das super nervig. Muss ich Steine anbringen. Warte, man kann die Kisten ja auch. Eigentlich? Ohne Option. Wo ist die Kiste jetzt hin? Da oben auf dem Trichter sein, ne? Deswegen versuche ich hier gerade, Steine hochzuziehen, damit hier irgendwie... Da drin ist die jetzt. ...die ich die irgendwie anbringen kann. So. So. Ich glaube, die eine muss weg. Willst du die nicht andersherum, wenn man von hinten hier dran geht? Weißt du, weißt du... Und du kannst dir alle vier Kisten als einzelne aufstellen. Dann kannst du jeden der Öfen einzeln betreiben. Ne, ich will die nicht einzeln betreiben. Das ist extra Arbeit. Ja, aber da kann man vier unterschiedliche Sachen. Kann ich auch so. Okay. Ne, ich will schon die Doppelkisten haben. Aber ja, die von der Seite zu machen, das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr inzwischen. Das stimmt. So. Die Kisten sind natürlich alle wieder schön im... Oh, oh. Da ist mein Gerüst. Die guten Trap Doors. Die beste Investition. Ja, hier kannst du jetzt entweder eine Seile hochziehen oder musst du gucken, was du hinhaben willst. Ich glaube, ich würde da... Die Blöcke finde ich ein bisschen sehr... So ein bisschen zu hart dafür. Hast du noch Treppen? Äh, ja. Würde ich hier zwei Treppen vielleicht eine Seite anbringen, statt den Blöcken. Ja, so. Da ist auch ein bisschen... Gib mal, gib mal Netherrack her. Da. Äh, also, ne, 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 ich meine... Die Ziegel meinte ich. Bin dumm. Da. Ich hab alles da. Ich hab alles da. Das ist so eine Säule. Können wir den Fackel schön dranhängen. Also die Bereiche schön abgetrennt. Oh, ja. Kann man da vielleicht sogar eine richtige Säule draus machen? Was ist jetzt schon wieder falsch mit meiner Säule? Warum ist die keine richtige? Nee, es ist schon okay, aber eine richtige Säule wäre schon schön. Okay, okay. Zeig mal, wie eine richtige Säule aussieht. Was bringen die Eisentrapdoors? Äh, eigentlich nichts. Aber damit kann kein Zeug da reinfallen, das nicht reinfallen soll. Und ich mag es, wenn ich das nachfühle, dass ich dann... Keine Ahnung, ich komme an sich ganz wichtig vor. Modian Dicht-80-Heitsstandards. Ja. Seitdem zwei Menschen im Eingang verbrannt sind. Und es wird wieder passieren, dass noch mehr verbrennen. Direkt schon ein bisschen Lava immer reingeworfen. Ich habe die nur oben in die Käste, glaube ich. Ich kann sie auch reinfüllen. Da rein. Da einer. Ich muss aber sagen, prinzipiell gefällt mir das soweit. Ich habe das Gefühl, es fehlen aber noch ein, zwei Deko-Elemente. Es sind sehr karge Wände hier drin überall. Hm. Dann wiederum würde es überhaupt einen Unterschied machen. Nee, Laternen. Laternen. Laternen machen immer den großen Unterschied. Sicherheit in der Mine. Wo kommen wir da hin? Also, nicht viel Sicherheit, aber ein bisschen. Es geht mir nicht um mich, sondern um die, äh... Anderen Trottel, die da reinlaufen. Okay, nie wissen, was denen noch alles passiert. Uh, Eisengitter. Uh. Das ist doch ein dekorativer Block, oder nicht? Ich weiß nicht, welchen Block, aber ihr wisst, was ich meine. Hallo Person aus Smogys Chat. Ich habe in den Remix reingehört. Der ist cool. Er hat in den Remix reingehört. Und er ist cool. Und er ist cool. Danke. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich sage einfach, danke. Ein bisschen wie den Laternen-Action, die ist ja... Die kann nicht schaden. Hm. Kann man noch hingucken und sehen, wie alles funktioniert. Und trotzdem ist es sicher. Ja. Niemand fällt hier in die Lava. Ja, beweise ich das Gegenteil. Hier unten noch eine Schicht? Nee. Die Schicht da unten ist mir zu viel. Ich glaube, du kannst bei den Kesseln keinen Schaden machen. Nehmen. Müssten die nicht sehr heiß sein oder so? Ja, das Lava. Schon ein bisschen... Ich habe gehört, die ist über 100 Grad warm. Uh. Celsius. Kann man noch mal durchschneiden? Äh, ja, warum nicht? 1000 Grad heiße Lava versus Kuchen. Diese Meter. Wir haben doch auch irgendwie einfach ein Jahr da. Und dann haben wir so wieder weg. Ich habe nicht ein Video davon gesehen. Nee. Ich habe ja schon ein paar Jahre angeschaut. Ich habe das Gefühl, ich fand es einfach nicht so interessant. Es geht um die Sicherheit der anderen auch. Ich habe nur die Bord-Lava-Räume. Ich habe ein bisschen Schwund. Der ist ja immer. Kisten gehen auch auf. Sehr schön. Ja, doch, doch, doch. Das gefällt mir an sich soweit. Das Gefühl, ich würde gerne an den Wänden. Aber irgendwie... Gewisses kleines Detail fehlt mir noch daran. Oh, sehr schön. Sauber bei der Arbeit. Ich verstehe ja langsam, was deine Bedürfnisse hier sind, die hier zu erfüllen sind. Einfach kein... Soll eine Höhle sein. Ja. Ich meine, ursprünglich sollte es nicht so aussehen. Aber dann ist mir auch verstanden, wie viel Arbeit das wird. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich glaube, ich mache die lieber eins weiter hier drüben. So. Damit man die Laternen auch sehen kann. Ich habe das Gefühl, da hinten bei der Lava, da steht man nicht oft genug, um den Anblick der Laternen wirklich genießen zu können. Das ist ja das Wichtigste manchmal. Glowstone statt Laternen für den Netherlook? Ne, 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 ne. Zu viel von dem Netherlook wollen wir hier dann doch nicht haben. Ich gehe mal eben zu den Trapdoors hoch. Okay. Die geben dem Ganzen noch das gewisse Etwas. Kann man Laternen nicht auch in die Wand hängen? Ne, du kannst sie nur von der... Du kannst sie nur wo draufstellen oder von der Decke runterhängen lassen. Kannst sie aber nicht an der Wand hängen. Ist ein bisschen nervig. Vielleicht mit einem Zaun oder so kannst du von der Wand hängen. Ja. Aber ist ja auch wieder nervig. Uh. Warte, Trapdoors wollte ich holen. Mangrovenholz, wichtig. Wohin noch ein Feuerzeug. Die ganzen Kisten, äh, die ganzen Kerzen, die habe ich übrigens in der Ancient City gelootet. Ich bin dann noch ein paar Mal zurück und habe Gessourcen geholt. Hier haben wir ja erobert. Die Ancient City ist unsere. Ja. Das ist denn das eine alberne Location für eine Kerze. Im Vergleich zu da drüben, wo es gar nicht albern ist. Immer wenn ich so einen Ort sehe, wo so unnötig viele Kerzen aufgestellt sind, ist es direkt so ein Dark Souls-Ort. Im Dark Souls stehen überall Kerzen. Einfach so, keine Ahnung. Wer da Kerzen herstellt, der ist Millionär. Kerzengeschäft boomt da ohne Ende. Im Dark Souls 3 zumindest. Ja, da hast du recht. Da gibt es ja einfach den... Da kann man ja selber zur Kerze werden. Oh. Oh ja! Ich war so gut, dass du erst Ja gesagt hast und danach ist dir eingefallen, was ich meine. Ich versuche nur zuzustimmen. Versuche nicht negativ aufzufallen. Sehr freundlich, sehr freundlich. Die Trapdoors, die hauen mich hier drin dann doch nicht so ganz um, wie ich dachte. Vielleicht ein bisschen kann man hier welche anbringen. Vielmehr auch nicht. Ich denke, es passt auch ehrlich. Ah, nee, nee. Wisst ihr was? Krieg ich eine Kette? Nee. Hm. Ich müsste hier oben noch irgendwas als Beleuchtung reinbringen. Habe ich die Laterne noch dabei? Natürlich nicht. Natürlich habe ich die schon weggelegt. Bambus Trapdoors für einen besseren Kontrast. Man kann Trapdoors aus Bambus machen. Die habe ich gar nicht in meinem Sortiment. Kann ich nicht hören. Es ist zu laut. Warte, wie macht man aus Bambus? Muss man den jetzt umwandeln? Nee. Du musst aus Bambus Bambus Blöcke machen. Ach ja, Bambus Blöcke. Und aus den Bambus Blöcken kannst du Bambus Holz machen. Und daraus kannst du die Trapdoors machen. Ach du Scheiß, ich habe überhaupt nicht genug Bambus dafür. Ja, deswegen wollte ich eine Bambus Farm machen. Genau. Weil ich auch nicht genug hatte. Ich habe beim Spawn an der Oasis eine Käste voller Bambus. Habe ich mal ein bisschen was gesammelt. Oh ja, ich erinnere mich daran. Was ist dann aber Bambus Holz? Als ob das gerade mal 18 Bambus Blöcke jetzt waren. Und das nochmal komplett voll ist dann Bambus Holz? Nee. Bambus Mosaik? Nee. Ja. Zwei Stacks Bambusse. Oder Bambussi. Danke für die Zwei Stacks Bambussi. Nicht, wie ich sie genannt hätte. Bambusbretter heißen die. Wie zum Fick mache ich sie? Da, Bambus. Oh shit. Bambusbretter. Oh Gott, da waren sie doch gerade. Du musst einfach nur Bambus in das Craft Belt ziehen. Oh. Ja, das ist einfacher als ich dachte. Okay. Ich dachte, das wäre irgendeine Kombination oder so. Die zählen wie so Loks. Die Bambus Blöcke. Altwür. Die Altwür. Da haben wir sie. Die gute alte Bambus Falltür. Sie ist immer für mich da. Ah, ich glaube, daraus hat der Zombie auch diesen Stuhl gebaut. Der Stuhl war ein Scaffolding mit so einer Trap Door. Ja, genau. Ich erinnere mich wieder. Das ist super unpassend. Ich glaube, es gefällt mir ein bisschen. Nee, ich glaube, mir gefällt sie. Die Tropfsteine so ein bisschen noch da abgedeckt zu haben. Hier kommt noch die Laterne rein, damit man was sehen kann. Da weiß man, den Trap Toss gemeint, vor die Laterne hängen. Ups. Na, ich glaube, es geht nicht, oder? Nee, nee, wollen sie nicht. Wollen sie nicht. Das wollen sie einem nicht durchgehen lassen. Nee, ich würde sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Raum soweit. Ehrlich gesagt. Ich glaube, den kann man so lassen. Da kann man dann mal ein paar Dinge vernünftig brennen. Seine Höhle ist halt schon komplett anders auch an der Zeit. Oh ja, du hast so viel Wände hochgezogen. Aber mir gefällt das mit den Wänden, dass man hier klar erkennbare Wege endlich hat. Das ist eine Sache, die mir gefehlt hat. Shift vorne an die Laterne. Ich habe die Wege gut erkannt durch den Goblison im Boden. Shift und... Das habe ich schon mal versucht. Man kann ja keinen Job drauf. Auf die Laterne draufklicken. Oh, auf die Laterne drauf. Uh. Sieht cool aus. Ich glaube, das werde ich... Nein, ich will sie eigentlich hier ganz gerne so einfach nur da stehen lassen. Aber das werde ich mir für die Zukunft absolut merken. Außer von, äh, Matzi F2, äh, Schweizer Franken. Äh, 20. 20, nicht 2. Äh, wie, 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 lieben Dank. Wie, wie, lieben Dank. Dankeschön. Ist ja komisch, dass man speziell die Laternen dafür anklicken muss. Ne, sehr zufrieden mit dem Raum soweit. Dann, wie viel Deep Slate habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen. Das heißt, wir können noch ein paar Blöcke machen. Habe ich hier Treppen gehört? Uh, Treppen klingt gut. Will ich hier 3 oder 2 breit haben? Nein, ich... Weiß ich nicht. Du musst allgemein gucken, was du hier mit der Ecke noch machst. Ich meine, da vorne habe ich alles 2 breit. Ja, ja, aber hier ist ja eh noch so ein bisschen Baugerüst mit den Kisten und der Werkbank, das soll ja wahrscheinlich nicht da bleiben. Ja, ich denke, ich mache das... Ups. Ja, 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 doch. Ich denke, ich mache hier lieber, äh, dann 2. Aber so, dass man da so... Ja, das ist eigentlich etwas... etwas Höhliges. Hm. Das ist eine gute Frage. Will ich da... Okay. Schon wird eine Wand hochgezogen. Ja, doch, passt schon. Dann werde ich mal ein bisschen den, äh, Boden hier machen. Hm. Ich habe das Gefühl, da müssen noch ein, zwei mehr von den, äh... Der hier oben, was meinst du von dem? Ich habe das Gefühl, wenn der nicht da ist, dann sieht das sehr... Viel besser aus, ja. Okay. Die Entscheidung wurde gefällt. Willst du alles mit dem dunklen Boden bauen jetzt hier anlegen, oder...? Ja. Ich mag die Koppelwege, das hat sowas so... äh, Abenteuerliches. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich bin bereit für ein Upgrade von den Koppelwegen. Okay, ja, ja. Für die gesamte Mine oder jetzt nur so für den Bereich, wo du Sachen baust? Ich, äh... Ich, äh, ich weiß nicht, wie weit ich das Ganze machen will. Mal schauen. Hm. Wo wird der Weg hier links rum eigentlich? Ach, der wird auch direkt runter. Ja, das ist der dumme Weg. Ja, aber wenn man nicht weiß, welchen Weg man folgen soll, macht man hier einfach einmal einen Kreis. Ja, ja, da muss auch noch ein bisschen an der Navigation gearbeitet werden. Ja, Kegi hat mittlerweile einen Skin. Ich glaube, das war einfach die Kleidung, die er an dem Tag anhatte, wo er gestreamt hatte. Da hat jemand da mit dem Skin gemacht. Oh, da war ich mir unsicher, ob du das... ob du einen Skin gemacht hast, aber wie es aussieht, nicht. Nee. Aber da hat jemand meinen Mund genommen. Kegi hat jetzt einfach meinen Mund. Das habe ich gesehen. Deswegen... Deswegen war ich mir unsicher. Ja. Ich denke, ich werde den Weg dann direkt noch in die Brennerei reinführen lassen. Möchtest du noch ein bisschen natürlichen Flair in deine Mine? Äh, mit... Oh. Die Herz in der Wand. Oh, also ich kann dir direkt sagen, Kegi kann man hier nicht mehr reinlassen. Wird einfach abgebaut. Der kommt rein und sagt, uh, Eisen. Aber was okay ist, das sei ihm gegönnt. Die kleinen Eisenfreuden. Äh, Shader ist komplementary. Ja. Ich darf auf die Fragen antworten, oder? Äh, jaja, jaja. Ich bin... Ich bin gerade vertieft darin herauszufinden, ob das scheiße aussieht. Hm. Ich glaube, es sieht nicht so gut aus. Aber ich weiß, was mir dabei fehlt. Mehr Treppen. Quasi. Oh, so hat man Wege gebaut, bevor es... Das ist mit den Schaufeln und Rechtsklick gehabt. Oh, mit Slaps einfach? Ja. Ach, so ein bisschen tiefer dann einfach alle. Jetzt müssen wir da, wo der Weg sein soll. Entweder das, genau, oder... Ja, genau. Oder im Weg mit Slaps ausgelegt. Ich meine, so sparst du dir ganz viele Deep State Bricks, wenn du das machst. Na, ich glaube, das sieht sehr viel besser aus, als das, was ich davor gemacht habe. Ja. Dass so ein offizieller Weg hier ist? Schon. Soll ich hier einfach zumachen, dass man sich nicht daran erinnert, an den Weg? Ja, aber mach zu, mach zu. Der Weg ins falsche Land. Will ich hier... Ich mach hier eine Treppe hin. Eine gute alte Deep Slate Treppe. Vielleicht hab ich so viele Deep Slate Slaps, aber keine normalen. Hab ich noch? Oh, nö. Ich kenn doch mal einen Deep Slate mehr. Kann nicht sein. Kommt doch ein Minigolf-Platz auf den Server. Kann man irgendeiner Weise einen Minigolf spielen? Das ist natürlich die große Frage. Ja, von dir erwarte ich jetzt da... Ich war mehr an den Chat gerichtet, weil ich selber wüsste jetzt auch gerade... ... und spontan nichts, was Minigolf-mäßig wäre. Maeve, sag mal... Ein Terraria kann man Golfstrecken bauen. Dashker, er soll... ...Minigolf machen. Maeve ist gerade AFK, sollt ihr dazu wissen. Das wäre den bunten Namen für nicht merkwürdig bei dabei, aber... ... wenn es jemand braucht, ist gut für ihn. Ich brauch's, glaub ich, nicht. Was? Dashker hat ja gestern irgendwie gepaustet, dass man jetzt bunte Namen machen kann. Achso, ja, ja, das hab ich nicht verstanden. Ich glaub, du kannst einfach machen, dass irgendwas einen bunten Namen hat. Ein Vape schreibt, ich bin grad vom Duschen zurück. Ich mach's einfach so, dann kann man hier auch vernünftig runterlaufen. Auch wenn's durch die schräge Treppe nicht zu optimal aussieht, aber... ...was? Schon okay. Ne, ich würde sagen, ich mag den Bereich hier bisher sehr. Das gefällt mir gut. Ich hab mir noch ein bisschen mehr von der Scheiße hier abgerissen. Ach, fuck, warte, das heißt, wir... Oh nein, jetzt ist alles zugebaut. Das heißt, wir sind wieder bei dem... ...zurück zum dummen Weg. Der Links war irgendwo in der Abkürzung runter, aber... ...die ist lange verloren gegangen. Die sehen wir nicht mehr wieder. Aber das ist okay. Wenn man in Mogias Höhlen unterwegs ist, dann soll man sich ja beim Laufen auch ein bisschen wohlfühlen. Du musst ja auch Spaß anhaben, durch die Mine zu laufen. Ansonsten ist das nicht der richtige Ort für dich. Warte, hier ist wirklich viel zu. Wie komm ich denn... Ich geh mal kurz back, Täter, um zu schauen, wo mein Eisraum war. So. Der war da links. Das heißt, wenn man da einfach... Na, kann man, kann, kann man machen, kann man machen, kann man machen. Okay. Ich bin zurück. So. Eine Sache, die ich heute nämlich noch machen wollte, war der Eisraum. Ich glaube, wir haben keinen natürlichen Weg zum Eisraum rüber, aber das ist okay. Das ist alles okay. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Jetzt werden hier mal ein paar Namen eingegeben gerade oder so. Was soll das denn jetzt? Ich muss sagen, ich mag die Dichte an Pikmin-Musik aus dieser Playlist. Das ist sehr angenehm. Wird das der Eis-Eingang? Ja. Ja, ich lasse so eine Playlist mit Gamechip-Musik durchlaufen. Ja, ich reagiere nur auf Pikmin, keine Sorge. Hm. Hallo, Maeve. Hallo, hallo. Maeve, hast du das schon alles hier gesehen? Was sagst du? Das sieht wunderbar aus. Ich habe mich erst mal falsch gelaufen. Ich habe mich gewundert, wo der Gang nach rechts ist, der Kleine. Warst du hier auch schon drin? Bei der guten Steinbrennerei? Da werden die Steine gebrannt, Maeve. Alter, da muss man so Kerzen anmachen hier auch noch, weil es sonst nicht warm genug wird. Aber es sieht schön aus hier. Das ist das Bambus, oder? Ja. Sieht gut aus. Und da oben natürlich noch die Gitter, damit man nicht eventuell sich verbrennt. Wo kommt die Katze her? Nicht in die Lava! Oh, Rikimania. Nein, Riki, du musst weg von der Lava, Riki. Riki, weg von... Maeve, Maeve, nein. Maeve, man kann da nicht rein, weil da die Stalaktiten sind, dachte ich zumindest. Ich meine, die Lava funktioniert an sich. Ich habe da mal, ähm... Als ich Hockey gezeigt habe, wie viele Dias ich habe, habe ich da nämlich mal einen in so einen Kessel geworfen, um ihm zu zeigen, dass Dias keine Bedeutung mehr für mich haben. Kannst du die Playlist zeigen? Da sind echt coole Songs mit dabei. Such einfach nach... Was war es? Relaxing Gamecube Music oder sowas. Und das geht, äh, 5 Stunden und 48 Minuten. Alter. Das ist Muggis Leben. Ja. Dieser Riki. Drahtseilakt. Oh, mein Bild ist das Riki. Was, Riki, sind deine Pfoten warm geworden? Dieser Mania. Wer soll hier rauslaufen? Was macht der denn? Warum willst du denn da raus, Riki? Oh, Riki läuft raus. Er schafft's. Er kann nicht in die Lava fallen, weil die Schleiften ihn beschützen. Glück gehabt, Riki Mania. Glück gehabt. Du bist jetzt eine, äh... eine Minenkatze, oder? Eine Minenkatze, ja. Miau, Riki, wenn Gas austritt oder so? Ne, leider nicht. Na, aber jetzt gerade schon, Maeve. Wo können wir Riki hinpacken? Ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt hier das... Oh mein Gott. So. Naja. Riki klingt ein bisschen unzufrieden, aber... Wer ist das nicht? So, und dann will ich an sich noch den Eisraum in Angriff nehmen. Und ich hab das Gefühl, als du Eisraum gehört hast, das war der Moment, als du dachtest, da muss ich mitmachen, oder? Denn wo wir schon mal irgendwas gemacht haben hier? Ja, Maeve und ich, wir haben nämlich... Du hast jetzt durchsichtiges Glas, äh, Eis genommen. Ja, es muss so weit genug von den Fackeln weg sein, und der Seelenfackeln geben keine Wärme von sich. Maeve, willst du mal eben zeigen, was, äh, was cool hier dran ist? Soll ich die Fackeln ja annehmen? Nein, du sollst die Schmelzer, du sollst mit Boot drüber fahren. Achso. Komm ich da hoch jetzt? Äh... Warte, irgendwo bei Zombies Haus? Ne, hinterm, hinterm Feuereingang. Und weißt du, neben dem Feuereingang ist doch dieser Trapdoor. Ja, genau. Bis gleich. Stehen da noch Boote, oder brauche ich eins? Äh, irgendwo ist eins. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ich hab manchmal das Gefühl, dass die Musik in den Minecraft-Videos zu laut ist. Ja, die Musik ist... Das Problem ist, dass sie immer nur irgendwie alle 20 Minuten oder so ein Lied abgespielt wird. Mach den Eisraum mal im Nether, da sind die echt krass. Die Sache ist, Stashke will so einen, äh, Nether-Highway irgendwie machen auf der Decke und ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich muss das Boot noch holen. Alles gut, Maeve, alles gut. Ich meine, er hätte ja auch eins craften können, aber, naja. Komma! Woo! Das war so viel schneller, als ich dachte. Aber prinzipiell kann man von hier unten aus, wenn jemand diesen Tunnel nimmt, was niemand tut, weil er lediglich zum Feuerraum führt, ähm, kann man auf jeden Fall von hier unten sehen, wenn er vorbeirauscht. Es ist ziemlich lustig, muss man fairerweise sagen. So, dann können wir hier mal... Ach ja, ich muss mein Inventar mal leeren. Ich mach mal mein Inventar leer und dann können wir ein bisschen den Eisraum mal ausarbeiten. Ach, da könnte die Katze hin. Rikki, du magst es doch kühl, oder? Ich glaub, Rikki mag es kalt. Und zwar eisgekühlt. In den Eisraum? Ja, Rikki kommt in den Eisraum, würde ich sagen, wenn er fertig ist. Wo war der Eisraum? Ich bin völlig gelaufen, glaube ich. Ey, ich bring mal Zeug zurück, Maeve. Ich bring mal ein bisschen Zeug zurück. Ach, du Scheiße, wo kommt... Ist noch Platz im Holz? Yes! Gerade noch so genug. Gerade noch so genug Platz für meinen Baumus. Und hier wäre noch Lava-Eimer gewesen. Upsi. Weiß nicht, wie ich dazu stehe, dass das so sortiert wurde, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. oksidiertes Kupfer sieht so geil aus. Ich denke, es sieht okay aus. Aber allein, man muss schon so viel Kupferschmelzen, um einen Block rauszubekommen, und dann dauert das noch ewig. Ich weiß nicht, Kupfer ist... Ne. Finde ich, finde ich mehr nervig, als alles andere. Ach, komm, die Teile, die behalten ich im Inventar. Hallo? Die Eisblöcke in meinem Tunnel wurden ausgetauscht? Was ist denn? Äh, ja. Ja, wir wollten nämlich sehen, wer drüber fährt. Okay. Da so viele Leute in den Eistunneln nehmen, dachte ich mir, das ist bestimmt ein cooler Anblick, das zu sehen. So viele. Leute fahren ständig durch den Eistunnel. Ich habe noch nie jemanden da gesehen. Ich bin letztens, als ich den Raum gefunden habe, auch zum ersten Mal durchgefahren. Außer von Kabi-Tot, 19 Monate. Wie viel lieben Dank. Kegi will das mit oxidiertem Kupfer bauen. Vielleicht kann ich Kegi da ein bisschen was verkaufen. Ich habe gehört, dass wenn man die Kupferblöcke unter Wasser setzt, dass die dann auch schneller oxidieren. Das wäre, denke ich, ganz hilfreich. So, mit dem normalen Eis. Ach, ich bin schon hier. Mit dem normalen Eis muss man ganz vorsichtig sein mit den Facken. Das schmilzt sofort. Außer von Loki, 23 Monate. Wie viel lieben Dank. Und von Bon Ghoulie, 5 Euro. Super Chat. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Für den starken Content, den du in der letzten Zeit rausgeballert hast, wodurch ich seit Wochen jeden Abend was zu schmunzeln habe. Danke. Ich danke dir. Riki, du bist im Weg. Geh weg, Riki. Bist du im Tunnel? Ich bin im Eisraum. Also, ich bin unterm Tunnel. Wie komme ich unter den Tunnel? Ich habe einen Weg gemacht von unten im Hauptraum aus in Mugia. Ah, hier. Bitteschön. Das ist ein magischer Opfel. Familienerbstück. Das kann man scheinbar mit dem Stata-Pack machen. Den werde ich irgendwo aufhängen. Bitte nicht essen. Nee, nee, der wird aufhängen. Der ist ein Familienerbstück. Der gute alte Opfel. Besonders ich musste ein zweites Objekt so benennen, wie ich die Beschreibung haben will. Jetzt habe ich hier diesen Stein, der Familienerbstück heißt. Den habe ich dir zugebracht. Den Stein und Familienerbstück des Mugia-Klars finde ich fast auch lustiger. Hier willst du mal ein Familienerbstück sehen. Das ist Gobblestone. Das ist der Stein, auf dem du geboren bist. Seit Generationen befindet sich dieser Gobblestone in dem Besitz meiner Familie. Wir alle wurden auf diesem Stein geboren. Und wir werden auf diesem Stein sterben. So war Gott es uns erlaubt. Riki, kannst du mal... Ach, warum hat Maeve die Katze hier rein? Ja. Okay. Bei mir ist er noch gerackt, das ist irgendwie nochmal lustiger. Drehst du mal aus dem Raum. Damit hat sich das Problem mit Riki soweit gelöst. Nichts passiert, Maeve. Die rollt noch bei mir. Dir geht's gut. So, ich glaube ich werde erstmal alles voll mit Packeis machen und dann überlege ich weiter. Ich will auf jeden Fall ein kleines Igloo irgendwo noch in der Ecke bauen oder so. Oh, Packeis. Einen deutschen Namen. Ja. Besser als das normale Eis. Da schmilzt die mich nur ständig. Die mir richtig auf die Nerven. Darf ich die Koppelwände mit Greenstone tauschen? Äh, nee, das soll ein Eisraum werden. Du kannst die, äh, du kannst die ganzen Steine an der Wand mit, äh, Eis austauschen. Dann wird das einfach alles abgebaut. Ich meine, ich wollte dich nicht zwangsweise so viel machen, aber ich habe so viel Eis geholt, dass ich an dem Punkt auch einfach so machen kann. Oh, oh, Maeve hat noch irgendwas gemacht. Oh, hier wird der Schinken im Winter dann gelagert und so, ich verstehe. Also, der vegane Schinken Ich wollte gerade sagen, wir hier in Mogia glauben nicht an die Ausbeutung von Tieren. Tiere sind sicher in Mogia. Ich habe ein Schwert nicht gegen die Katze erhoben. Welche Katze? Ich meine Ricki-Vania. Ich habe nur einen Eindringling in Mogia gesehen. Ich habe Mogia verteidigt. Ja, und von dem, ich meine, es gibt viel Gemüse in Minecraft. Das Einzige, was ich esse, sind Kartoffeln. Wir haben noch zwei Stacks Hammel im Briefkasten, was jemand wo gehabt hat. Ich denke, der Briefkast ist ein guter Ort, um sein Fleisch aufzubewahren. Ja, muss es nicht in Mogia rein. Ja. Die Wand hier kannst du auch noch. So, wir machen, wir müssen nicht ganz so hoch gehen. Wir machen hier einfach. Wobei, hier hätte ich lieber wahrscheinlich hätte ich andere Spitzsacke verwenden sollen. Naja. Nee, nee. Hast du auch genug, hast du gesagt. Ja. Stimmt, denke ich. Kann ich ja auch noch wegmachen. Nee, eben nicht. Da kommt nämlich eigentlich das Eis drüber. Rüber? Ja, ich will den Raum nicht ganz so hoch haben. Achso, okay. Ja, dann bleibt die Decke. Wir brauchen ja keinen 20 Blöcke hohen Raum. Ja, ja, einfach noch eine Schicht. Hätte ich früher wahrscheinlich bedenken können, aber zu spät. so schön rutschig hier, da kommt man sich auf jeden Fall und sich gut vor. jemand auch, dass man mit dem Eis theoretisch so eine Golfbahn bauen könnte, weil man kann ja so einen Stein da drauf werfen und er rutscht. Ja, ich glaube, aber man kann nicht wirklich die Kraft einstellen, wie weit er rutscht. Ja, man kann halt nicht nur die Richtung gucken. Ich mag den Raum ehrlich gesagt schon so. Es ist ein sehr trister Anblick irgendwie. Einfach nur Eis. Hier wohnt wohl der Eiskönig. Schön. Kenzombie Blue Eyes. Also, was sein Rapper-Name ist oder so, nicht? Oder ist es irgendein Block? Blue Eyes. Da ist Blue Eyes. Aus Peck Eis. Was? Da lernen wir beide nochmal was. Was? Sieben Blöcke. Blau. Aber raus. Oh. Ich meine, ich denke, es sieht ein bisschen anders aus. Okay, was macht Blue Eyes anders? Ist es nochmal rutschiger? Ist blau. Da wird die, da wird die. Aber warum? Ist Blue Eyes nicht ein anderer Name für dieses durchsichtige Bier? Crystal, Crystal, oder so? Blue Eyes ist nochmal schneller? Oh, nee. Zu schnell ist das alles. Warum war nicht immer Packed das Beste? Warum haben die jetzt nochmal Blue Eyes hinzugefügt? Keine Ahnung, warum nicht? Blue Eyes White Dragon? Oh, yeah. Das wäre... Ah, der ist unnormal selten. Ja, der hat auch nur eine Person und den direkt dreimal. Ja, alle drei. Ursprünglich hat der nicht alle drei, aber lass mich damit gar nicht erst anfangen. Ja, Jugis Opa abgestochen oder so, ich erinnere mich. Ja. Wie breit waren die Toilette? Drei Blöcke, oder? Meine? Ja. Meine ist drei Blöcke. Ich würde mich gerne hier noch eine in den Eisraum reinmachen. Also, die... Falls du mal aufs Klo muss, dann sage ich... Die Toilette selber. Oh. Ist ja einfach nur eine umgedrehte Treppe gewesen. Dann gehe ich schnell Quarz holen. Also eine Treppe und zwei Blöcke oder so, dann hast du eine schöne Toilette. Schön, 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 schön. Ihr müsstet Menschenminigolf bauen, also Mitspieler mit Knockback durch die Gegend schubsen. Oh mein Gott, wir haben den Stock mit Knockback. Menschenminigolf. Das können wir wirklich machen. Was habe ich hier für einen Kopf? Kopf von... Oh nein. Nein. Oh mein Gott, das ist aus wie bei dir von einem Musical einfach. Machst du mit? Cats im Musical. Die Katze hat auch noch einen Kopf gedroppt. Der erste Katzenkopf, den ich auf dem Server sehe. Meine Kopfkiste ist voll. Das ist ja bald, das hoffe ich doch. Klar, ein Mugia erhält ihre Hitze durch rituelle Riki-Opfer. Man baust den Opferhaltat, dessen Wände vor den Köpfen von geopferten Rikis skizziert werden. Gestern ist Riki zehnmal so gestorben, er ist aber runtergefallen. Das heißt, es ist leider nicht immer ganz so einfach. Warte, was wollte ich ihn holen? Ah ja, eine Quarztreppe. Und dann vielleicht, damit man sich draufsetzen kann... Habe ich Wolle? Nee. Habe ich eine Schere? Nee. Habe ich kein Eisen mehr? Naja, egal. Bin mir sicher, die Leute werden mir faire Preise für Eisen machen. Glaubt ihr, Dashker hat sich eingeloggt und mal ein Eisen geklaut, weil er Eisen bei sich im Laden anbietet und ich ihm gesagt habe, niemand... Die haben alle eine Eisenfarme außer mir. Ich bin der Einzige, der es eventuell kaufen würde. Ich glaube eher, weil sein Plan nicht aufging mit der Itemsortierung. Naja. Und ich habe die Hälfte dann direkt aufgekauft, also... Ich muss auch... Oh, hast du wirklich sein ganzes Eisen gekauft? Ich habe... Ja, zehn Stacks oder so habe ich mir geholt. Machst du eine Eisengolem-Armee? Nee, aber wir können eine machen, theoretisch. Oh, hier ist ja Terrakotta. Irgendwann werden wir die Armee noch brauchen. Aber noch ist nicht der Zeitpunkt dafür. Tschüss. So, hier einmal zu Rikis Schafen. Rikis Farm. Wie kommt man überhaupt an die Scheiße hier noch ran? Hat er auch blaue Schafe? Oh, er hat blaue Schafe. Du Scheiße. Ja, sechs blaue Wolle reicht. Ich wollte eh nur... Ich wollte eh nur einen Toilettensitz machen. Ja, einfach schnell wieder weg von hier. Gar nicht weiter darüber nachdenken. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie dann, wenn ich in die Aufzeichnung reinschaue, wie der Stream dann auf YouTube aussehen wird. Der letzte Minecraft-Stream sah richtig scheiße aus. Ja, ich habe mich mitbekommen. Alle YouTube-Streams sehen echt kacke aus leider dadurch. Ja, was mich besonders dann beunruhigt ist, du hast deinen, wenn du YouTube restreamst, in 1440p. Aber die Bitrate ist trotzdem ein bisschen Arsch. Ich habe sie auch mal runtergedreht, weil es irgendwie mit mir kurz gesponnen hatte, ja. Ah, okay. Ich habe ja einen kleinen Qualitäts-Check bei Like a Dragon gemacht und dachte mir, äh, sieht auch nicht so viel besser aus. Das nicht? Ja, musst du wieder hochdrehen. Ich glaube, der erste Like a Dragon-Stream war noch hochgestellt sogar. Also, wenn es da kacke aus sah, dann auf jeden Fall rip. Oh, okay. So, wenn ich blaue Wolle einfärbe, dann kriege ich hellblaue Wolle, richtig? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich würde jetzt mit Nein an Nein weiße Wolle mischen. Ja. Du musst blaue Farbe, warte, 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 kannst du aber machen, behält die weiße Farbe. Ja. Du machst die Lapis-Latulite blauer Farbe und misch blaue Farbe mit weißer Farbe. Okay. Ich habe es hier. Ah. Da, wo es gebraucht wird. Aber ich gehe auch, glaube ich, kurz mal auf den Porzellan drohen. Ich dachte kurz, du hast hier irgendeinen unterirdischen Tunnel gebaut, der zur Toilette rüberführt oder so. Ich habe keinen Tunnel. Ach, du hast ihn sogar gefunden schon. Was? Ja, hier neben der Küste. Ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Da ist ein Tunnel. Ich dachte, das wäre... Da ist doch noch nichts. Ich habe kurz überlegt, was zu bauen. Da hatte ich doch keine Lust. Da habe ich einfach den Tunnel zugemacht und dachte, das sieht schon keiner. Da hast du eine Kiste genau dahin gestellt. Ich meine, ich habe es auch nicht gesehen. Ich dachte, keine Ahnung, ist nichts. Habe nicht weiter Gedanken drum gemacht. Aber wie üblich war das sehr naiv von mir. Eben. Gleich wieder da. Okay. Ich habe Teppich, ich habe Quarztreppen. Ich habe alles. Sehe ich dir, Ricky, zähl mal runtergefallen oder Katzen, Ricky? Es gab nie einen Katzen, Ricky. Außer von mich, Shelly. Frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Es gab nie einen. Wie bringe ich denn die Treppe hier für richtig an? Das wird fucking elend. So nicht. Dann kommt ein Teppich drauf. So. Wäre natürlich gut, wenn ich die Silk Touch Spitzhacke hier mit dabei hätte, aber ihr wisst ja, wie faul man oft ist. Nee, warte, 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 warte. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Was ist heller, ne Seelenfacke oder ne Seelenlaterne? Weil, was, was sagt ihr? Bücher, egal, nebendran, wenn man was zum Lesen hat. Oh ja, das wäre auch noch gut. Dürfen nur YouTuber auf den Buben SMP? Ich meine, ich würde ja sagen. Äh. Ah ja, Seelenfacke wollte ich. Weil es gleich, meine ich. Okay, dann nehmen wir die, äh, dann nehmen wir die Fackel. Mit Fackel meine ich, äh, die Laterne. Und direkt noch mitnehmen. Vielleicht brauchen wir noch ein paar. Redstone-Lampen? Ich glaube, Redstone-Lampen geben auch Wärme von sich. Das ist immer ein bisschen nervig. Mach einfach einen weißen Block in der Wand hinterm Klo und dann sieht es wie eine Klobrille aus. Oh, da machen wir eine Trapdoor drauf. Ich mache das hier hin. Eis und Pack-Eis. Ich glaube, das Eis sollte hier nicht hin. Ach, komm schon. Warum ist das jetzt geschmolzen? Ist die Laterne doch zu warm gewesen dafür? Was, was, was sollte das denn jetzt? So eine Scheiße. Welche Trapdoor sieht aus wie eine Klobrille? Wir haben glücklicherweise ein paar Trapdoors zur Auswahl. Birke vielleicht? Der Bambus nicht. Ich meine, mangrobe würde auch im Grunde so aussehen. Okay. Ja, oder Eisen. Ich glaube, ich kann keine mehr machen. Doch. Oh mein Gott. Ich habe nur noch einen Eisenball. Was ist das überhaupt passiert? Was ist zu meinem Gesicht gekraftet worden? Eine Eisen-Trapdoor. Also, wenn ich jetzt die Eisenärzte da oben sehe, da bin ich ja schon verlockt. Also, nein, 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 nein. Das ist Deko. Das muss bleiben. Jetzt kann ich hier eine hinmachen. Nicht ganz. Der Teppich ist, glaube ich, verschwunden, oder? Ja, der Teppich wurde entfernt. Hoch. Ach. Hier einen Knopf machen aus irgendwas. So. Das ist auch schon wieder falsch. Was? Okay. Kann ich jetzt eigentlich den Eisblock wieder anbringen? Yeah. Oh, cool. Mit der Lampe dahinter. Ja, ja, genau. Und dann, äh, ja, kann man das schön, oh. Was ist denn Toilette? Magst du vielleicht einen Hebel machen? Dann kann ich den, ah, der Klodeckel ist auf mich gefallen. Äh, ich meine, das ist an sich eine Toiletten- Fuck. Kein Geruch, in die Wand einzuschlagen. Wo, 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 wo bringen wir? Oh, nein. Oh, ich muss, nein, ich habe kein Eisen mehr. Nein! Ich hole eine Kette. Okay. Ich muss an der Strippe ziehen. Wenn man an der Strippe zieht, dann wird gespült, versteht ihr? Seid ihr Team Sitzenpinkler oder Team Stehenpinkler? Ich, ich, also, ich würde sagen, wenn man nicht gerade auf öffentlichen Toiletten oder in der freien Natur ist. Keine Ahnung. Äh, ansonsten, also, wenn ich bei normalen, in normalen Häusern bin, immer sitzen. Sitzen, zu Hause, überall sonst stehen. Ja. Ja, oder zu Hause halt oder bei anderen Leuten. Da muss jetzt auch nicht unbedingt stehen. Im Liegen? Das würde ich, nee, nee, das würde ich nicht machen. Bessere Frage ist, Team im Sitzen abputzen und Team im Stehen abputzen. Das ist immer noch so, äh, wild für mich, dass da diese grundlegend unterschiedlichen, äh, Meinungen, beziehungsweise, ja, Herangehensweisen der Leute gibt. Mach einfach einen weißen, äh, Block an der Wand hinter dem Klo und dann sieht es aus, wie, sieht es wie eine Klobrille aus. Nee, 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 nee. Wir wollen schon eine haben, die funktional ist. Team Liegenpinkler? Ich sehe schon. Nach dieser Diskussion bin ich zu Sitzen gewechselt. Ich sehe schon. Oh, okay. Hast du einen schnelleren Weg gewählt? Ja. Ich habe Eisen mitgebracht. Damit kann ich eine Kette machen, oder? Ja, ja, klar. Ich glaube, du brauchst noch, äh, Eisen Nuggets. Shane. Ketten der Toilette. Oh, ja. Wir sind ziemlich weit gerutscht. Ja. Ach. Kann man unten an der Kette noch was ranmachen? So einen kleinen Griff oder so? Mh, 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 mh. Wahrscheinlich eher schwierig, oder? Ja, Terne geht höchstend. Nee, 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 nee. Das ist zu viel des Guten. Dass man das so schnell weg macht, ne? Ja, das Eis, das hält nichts aus. Oh, nicht die Facke hier sitzen. Warum? Das Eis schmitzt so schnell, wenn die Facke auch nur in der Nähe ist. Ach, das hier, ja. Okay. Ja, genau, das durchsichtige. Das Packeis, der schmitzt nicht. Aber wenn es durchsichtige... Oh, hier oben, das war nervig. Ich muss mir auch ein paar Fackeln dann abbauen, damit das nicht wegschmilzt die ganze Zeit. Wenn ihr am Ende seid, vielleicht Ant-Rods. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee, wir dürfen noch nicht ins Ende. Ich will seit zwei Wochen Tränke machen, aber wir gehen aber nicht in eine Nähterfestung. Uh. So ein kleines Schränkchen. Kann man so sein Getränk abstellen, wenn man auf dem Klo ist. Ich weiß, ich mag das irgendwie. Ergibt nicht wirklich Sinn, aber irgendwie gefällt es mir. Ich hoffe, das Wasser in der Toilette ist wenigstens nicht gefroren. Naja, ich meine, siehst du, was das restliche Wasser hier ist? Ja. Ja. Vielleicht erzeugt man ja genug Hitze, dass es nicht schmilzt. Bisschen Privatsphäre hier noch, so. Das kann man hier drüben noch hinmachen. Ich finde es gut, dass die Sau aus dieser Eiskammer aber jetzt ein Badezimmer wird. Ja, aber hast du den Knopf noch? Äh, nein, den hast du aufgehoben. Oh ja, habe ich. Einfach da oben. Kann man sich da nicht hinsetzen? Nee, leider nicht. Shit. Ah! Ah! Und du, du wirst also sagen, du bist mehr Team, äh, im Liegenpinkeln. Ich habe es beim Weglaufen noch irgendwie so leise im Hintergrund gehört. Dann hast du es direkt ausgelebt. Ich, seitdem Planking erfunden wurde, gehe ich nur noch so aufs Klo. Ist das ein Besuch? Wo ist die Tür? Ich arbeite noch dran. uh. So. Ah, traumhaft, oder? Damit man auch ein bisschen Grip hat, wenn man vor der Toilette steht. Ich mag es übrigens, dass die Klobrille immer automatisch nach der Zeit runterklappt. Deswegen wahrscheinlich der Hebel, damit das nicht immer passiert. Ja, deswegen wollte ich den Hebel vorschlagen, weil man irgendwie echt schwer aufs Klo gehen kann. Ah, was braucht man für einen Hebel? Ein Cobblestone und einen Stock. Okay. Ich bin unterwegs. Oh mein Gott, weißt du, was ich in dem Bad gut machen würde? Weil ein gewisser Spieler mal seine Banner herstellen würde und man einen Spiegel aufhängen könnte? Uh. Ja. Ich habe nicht gesehen, bei den ganzen Bannern, dass die Sachen, die Leute am meisten wollen, waren immer Spiegel. Ja, habe ich auch gesehen, irgendwie auf dieser Webseite, Ja. So, ganz vorsichtig, nicht das Familienerbstück verwenden. Hebel. Genau, habe ich noch Bilderrahmen? Selbstverständlich. Nehme ich vielleicht noch ein bisschen Ketten mit? So, ich will nämlich eigentlich ganz gern mein Familienerbstück aufhängen. Ich denke, es gibt da, es gibt, es gibt keinen besseren Ort dafür als das stille Örtchen. Das kalte Örtchen. Na, wo bringt man den Hebel dafür im Bett? Da oben sollte er irgendwie nicht sein, habe ich das Gefühl. Hier. Das ist auch nicht optimal, das blockiert auch noch mehr den Weg. Und oben drüber noch besser, also, hast nicht so viele Optionen, außer du machst halt hier nochmal irgendwie ein Loch rein. Da oben geht's, ach ja, er kann auch gar nicht zu weit weg sein. Hier. Ja, dann, Moment, mach ich hier zu. Ich glaube, ich würde da den Block dahinter dann auch noch, ups. Nein, der Hebel. Ich muss da rein. Manchmal ist es tatsächlich hilfreich. Hast du die Kette jetzt aufgehoben? Ja. Ah ja, ich habe auch so noch vier Ketten. Ich mag gerade das mit der Kette probieren. Magst du die Kerze anzünden? Das ist sehr schön. Du hast wahrscheinlich auch kein Feuerzeug dabei. Sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? War ein Feuerzeug, hatte ich. Das war kein Faux, aber... So, jetzt bin ich gespannt, ob es gleich alles geflutet wird. Ich glaube, das sollte nicht als warm genug zählen, dass es Eis schmilzt. Also, die gibt auf jeden Fall nicht viel Helligkeit von sich. Und selbst wenn es schmilzt, die Trapdoor hält das Wasser auf. Das ist eigentlich nicht gar nichts geflutet. Ja, stimmt. Ja, das ist eine Toilette. Ich mache hier drüben noch einen Teppich ran, so. Ich kann mich immer in den Forstklo setzen. Der Ort, an dem man am ehesten sitzen will. Deswegen hatte ich den Teppich bei mir auf dem Klo, dass man sich halt draufsetzen kann. Ja, ich weiß, ich wollte... Ich hatte ursprünglich auch einen drauf, aber... Ich mag die Trapdoor mehr. Ja, fühle ich. So, was kann ich hier sonst noch reinmachen? Du kannst natürlich auch. Mein Gott, ich habe ein bisschen Klatsch gemacht. Mach nichts kaputt. Alles noch ganz. Das ist okay, noch haben wir genug Eis. Eine Disco? Ich weiß ja nicht. Und da trappt auch vielleicht ein Zaun aus Theorit. Quarz geht ja, glaube ich, nicht. Ein Zaun? Warum ein Zaun? Ach so, du meinst da... Ach ja! Jetzt kann man noch einen Teppich drauflegen. Oh. Oh. Und das ist Klos. Ich glaube, den Hebel können wir in dem Punkt. Denkst du? Wir machen ja zu. Okay, wir machen das jetzt mit der Trapdoor. Wir brauchen ein Signal. Ach so. Wir machen den einfach versteckt hier irgendwo. Ja, ja, kann man da drunter, glaube ich. Hast du eine Redstone-Fackel? Naja, ich glaube, die gibt... Ach so, ist egal, wenn sie jetzt von sich gibt. Ich kann eine holen. Ich kann auch eine. dann hoffe ich noch mal. Okay. Da würde ich ja ein bisschen über den Boden schlittern. Juhu. Er lädt zum Verweilen ein. Ah ja, Bilderrahmen wollte ich noch anbringen. Genau, mit dem Familienerbstück. Nein. Ich muss meine Sektar-Schaufel holen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Raven-Bot. Die Raven-Bot hat es wieder mal geschafft. Sie hat es wieder mal ruiniert. Nichts ruiniert. Geh nicht ins Bad. Geh nicht ins Bad. Geh nicht ins Bad. Ich muss ins Bad. Tut mir leid, ich muss da was richten. Und du? Ah, es ist nichts passiert, babe. Warum schreit er denn so? Da ist ja nichts passiert. In der Eishöhle? Es ist nichts passiert. Da ist nichts in der Eishöhle. Seht ihr, da ist nichts. Du hast einen Stein hingesetzt? Nicht nur irgendein Stein, aber jetzt heißt sie nur noch Cobblestone. Oh nein. Ich habe Angst an die Sektar-Sektar. Wegen der Rahmen-Mot, ich habe es nur hingesetzt und dann war ich davor gesetzt und ich dachte mir, ach, fuck. Naja, dann bin ich runtergerannt, habe die Silk-Touch-Pickaxe geholt und dachte mir, vielleicht kann ich es so noch retten. Konnte ich nicht. Ach, du Scheiße. Da war ein Cobblestone-Namens-Familienerbstück. So. Ich habe nur jetzt so einen Fackel unter dem Klo platziert. Also, wenn du willst, kannst du mal eine Runde drehen auf dem Baby. Leute, was haltet ihr von so einem Polster auf dem Klo? Ah, nee, halte ich gar nicht viel von. Gar nicht viel. Ey, die Trap-Door, die sehen richtig gut aus mit einer Kerze drauf. Ja. Ey, da wollten wir noch Diorid-Zaun. Das ist eine Glasscheibe. Okay, ja. Aber ist ein Glastisch im Bad. Aber wenn man nicht genau reinguckt, dann könnte man denken, es ist so dieses Metallstück, was die Kerze hält. Nee, wir müssen Pulverlaut. Also im Spiel. Ja, weil ich habe mich für Muggi verlaut gemacht. Ja. Ich habe mal die Muggi mit alle anderen im Spiel lauter Schlecken, ich war leise. Ich habe Mave auf 300% und ihr habt alle gesagt, die könnt ihr nicht verstehen. Die sollen das jetzt mal nicht so drehen, als ob ich nicht in unserem Interesse von uns allen gehandelt hätte. Boah, jetzt wird ja erstmal ein bisschen Roheisen geschmolzen, Freunde. Mein Eisenvorrat ist quasi wieder zurück. Warum ist das so laut, wenn der da oben ist? Und wenn er hier unten ist, ist er leise. Ich bin ja schon wieder gleich, ich bin ja gleich wieder da. Hast du den Apfel? Den Apfel habe ich dabei, den Opfel, ja. Ach stimmt, der ist der Opfel. Nee, dann kann ich den Namen davon gar nicht. Warum siehst du eigentlich jeden Command, Muggi? Weil ich Dinge in Zap. Operator? Ja. Du kannst Commands ausblenden tatsächlich. Oh, wie macht man das? Optionen, Chat-Settings. Und bei Chat schauen kannst du, nee, da sind nur Commands only. Chat-Einstellungen, oh ja. Ja, da kann man irgendwo, glaube ich, machen, dass man keine Commands sieht. Okay. Okay. Ich sehe irgendwie nur Commands only als Einstellung oben links, wenn man das durchklickt, aber... Chat sichtbar, nur Befehle, versteckt, nee. Oh, ich bin gemutet, ich erzähle euch das die ganze Zeit. Bei Chat ganz unten rechts ist Commands to Guestens, das ist das wahrscheinlich. Ach, Befehlvorschläge, aus. Nee, das ist ja das Auto... Ach so, ach, ja, stimmt. Du bist echt ziemlich laut, Maeve. Hä? Hä? Wieso war... Hä? Ich habe nichts geändert. So eine Scheiße. Okay, ich habe jetzt auf 10% den Microphone Booster gesetzt. Ja, keine Ahnung, muss man die Operator wieder wegnehmen. Noch besser für die Toilette wäre ein Item Frame mit blauer Glasscheibe oder ein gelb, wenn du ganz tapfer bist. Mach den braunen Wollblock rein. Also die braune Farbe ist besser als ein brauner Wollblock. Aber es wäre dann da unten irgendwo das... Nee, wir lassen es so. Das ist eine frische Toilette. Ja. Jetzt nicht aufessen. So. Man sieht den Namen nicht, weil er in der Decke hängt. Der Opfel. Mei, fühlst du... Oder wie macht man den Rahmen unsichtbar? Das war so ein komischer Befehl. If Invisible, glaube ich. Oh, ich habe gerade hier dieses Fandara Trift oder so, wie das heißt von Metroid Prime hier am Laufen. Oh, Fandrana, die Eiswiese von Fandrana. Auch das ist ein goldener Apfel. Und ich muss sagen, das passt super gut. Ja. Nee, Moment. Das war das Lied danach. Entschuldigung. Mir gefällt die Toilette soweit. Was kann man sonst noch mit dem Raum machen? Was kommt sonst in ein Badezimmer? Wo ist die Badewanne? Wo ist der Whirlpool? Mit Magma-Blöcken. Oh. Hm. Wo ist die Dusche? Jetzt warte, wir machen erst mal den Whirlpool. Er ist ein bisschen klein. Ach ja, das ist von Paper Mario, das ist von Eislevel Musik. Ja, 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 ja. Später sind wir noch bei Hockey im Stream, ne? Ja, ja, genau. Deswegen, ich werde eigentlich nicht zu viel machen, aber ich mache noch einen Whirlpool. Oha. So viel Zeit muss sein. Ich dachte, die warme Luft nach oben steigt. Der ist weit genug weg. Wenn jemand Magma-Blöcke holen, ich komme gerade sonst nicht raus. Aber du musst doch da Lagerfeuer runterbauen, damit du so rausqualmst. Jetzt geht es mal mit Magma-Blöcken. Da qualmt es? Ach ja, schon. Was qualmt denn? Natürlich. Na ja, ich wollte mich nur verabschieden. Ich gehe jetzt auf Großtour. Oh. Und, ja, wie ich dir vorhin schon gesagt hatte, ich gehe heute noch auf. Ah ja, Maeve streamt auch. Schau mal, wir shoppen Maeve rein. Und zwar gehe ich heute nach Norden oder Süden, Moji? Äh, Süden! Nach Süden, alles klar. Wenn du ein altes Familienerbstück der Familie Moji empfindest, dann denk an mich. Natürlich, das bringe ich mit. Ich bin heute auch auf Archäologie-Tour. Guck mal, hier ist mein Pinsel. Der Pinsel ist so riesig. Oh, ein bisschen das Eis polieren. Oh mein Gott, wir können Curling spielen. Los, Curling. Ich glaube, das Eis sollte weit genug entfernt sein. Ja. Die Frage ist nur, der Rand sollte besser aus Schnee sein, oder? Das sieht halt schon sehr sexy aus, wie sie, das mag man sich da drin reflektieren. Ja. Im Eis. Und im Schneepeil reflektiert ja gar nichts. Ja, der Schnee, ein bisschen, aber... Das sieht doppelt so lang aus. Ja, ja. Weil es sich zweimal spiegelt, ne? Oder? Ja, nur wenn man genau hier steht, irgendwie. Wenn man hier rangeht, wird es weniger. Das ist schon schick. Hier Wasser holen. Du musst dich ducken. Ich möchte dich. Ich brauche nur mein Wasser. Okay, was ist eine Drohung? Lösch dich da. Warte, warte, warte. Ich weiß noch, wie wir in Wasser kommen. Ich habe Wasser einmal dabei. Soll ich die einfach ausgießen? Ich glaube... Oh mein Gott. Wir wollen aber schmelzen. Jetzt können wir damit zugucken. Ja. Da steht mir erklärt, dass das Eis tatsächlich auch praktisch Nutzen hat. Ich reinige meinen Pinsel gerade ein bisschen. Oh, ich sehe schon blubbern da drin. Oh ja, das wird... Das wird ein heißer Whirlpool, Freunde. Kann man da irgendwie irgendwas drüber machen, wo man draufstehen kann, ohne sich ducken zu müssen? Komm nicht mehr raus, Leute. Ich habe keine Ahnung. Kennst du das Spiel Streets of Rogue? Ich kann mir vorstellen, es wäre ein gutes Spiel für dich und Zombie. Kennst du Streets of Rogue? Ja. Aber was ist das? Ein gutes Spiel für dich und mich. Das dauert ganz schön lange mit den Fackeln. Das wurde schon mal vor ein paar Tagen in deinen Kommentaren vorgeschlagen. Da ist jemand sehr hartnäckig. Oh. Aber ja, ja, ja. Ich glaube, da gab es sogar bald einen zweiten Teil oder es gab schon einen zweiten Teil. Ach, fuck. Die Fackel hat oben alles abgef... Oh nein. Ist okay, wir kriegen das hin. Kann man nicht Eis einfach mit einer normalen Spitznack abbauen und es wird sofort zu Wasser? Ja. Oh. Das beschleunigt die Sache. Etwas, ja. Oh, ja. Das ist schon ein bisschen über den Pulschen. Ich weiß, es macht mich wirklich Schaden. Also ich bestätige nicht meine Rüstung unnötig. Ja, ich auch nicht. Man kann auf Magna sneaken. Ja. Ach ja, stimmt. So kann man sich immer Luft holen in jedem Wasserding. Oh, ja. Wenn man so reinkommt, dann ist das wieder kurz... Ich komm nicht mehr raus. Moment. Der kurze Moment, der kurze Moment so... Oh, so heiß. Oh, okay. Es wird langweil. Ich mag, dass ich mir das Wasser auch die ganze Zeit so hochspritzen. Das ist ein Whirlpool. Soulcent nehmen, weil der verbrennt eigentlich und macht auch Plubbern. Oh, ja. Ich habe vorhin Soulcent geholt und bin gleich wieder da. Der macht Plubbern bei... Ach ja, so wurden die Fahrstühle gemacht. Wieso brauche ich die Fahrstühle? Ah ja. Seht ihr, ja? Habe ich das eigentlich nicht nur erfunden. Das hat er gerade bestätigt. Aber ich mag das mit den Leuchten hier eigentlich. Ja, ist halt echt cool. Soulcent ist halt... Man kann halt einfach einen Magna Block in der Mitte lassen oder so. Soulcent ist halt super heißen. Aber in der Mitte vielleicht ist gut, ja. Aber sonst muss ich halt kurz ein... ...ob der Säule ist hochpusht aus dem Pool die ganze Zeit wie sehr raus, weil man wird immer hochgedrückt. Aber das hasse ich auch wenn es im echten Pool passiert, ne? Wenn es dann diese Dinger gibt, wo man sich so hinlegen kann, ne? Also ich will noch schnell eine Sache schauen und zwar meinte vorhin jemand, ich könnte so eine Diuridsäule äh, Säule eigentlich machen. Ah, fuck, kann man nicht? Kann man aus polierten Diurid nicht eine Säule machen? Scheinbar nicht. Schnee erst recht nicht. Naja. Hüpft der nicht die ganze Zeit statt drin zu baden? Nein, wir waren, äh... Wir waren geduckt. Ne, ich meine, er meint mit Soulcent, glaube ich, der Kommentar. Oh. Wir haben gesagt, die Mitte lassen dir Magma. Ja, das habe ich gehört. Ah, okay. Dann hast du bei deine Diurid Ja, das funktioniert nicht mehr. Oh, chillig. Das ist ja entspannt. Oh mein Gott. Da kann man sich richtig treiben lassen. Wisst ihr was? Ich... Ich glaube, ich will zurück zu den Magma-Blöcken. Was ist hier eine Wildnis-Bahn oder was? Ah, nein. Ich will den Kommentar in den Kopf drin stecken. Wie langsam der Send wegkriegt. Au, au. Ah, ja. Gefangen. Oh, ja. Das ist doch das Leben. Wie das auch kein Licht macht, dass es so richtig dunkel ist. Wenn du willst, kann ich euch... Wenn ihr wollt, kann ich euch abkühlen. So. So. Tu mal die Fackel aus der Hand. Dann siehst du mal, wie schön dunkel es hier sein kann. Au. Na, pack die Fackel weg. Oh. Ja, ja. Oh, das spiegelt sich alles in deiner Diamant-Rüstung. Oh, warte, warte. Ich habe noch... Ich habe noch Sachen dabei, Freunde. Wir sind ja noch nicht fertig. Wird hier eine Wellness-Oase. Uh. Oh, ja. Melf, du musst dich ducken. Ja, ich muss erst mal aufstehen. Ich dachte, die Fackel wird... Die Laternen wird cooler aussehen, aber ich werde sie jetzt auch nicht... Ich will sie auch nicht wegmachen. Ist okay. Ja, ist okay. Das ist das Leben, ne? Könntest du am Rand auch Treppen bauen. Ich glaube, man kann aus Eis keine Treppen machen. Hast du dich mal reingeschmissen in deinen... So Quarz-Treppen oder so. In deinen Steinschneider. Äh... Das wäre echt cool, wenn man aus Pack-Eis... Blau-Eis, Pack-Eis, Eisenblock... Nee, keine Treppe. Hm. Traurig, traurig. Man sollte schon am Rand an sich eine ranmachen. Ich wüsste auch nicht welche. Die sind halt alle nicht blau. Ich habe ein Kotter. Oh, ja. Können wir aus Blau... Hä? Es gibt auch kein blaues Kotter. Es wird dann lila. Konkret? Fürs Bauen ist, äh... Just Enough Items echt cool, um mal nachzugucken, welche Blöcke wie aussehen. Das ist so... Wie so ein besseres Buch. So gesehen. Hm. Benutzen alle schon seit auch 800 Jahren. Zum Beispiel, wenn ich Stairs eingebe, ich habe dir mal ein Screen geschickt. Und dann hab ich halt direkt alles, der ist dann aufgelistet, die es gibt. Ein Screenie! Anstatt dann so, dass man da auch... die durch... Ach, das habe ich bei Dashki gesehen, glaube ich. Ja, das ist die Noti rechts, die ganzen Bildschirm vollspammt. Ja, genau. Aber die kann man auch mit dem O ausblenden. Oh. Dafür fühle ich auch an. Einfach mal. Ja, ich habe es auch jetzt ewig nicht gehabt. Eher bei Modpacks lustig, dann da Sachen gucken zu können. Ja, guck mal nach Concrete. Vielleicht geht es Concrete... Concrete... Blaue Concrete Trappen. Ein bisschen Zement. Ja, also sind... Ich glaube, alles, die es gibt, sind ja da gerade auf meinem Screen. Und also... auch wieder welche sieht. Ach so. Ich weiß nicht, ich kann die auch sehen. Äh, ich kann sie dir auch schücheln. Aquamarine ist natürlich für ein Schwimmbad geeignet, ne? Ja, es wären so schöne Fliesen. Ich muss sagen, die oxidierenden Opertreppen gehen aber tatsächlich auch ganz gut, klar. Feuerpfeiler sind nicht viel Fakten oder die machen können. Nur mein Herz. Dann wäre noch ein paar Waschbecken. Oh, das ist jetzt ein Spiegel. Mit Spiegeln. Ja, die funktionieren nicht richtig, ne? Nein, funktionieren... Nee, nee. Ich glaube, Spiegel können wir nicht einfach so in einem Spiel machen. Wobei du auch dich... Wenn du dich ein bisschen daneben stellst, dann säg dich in einem Eisspiegel. Äh... Nein, Traptor will ich da nicht unbedingt drauf. Ich glaube, ich werde da auch wieder, äh... Oh, Kessel mit Wasser ist ein starker Vorschlag. Oh, ja. Habt ihr noch Eisen? Ja. Ich nehme mich nicht. Warte, ich habe Eisen. Eins. Wie viele brauchen wir? Hier, ich bin ein Kessel raus. Zwei Kessel raus. Warte, schön. Okay, warum roll ich nicht mit? Oh, ja. Und dann macht man noch einen kleinen Teppich davor und dann hat man wunderschöne... Oh, yeah. Mambo-Waschbecken. Ich gehe die Teppiche holen. Hab ich noch einen Teppich? Oder Treppen und da Wasser rein? Nee, wie fährt ein Wasser in Treppen rein? Ist ja eine Oase hier. Bisschen wie ein Külkermast vorne drüber. Ja, ja. Überleg gerade, ob irgendwas wie so ein Wasserhahn. Lichtlevel 6, 5. Ah, ja, genau. Ich wollte ganz nach Wunder suche ich nochmal. Die Wolle habe ich gesucht. Hab ich wirklich schon meine ganze Wolle aufgebraucht? So eine Scheiße. Muss ich jetzt wieder Wolle holen gehen? Warum ich in die Schere achte ich euch noch dabei? Okay, wir gehen Wolle holen. Vielleicht Hebelts Wasserhahn? Oh, yeah. Yeah. Das ist so eine gute Idee. Falltüren um den Kessel zu branden. Das ist ebenfalls so eine gute Idee. Na, wir werden nur eine davor, glaube ich, machen, weil den Seiten... Weil den Seitenwäsche zu machen müsste mehr Abstand zwischen den Waschbecken sein. Vielleicht reicht auch ein Waschbecken an sich. Brauche ich überhaupt zwei? Na, das ist ein Whirlpool. Zwei Waschbecken sind nicht verkehrt. Oh, Gott. Wieder bei Rikis... Oh, Gott. Bei Rikis Farben. Fühlt man sich direkt wohl, wenn man hier ist, oder? Eiße Wolle. Hellgraue... Ach, das ist Stein. Ich wollte gerade sagen, wo war die Wolle? Zwei verschiedene Grautöne. Aber das ist ein Stein. Also, aber komisch, hellgraue Wolle... dunkelgraue Wolle hier. Bei der Ohren lebens. Ja, ja, das ist... Ich habe keine Farm bei mir. Wenn wir drüben in Mogia will ich einfach nur sagen. Mogia, das ist ein Stein. Ich habe bei der... Ich habe die nicht gesehen. Bei der... Bei der... Bei der Ancient City-Folge einmal statt... Hallo, Maeve. Mach's gut. Dachte, ich habe graue Wolle gesetzt. Da habe ich gesagt, die graue Wolle braucht noch mal lange, um sie abzubauen. Das war an der Sie. Die ich da mit der Faust weggeprügelt habe, wo der Warden unten stand. Das war also vielleicht ein bisschen dämlich, zugegebenermaßen. Ich bin bereit einzusehen, dass da vielleicht Fehler gemacht wurden. Nochmal sechs Stück. So, dann möchte ich noch... Möchte ich noch hellblaue Farbe? Nee. Ach, shit. Eins, zwei. So. Dreimal weiße Farbe. Dann will ich noch sechsmal blaue Farbe haben. Da reicht, glaube ich, zwei Lapis. Kriegt man... Kann man ja jeweils drei raus? Nee. Nee, überhaupt nicht. Fuck, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr im Winter. Werfen wir einfach mal den Stein weg. Ach. So. Dann holen wir ab. Neue Farbe. Das zusammen. So. Wie viel Wolle habe ich? Ah ja, da bekommt man zwei raus. Fuck, das war der Fehler. Vier Wolle. Hat sich ja gelohnt. Das hat sich dann ja gelohnt. Dieses Inventar. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Ich habe Shader neu geladen. Oh Gott, was habe ich gemacht? Wir können ein bisschen Sachen wegpacken. Linderblöcke. Erze. Steinbauteile. Steinbauteile. Ausrüstung und Müll. Deko. Ja, sieht doch schon wieder besser aus. Hier ist kein Platz mehr für irgendwas. Okay. Genau, und dann die Schätzefarbe kommt auch bei Scheko hin. Teppiche. Und wir sind im Spiel. Nicht die graue Wolle. Ja, ich habe die graue Wolle einfach weggeworfen. Ich mag es, dass hier Löcher am Boden sind. Die geben dem ganzen Weg den gewissen Pep. Hey, ich bin zurück. Doch, die sind ziemlich gut. Was, 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 was ist denn jetzt? So, die könnte man an sich von allen drei Seiten anbringen. Dafür müssten wir aber das eine Waschbecken ein zweiter nach rechts befördern. Ist es dann, ja, Irgendwie, ja, der Kessel geht zu weit runter, ne? Shit. Warum habe ich meine Axt weggelegt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich so machen. Ah, nee. Da kommt dann dahinter noch ein Pack Eis hin. So. Genau. Den sieht man eh nicht. Du hast den Topf. Ja. Oh ja, den sieht man nicht mehr. Ja. Okay. Konzentration. Uh. Uh. Perfekt. Erfüllt. Das eine Waschbecken ist leer, aber das ist okay. Ah, ich kann den Teppich ja gar nicht mehr davor packen jetzt. Also eigentlich ist es ja ein funktionierendes Waschbecken, wenn es leer ist. Andere hat ja eine Verstopfung. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh. Äh. Da fahre ich die Teppiche am Eingang hin. Was wolltest du mit den Teppichen machen? Oben drauf, oder? Ich wollte die Forst Waschbecken an sich stellen, aber... Ach so. Rutscht man doch mit den Teppichen nicht mehr? Doch, mit den Rutschmannen immer noch. Das ist ein bisschen... Okay. Bisschen dumm. Aber sie blocken Sachen scheinbar. Für Mini-Golf. Müssen wir uns merken. Ja, Teppich am Eingang finde ich auch kacke. Habe ich gerade herausgefunden. Irgendwie machen die Trapdoors aber den Waschbecken-Flair so ein bisschen weg. Ne, ich weiß nicht. Meinst du? Ja, doch. Das können wir so eine... Aber wenn wir die Trapdoors... Ach, shit, du hast eine Axt. Ich, ich, ich mach das weg. Natürlich könnte man auch einfach dann, äh, das Handtuch davor haben. Handtuch oder Trapdoors? Was wollen wir? Gute Frage. Also nicht Handtuch, sondern so, so ein, äh, Bartvorleger. Außer ihr legt, äh, trampelt den Bart auf Handtüchern rum. Würde ich wahrscheinlich nicht empfehlen. Oder die Seite noch lassen und das nur davor? Oder ist das dann zu viel des Guten? Ist so schwer einzuschätzen. Könnte auch, äh, wenn du noch mehr Trapdoors hast, das einfach so noch weitermachen. Dass hier auch so eine... Ich wollte gerade sagen, in der Mitte könnte man noch so einen kleinen Tisch machen quasi. Oder was meinst du? Wenn die so hochgeklappt sind und dann machst du hier unten noch Trapdoors davor. Weißt du, dann ist es direkt so ein, so ein, so ein ganzer, ein ganzer Kasten, wie in so einem öffentlichen Bart. Shit. Ja, fast. Genau. Uuuh, ich, ich geh noch eine holen. Zwei brauchen wir noch. Zwei? Ich seh schon, richtiger Mathematiker hier. Ah, fuck aus. Hab ihm Sale zugeschlagen. Was hast du geholt, Maeve? Reden wir von Esteem Maeve. Bei irgendeinem Sale hat Maeve richtig zugeschlagen. Ach, wenn wir drei, ist das ledig... Der arme Sale. Ach so. Das Lied aus Raimed 3. Ich wollte vorhin schon sagen, woher ist dieses Lied? Ah ja, natürlich Raimed 3. So. Das gibt's doch nicht. Hättest du nur die Axt mitgebracht. So, jetzt auf das letzte Waschback und dann... Das ist auch wieder unten, oder? Ja. Nein, das hier drüben. Hätte ich nur die Axt mitgebracht. Warum? Was ist mit dem da drüben? Ja, das können wir doch auch dann jetzt so rummachen wie die anderen. Ach, war es nicht? Nö. Packel, packel, packel. Oh, das hier links auch nicht. Hast du die Ketten noch dabei? Äh... Ne, die hab ich weggelegt. Nein. In der Schäko-Kiste. Ne, ne, ich hab hier unten meine Bergbank. Okay. Ich mach hier nochmal neu. Was, was seid ihr von dem Badezimmer? Ich verstehe aber noch nicht ganz den Sinn dahinter. Melf bald fünfstellige Anzahl von Spielen auf Steam. Oh, ja. Sieht richtig wohnlich aus, ja. Du blauen Laternen oder nicht mehr? Äh, die blauen Laternen hab ich noch da. Oh, ja. Ja, ich wollte grad sagen, häng vielleicht ein bisschen tief. Na, kann man aber direkt oben hinhängen, okay. Ich will aber definitiv so am Rand lassen. Ich hätte direkt wieder eingerissen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, der Spitzhack ist einfach zu stark. Kann mich nicht kontrollieren. Ah, ja. Ne, mir gefällt das Badezimmer. Wir müssen auch noch mit dem Spiegeleis austauschen. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Stark. Ja, das gefällt mir. Oh, da kann man dann unten seine Handtücher auch verstauen. Kann man, warte, kann man unten eigentlich reinsetzen? Äh, ja, müsste man eigentlich. Ne, leider nicht. Die Trapdoors sind ja... Schade. Man könnte die Trapdoors oben drüber setzen, da ist Platz. Hätte ich noch einen Wollblock, dann... Warte mal, warte, warte, warte. Kann ich das hier... Ne, ach... So, jetzt kann man sie unten reinsetzen. Ja. Oh, ja. Weißt du, ich hätte auch an der Oberseite... Ähm... Kann man da einen Block unten reinsetzen? Da, wo die Teppiche sind? Müsst ja auch gehen, oder? Ja, ja. Ist ja ein komplett leeres Feld. Dann würde ich die Trapdoors oben wieder wegmachen, ehrlich gesagt. Oh, endlich einen Platz, um ein Holz zu lagern. Nein, 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 nein. Also die Trapdoors oben weg, wie gesagt. So, muss der keine Axt, Entschuldigung. Und dann das einfach. Oh, ja. Was meinst du? So ein bisschen, äh... Wir hier noch ein bisschen unsere Teppiche haben, ein bisschen Handtuchfläche. Ich habe mich auf meiner Kommode, aber wenn du das möchtest in deinem Badezimmer, ich mische mich da nicht ein. Ja, das ist, damit du die Hände abtrocknen kannst. Ich glaube, hier muss man nicht trocknen, das friert einfach sofort. Ja, wahrscheinlich, aber du kannst... Vielleicht warst du ja am Whirlpool ein bisschen drin. Oh, ja. Dieses Geräusch immer... Wenn man reinspringt. Ich glaube, wenn ich Ricky den Whirlpool lasse, wird er direkt sterben. Oh, guck mal, ich kann sie rauskrabbeln jetzt. Ohne Damage. Sehr gut. Das ist so clever. Euer leere Bücherregale hätte man unten reinstellen können oder so. Ja, da ist immer ein Schnee drin. Ich gehe zwei leere Bücherregale machen. Ich glaube, dann sind wir langsam fertig für heute, ehrlich gesagt. Ja. Es ist wirklich langsam spät und wir streamen in... Pack, in drei Stunden sowas nochmal. Was, streamst du auch nochmal? Ich denke. Ich meine, wenn ich schon dabei bin, warum nicht? Du musst mir ein schlechtes gewesen sein. Das muss ich auch. Das muss ich auch. Ich meine, du musst nicht. Ich weiß, dass ich nicht muss. Das hat Rocky auch gesagt. Wenn ich schon dabei bin. Habe ich genug... So, genau. Ich brauche Holz und Slipes. Slipes. Slipes wird später gespielt. Falls es öffentlich sein darf. Sonst weiß ich es noch nicht. Ich denke, das ist okay. Ja, ich glaube auch. Und dann kann man da noch ein geheimes Buch da unten reinpacken. Ich muss irgendwann mal anfangen, Ingame-Bücher zu schreiben. Kennt ihr das Gefühl? Ich habe echt so ein Buch geschrieben, weil ich dachte, so kriege ich die Lore auf den Apfel. Jetzt habe ich hier so ein Lore-Buch über den Apfel. Oh! Das können wir da unten reinpacken. Okay, ja. Geheime Informationen im Badezimmer. Das wurde doch am Anfang des Streams bereits gesagt. Ja, ja, ja. Das kann sein. Oh nein, der Teppich. Ah. Sehr schön. Opfel. Die Legenden besagen, dass diese Opfel sein Generation den Oberhäupten. des Murgelschnapps Glück und Reichtum bringt. Dieser dumme Opfel. Ehrlich gesagt, sieht mir aus wie die Küche an dem Punkt, aber das gefällt mir eigentlich viel besser so. Das ist schön, ja. Ja, kann man halt auch ein bisschen kochen hier. Ja. Wollen wir schon mal hier essen? Dann lass ihn mal kochen. Lass ihn mal kochen. Ich koche hier gerade ein bisschen. Okay, gutes Kochen. Okay, ich renne einfach in die Distanz und tue, als würde ich dich nicht mehr hören, obwohl ich dich noch hören werde, bis ich bei meinem Haus ankomme. Aber wir sehen uns später wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich bin gerade beschäftigt. Ich höre dich nicht mehr. Noch Geländer für die Leiter im Whirlpool. Ich höre dich immer noch nicht. Da könnte man noch so ein Geländer... Ne, ich will es nicht nochmal umherreden. Ich habe das Zeug nicht dabei. Ne, 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 ne. Ich habe generell das Gefühl, dass der Raum noch nicht fertig ist, aber das machen wir wann anders. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal eben an, was wir heute alles Schönes gezaubert haben. Denn ich würde einfach mal behaupten, sehr produktiv. Es sind keine Deep Slate-Steine mehr da. Doch, da. Moment. Eine Sache muss noch erledigt werden. Ich meine, das ist ja natürlich noch nicht alles fertig, aber... Komm. Komm. Ein gewisses Minimum muss ja wohl... Muss vorhanden sein. Auch wenn ich glaube, dass da die Slabs wieder... Ne, die kann man noch drauf packen. Alles gut, alles gut. Der Weg muss halbwegs geschlossen sein. So, was haben wir heute alles gemacht? Wir haben... Ich wollte gerade sagen, das Treppenhaus, aber ich meine, das ist buchstäblich Treppe hier. Wir haben das so weit fertig gemacht. Sieht sehr viel besser aus als davor, würde ich sagen. Der Weg zum Nether-Portal. Ebenfalls so weit ausgelegt. Bisschen blaue Flammen. Macht einen guten Eindruck, denke ich. Und wenn irgendwelche beschissenen Piglins rauskommen, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Denn wir wären ja natürlich eine gute alte Eisentür. Ich glaube, sie können sie trotzdem mit der Druckplatte öffnen, was die ganze Tür eigentlich an Absurdung führt. Aber... Naja, naja, naja. Könntest du allgemein immer anfangs den Videos zum Rundgang in Mogia machen, um den aktuellen Stand zu zeigen? Ah, ich mache bei Mogia nicht abseits von Videos was. Also, ich meine, ich hatte unten den kleinen Ofen eingebaut. Aber prinzipiell, an Mogia will ich wirklich nur in Streams oder Videos arbeiten. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts was... Nicht wirklich irgendwas, was da ansonsten passiert ist. Ich denke, ich hätte zu Beginn immer einen Rundgang machen. Bisschen Overkill an dem Punkt. Oh, mir gefällt das so viel besser hier unten. Oh, das sieht so viel schöner aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin sehr begeistert davon. Da haben wir natürlich den guten Schmelzraum hier. Vielleicht ein bisschen zu viele Trapdoors da oben. Ein paar Fackeln. Äh, Laternen. Hier wird natürlich geschmolzen. Hier wird für die Trichter... Dafür habe ich übrigens mein restliches Eisen ausgegeben. Als ich diese... Nachdem ich diese... Absolut... Ach nee, warte, ich habe oben noch den Traptor für den Klosch... Für die Klobrille gemacht. Als ich das gemacht habe, hatte ich quasi kein Eisen mehr übrig. Ich würde sagen, gut investiert. Gut investiert. Was war eigentlich über Mogia? Ach ja, das ist das, äh, eine Dachterrasse. Ich will demnächst mal ein Video machen, wo ich generell den Stand des... Den aktuellen Stand des Servers zeige. Und da werde ich darüber reden. Deswegen wollte ich das in dem Stream generell noch nicht ansprechen, weil... Mache ich wann anders, mache ich wann anders. Habe ich noch mal Laterne? Nee, ich hätte hier gerne Laterne draufgestellt. Ich will auch keine Seenlaterne draufstellen. Genau, das haben wir gemacht. Und dann natürlich der geheime Eisraum. Uh. Schon dachte, dass ihr eine zweite Taverne gebaut habt. Das ist eine Terrasse. Und hier haben wir natürlich das absolut... Wichtige Badezimmer. Nein! Habe ich eine Fackel gesetzt? Okay. Okay, gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Kann man hier natürlich auf dem Klo sitzen, ein bisschen reinscheißen. Dies, das. Ihr versteht schon. Fällt gerade auf, dass ich da eigentlich einen Schneeblock reinmachen könnte. Vielleicht will man da auch was Cooleres unten reinsetzen. Ich will das Badezimmer noch ein bisschen überarbeiten. Da haben wir natürlich die Waschbecken. Oh, der wunderschöne Pool. Oh ja. Oh ja, das ist angekommen. Man kann mit der Leiter rausgehen. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und da oben kann man natürlich sehen, wenn jemand vorbeihuscht. Was auch ein wunderschöner Anblick ist. Es wohl beim Hinsetzen eine Fackel weniger, aber ich sehe keine. Obwohl es eine weniger? Oh ja, diesmal auch. Wo sind die Fackeln hin? Ich glaube, die verschwinden einfach. Naja, naja, naja. Keine Tür in Mogia. Das ist ja wie in einer Kommune. Ähm. Ich meine, wir haben oben Türen, aber hier unten in der Mine. Bisher nicht. Wir werden hier nun wieder welche machen. Vielleicht wäre ich hier auch beim Bad welche reinmachen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bücherregal für Klonlektüre. Ja, ja. Das ist, das muss das. Beziehungsweise, ich werde für die Klonlektüre wahrscheinlich einfach einen Bilderrahmen machen, in dem da ein Buch drin ist. Aber dafür muss ich noch irgendwas da reinschreiben. Hier haben wir natürlich noch den guten Opfel. Das ist bei mir ein Erbstück von Mogia. Toilette fordert eine Fackeltribut. Ja, das ist das Toilettengeld. Äh. Bei der TTT-Folge, ich dachte nicht, zwangsweise meine Sicht langweilig war. Ich denke, dass meine Sicht absolute Scheiße war bei der letzten TTT-Folge. Äh. Und Sonntag kommt die nächste Folge. Willst du sowas wie einen Schatzraum bauen? Ja. Ja, 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 ja. Ich kann euch direkt mal zeigen für den Schatzraum. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Zorn, wer hat auch ein paar Sachen gesponsert dazu. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinmachen will. Aber ich habe ein bisschen was vorbereitet für den zukünftigen Schatzraum. Und das würde ich dann auf jeden Fall gerne reinbauen. Und zwar bei Erze. Ich habe ein paar Goldblöcke gemacht, aufgekauft. Wir haben generell noch ein bisschen hier Zeug. Und da haben wir natürlich noch generell ein paar Gold-Erz-Blöcke. Das heißt, für die Schatzkammer wird ein bisschen vorbereitet. Oder habe ich mal ein bisschen was gemacht? Das ist durchaus noch in Arbeit, würde ich sagen. Hinterm Thronsaal? Weiß nicht, ob hinterm Thronsaal ein guter Ort für die Schatzkammer ist. Vielleicht, aber... Mal schauen, mal schauen. Thronsaal generell habe ich aktuell noch keine Idee dafür. Mach auch Rohgoldblöcke. Ach ja, die existieren auch noch. Stimmt. Ja, aber das ist noch erstmal in der Zukunft. Aber ich würde sagen, ich bin super zufrieden damit, was wir heute in Mogia geschafft haben. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Richtung, die wir soweit designtechnisch angestrebt haben. Ist immer eine Sache. Ist immer sehr hilfreich, wenn man Zombie dabei hat. Der macht irgendwie... Er macht die Hälfte oder das meiste immer alleine. Dann sagt er immer, ja, das waren unsere Ideen. Aber eigentlich hat er alles gemacht. Aber es war wieder mal sehr hilfreich in dem Fall. Gibt es schon einen Kerker in Mogia? Noch nicht, noch nicht. Wir haben leider noch nicht allzu viele Räume im Keller gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja, hier sehe ich schon, hier sehe ich schon, hier sehe ich schon. Gewonnen ist mit Name Tag als Bossfight vorher. Ich hoffe, der Schatzraum wird mit Redstone noch eine Mechanik gemacht. Ja, äh... Da muss ich mal Dashke fragen, ob er dann vielleicht Ideen dafür hat. Denn ich habe keine Ahnung von Redstone-Kram. Aber gut, ich würde sagen, wir sind so weit fertig für heute. In den Kerker kommt das... Kommt das Ricky für seine Verbrechen gegen die Oase? Ja, und all die Leute, die Ricky das angetan haben. Äh, und dann würde ich sagen, wir sind so weit fertig für jetzt aktuell. Wir werden dann... Wann ist der Stream? Da wurde gerade was geschrieben in der Gruppe. Heute ist noch Gartic-Phone-Stream später. Um 19 Uhr, 19 Uhr. 19 Uhr, heute machen wir Gartic-Phone-Stream mit Hockey, Johnny und Zombie. Und das wird ganz... Dementsprechend kann ich mal sagen, es war genug für heute. Ich werde mal ein Päuschen einlegen. Und dann bin ich später wieder zurück. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später, oder nicht? Wenn nicht, dann freut mich, dass ihr hier wart. Und ja, bis dann. Tschüss! Ich habe keinen Shortcut, um ins Stream zu werden. Ich muss komisch raus...